hallo meine lieben leute und ein herzliches willkommen wieder zu einem neuen relive online live stream heute wieder dabei der liebe kleine karl heinz da wo wir eigentlich letztes mal uns versteckt haben noch am ganzen ende und ja wir werden heute wieder ein bisschen scheiße bauen karl heinz will es wissen ich werde auch schauen ob ich heute irgendwie anfragen kann bei der polizei ich sag mal bei der kinderpolizei beizutreten oder sowas in der art mal schauen was uns heute so alles erwartet auf jeden fall leute wer so nicht wusste wir sind kurz von einer million es fehlen noch 19.000 abonnenten leute das ist nicht mehr weit dann knacken wir nämlich die eine million abonnenten also sagt euren leuten bescheid sie sollen ja abonnieren aber ganz schön flott und vielleicht auch die glocke aktivieren das bleibt euch überlassen würde ich mich auf jeden fall freuen und ja vielleicht irgendwann mal der goldene play button der dann hier oben irgendwo mal hängt würde mich sehr sehr wahrlich freuen also wir starten durch karl heinz ist in der haus und dankeschön an manuel ross der schon wieder vorm stream genetet hat mit könntest du bitte im laufe des streams an der bühne den song just wanna be great von neffek spielen ja geht nicht ich bin leider kein dj das können nur djs machen das dj könnte man das machen vielleicht karl heinz wird erstmal karl heinz ist wissen als dj genau live skids besitzen sich hey grüße dich bitte von mir was ach so ja auf jeden fall wenn ich das jetzt grüße fast drauf reingefallen ne wolff lang für sie werden sorgs klau mal ein panzer und fahr hier rum ja das war auf jeden fall ganz realistisch als karl heinz mit dem panzer rum gefahren oh das ist ein motorrad erschau ich wusste es denn da ist kaputt ich habe mir gerade gefreut dass hier vielleicht ein motorrad steht so ein kack ey das ist der sound auf der spende warte ich habe hier ein basis nicht mehr haben baseball schläger dann holen so dann holen wir uns mal unser auto raus und dann schön m3 mit dem cruiser nämlich rum wir brauchen mal ein wunschkennzeichen mit karl heinz 1 oder sowas ich schau mal hat das autos offen schauen wir mal nein autos hat nicht geöffnet das ist aber das ist aber frech sollen wir sollen wir eine anzeige aufgeben suche ach das könnten wir machen warte passt mal auf ich mach ich war mal ich war mein ebay klein anzeigen post suche wunschkennzeichen vielleicht gar nicht so schlecht wartet also zack ebay so haben wir mal ein wunsch gezeigt so suche suche wunschkennzeichen bitte mit dem melden so bild hinzufügen das mal einfügen hier also ich habe ich habe gar nicht nicht vor selber machen jetzt habe ich doppelt drückt naja egal doppelt besser so suche wunschkennzeichen bitte melden at karl heinz vielleicht meldet sich irgendwer ich hätte schon gern kennzeichen wo drauf steht karl heinz habe ich mir noch nicht das wäre geil so dankeschön an der galaxy player zu spät kennst du mich noch habe letztens für gespendet wird gekauft kennst du mich noch kurs geht raus oder ruft wer an hallo 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 du brauchst ein kennzeichen ja ich bräuchte ein kennzeichen ja okay wo bist du denn wo willst du dich treffen ja weiß ich wo wo sind sie denn gerade das können wir uns dort treffen bei handels autohaus bin ich gerade ach so ja gut dann fahr ich da hin ok dann warte ich auf dich ok cool dann nehme ich die anzeige raus tschüss tschau so schnell geht das ebay klein anzeigen beste was gibt gut dann nehme ich die anzeige wieder raus so direkt gelöscht die anzeige aber schon wunschkennzeichen aber ganz schnell bruder so richtig runter hier das ging aber schnell rube los noch kaum und dann geht es los leute geht es heute heute richtung handels autohaus ist vielleicht doch jemand da habe ich nicht gecheckt oder so oder ist der wer nee es ist es ist keiner bei handels autohaus also der wunschkennzeichen ist nie obwohl ich werde nicht fest ich würde so lachen dass es so ein anderer cover cop ist weil steht es steht karl heinz dann steht auto da drauf vielleicht sollten wir nur mit skateboard hinfahren was sagt ihr leute sollten wir nur vielleicht ist es besser wenn wir mit skateboard ankommen möglich wäre dass das gescheitere ist so erstmal die rubellose auswählen und dann schauen wir so ein taui boah alter leute ich muss euch erzählen ich hatte heute so einen geilen traum ist was ich geträumt habe ich habe gestern nämlich ein tiktok gesehen von jemandem der hat irgendwie 5 millionen dollar gewonnen aber war irgendwie fake das video jedenfalls habe ich heute geträumt ich habe einen rubellos aufgerubbelt und ich hatte einen gewinn von 25 millionen euro und ich konnte mir dann alles leisten also das war so ein geiles gefühl aber da bin ich aufgemacht schade ich bin aufgeweckt oder war es das tschüss rubellos ja das war es dann halt wirklich ich habe mich so gefreut oh schau mietz und da ratten schau oh schau was ist denn da los oh tschuldigung hol die ratte hol sie solange sie noch frisch ist ah sie rennt weg gut ah da ist noch eine wie viele ratten haben die hier in den dings by the way ich habe es noch keinem erzählt aber soll ich euch was cooles zeigen sorry dass ich jetzt hier die ganze zeit aus und einsteige passt mal auf passt mal auf der fortnite basic tanzt ich hab den rein machen müssen den fortnite basic tanzt ich wollte jeden zeigen dass ich das gelernt habe die waren alle staunen weil es weiß keiner auf dem server dass ich das reingemacht hab bis jetzt weiß es keiner ich hab's einfach reingemacht und ich hab's nicht angekündigt dass es drin ist by the way das habe ich auch nicht angekündigt neue polizeistation die sind noch nicht fertig aber nicht richtig eingerichtet der fortnite basic tanzt ist heute auch dabei das machen wir gleich beim ding abholen das machen wir gleich beim kennzeichen abholen 5.000 like schon mal dafür 5.000 like schon mal dafür dass wir den fortnite basic tanzt einstudierter haben kommt diese dinger her noch mal schnell auftanken und dann geht es jetzt wirklich los für fortnite dann kann ich das beim tanken auch direkt machen cool wär's ne wenn wir beim tanken direkt den fortnite basic tanzt machen können man braucht wieder so lange die zapfsäule angeln die zapfsäule haben die keinen tank mehr ah jetzt das hier ah ne ich kann ich kann nichts drücken aber das ist schlecht schade hätte mich jetzt voll gefreut wenn das hier funktioniert hätte beim tanken erstmal fortnite tanzt so äh sagen schön danke für 1037 kuss geht raus an dieser stelle stoneman ist auch dabei mir geht's sehr gut chimi wilhelm ist auch dabei kev tv gaming und easy1.274p geworden äh bayern let's play hey hexen macht weiter so hashtag zu spät alter 20 euro hat und nate dankeschön äh bayern let's äh ne lex lexplay nicht let's play so lexplay auch so schlecht äh laurenz ist auch wieder am start auf einen geilen stream mit karl heinz so ist es da kurde die kornspitz ist auch wieder am start ui ein karmienchen oh mein gott das ist was raucht und trennt über die grüße ein karmienchen was geht raus da kurde die kornspitz oh oh weiße bmws können wir uns eigentlich ich glaube anschließend habe ich nie traurig noch nicht gekauft ne sollte ich vielleicht kaufen wegen polizei und so weil wir sind ja eigentlich gesucht wenn ich mit dem ding rumfahre und die sehen dass da ein kleiner karl eins drin sitzt dann haben wir ein problemchen in meinem abend ist es besser sieht man nicht wer drin sitzt aber wisst ihr was ich fahre hier lieber tempomat 130 bevor ich hier angehalten werde dann haben wir ein großes problem 230 ist da so ande die ente hi und auf einen geilen heftigen lustigen stream danke schön an ande die ente ehrenhafter name by the way das ist wieder so ein ehrename der muss sein und kev tv gaming endlich wieder mitglied auf einen ganz vielen kurs geht raus und 10 kurs hat sich auf jp gehört schuldig ist dabei dann gamer 77 zu spiel viel spaß beim streamen hat auch ein 20 raus ist halt so heftig sarah lena renner kannst du mich grüßen muss man die sarah lena renner natürlich angela merkel ist auch dabei also merkel nicht merkel wobei ich glaube merkel guckt auch meinen Kanal habe ich so mitbekommen das war mal jemand im chat der hieß angela merkel mit dem bild drin äh kannst du mich bitte grüßen mr versichert raus war im chat natürlich hundertprozentig die echte angela merkel hundertprozentig also wenn das profil schon drin ist dann kann es ja gar nichts anderes sein leute das würde keiner auf die idee kommen so also ich glaube so langsatz kann man das ding wieder schnell fahren aber jetzt sind hier die ganzen sachen vorbei das ist was ich jetzt machen kann wenn ich das aufgefallen im neuen chat ich kann slash no admin no admin reinmachen und ich bekomme natürlich keine supportanfragen mehr das ist so angenehm ich kriege einfach oben links nichts mehr mich hat das immer so gestört wenn ich gerade am stream bin und ich kriege 50.000 supportanfragen rein ist so viel angenehmer also weil ich das kennzeichen draufballern karl heinz ist das so auffällig oder geht sich das überhaupt aus ein paar line soll sich ausgeht ne hoffe ich halt das ich hoffe das hat noch keiner verwendet dann haben wir ein problemchen oder habe ich das nicht das habe ich noch nicht oder war polizei oder ne oh alter ich dachte gerade das ist polizei bruder ich dachte für einen kurzen moment ich werde jetzt gerade vom polizei ob es gelungen aber nur ein kopflöser das auto ist so geil von der sound ist so geil wir könnten uns in der theorie neues auto kaufen weil ich schaue mal was wir auf der bank haben ah ne doch nicht ich dachte ich habe nur ein bisschen geld auf der bank ne war mal ich dachte ich habe 100.000 oder so ja boin 10.000 wir sollten mit dem Rasenwind gehen im cord oh blitzer 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 ich kann mir nichts leisten boah alter wo kommt die Radarfalle her 1000 Dollar ja jetzt muss ich aber aufpassen ich habe nicht mehr so viel Kohle für was habe ich mein ganzes Geld rausgehofft auf die Karre oder hey Leute für was habe ich so viel Geld rausgeschallert also ich habe ich habe den Wagen gekauft dann habe ich noch einen Wagen gehabt glaube ich und noch einen Moped habe ich mir gegönnt aber das war es ja schon hallo ich bin hier wegen der ebay kleinanzeige 13 ja das problem ist die polizei hat mir mein kleines mein kleines kinderauto weggenommen und mein roller und jetzt denke ich mir so wenn die mir die sachen wegnehmen dann fahre ich halt die großen dinger sind sie selber schuld die blöden die stinken auch alle nach käse dort drin darf ich mir was cooles zeigen ich habe das einstudiert zeig mir ob das cool ist ja machen wir dä 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 das ist auch meine sache bis ich erfahren will du alter mann haben sie das kennzeichen oder wer 29 29 ich bin 20 du alter ich bin 13 du bist einfach mal fünfmal so alt wie ich bin ich der älteste hier oder was was kostet das das kostet gar nichts hast du auch nitro dabei was du mir schenken kannst nitro habe ich leider nicht dabei dazu bin ich zu legal ne aber cool danke jetzt kann ich endlich mein kennzeichen nitro weißt du was die scheiße ist ich weiß nicht ob ich sag mal du bist doch jetzt polizist mach ich mich damit eigentlich strafe wenn ich einem kleinen kinder kennzeichen gibt für sein auto eigentlich der auto aus der käufer hat mir mal so getunt einen roller und so ein auto geschenkt der hat auch nicht viele probleme bekommen ich hab schon eins aber nicht unsere angelegenheit weil eigentlich hat er nen witz erzugsgerechtigten der müsste es nicht umgekehrt sein soll doch einer so ruhig sein spaß haben ja doch was geht es nicht aus ich hab nichts gesehen aber solange es keine menschen umfolgen aber hast du hast du verkaufen die die mechaniker kein loss ich glaube nicht dass die mechaniker das verkaufen ok boah voll achso ich muss hier im fahrzeug sitzen um die das anzubringen ist ja voll blöd fliegt dass die zäbter gießen nö ich nutze das eigentlich zum lenkrad und zu dem gaspeter ja das wundert mich auch ich hab mir nix drüber ich hab mir nix drüber ich hab mir nix drüber Alcali er hat das lenkrad da siehst du da irgendwie noch gaspeter Alcali ja wie wärs mit Alcali oder alkali mit y, wäre schon Anspielung auf alkali aber ja ich mach mir irgendwie gedankentum dass ich im endeffekt abgeführt werde guck mal bei karl heinz ging sich nicht aus als kennzeichen, kennt ihr die show alkali ich bin jetzt alkali darauf erst mal ein fortnightanz Boah, voll cool Nee, ich bin jetzt voll zufrieden Jetzt kann ich damit eigentlich rumfahren Ohne dass die blöd gucken Ohne Wunschkennzeichen Ja, nee, jetzt gucken sie nicht mehr blöd Weil du Wunschkennzeichen dran hast Jetzt gucken sie blöd, weil du trotzdem so jung bist Und Auto fährst Ich hab extra die Scheiben vorne getönt Dass man es nicht sehen kann Hast du denn einen Führerschein? Ja, ich hab, guck mal Guck mal, ich hab einen Führerschein Warte, pass auf Zeige ich dir jetzt Aber kannst du dir mal eine Sitzung Die Tür aufbelassen Habe ich im Disneyland gemacht Vor ein paar Jahren Ich hab den im Disneyland gemacht Und ich zeig den immer vor Die Polizei sagt aber dann immer Ich muss trotzdem mitkommen Aber ist mir egal Ich zeige den vor und sage Ich hab den gemacht im Disneyland Und der ist auch gültig Haben die mir dort gesagt Hast du mit jeder Bahn fahren müssen? Oder was? Was? Hast du mit jeder Bahn fahren? Nö Ich war in Disneyland Und da waren diese Disney-Mobile Von Cars Waren dort Und dann bin ich da gefahren Und Warte, war Cars jetzt Pixar Oder war Cars jetzt Disney? Nein, Pixar Dann war ich im Pixar-Studio Dann war ich doch nicht bei Disneyland Ich war in so einem Casting Ich weiß jetzt auch nicht Ist es jetzt Cars Disney oder Pixar? Ich war von einem von beiden Pixar ist Disney Ich bin irgendwie ein bisschen angst Ist Pixar Disney? Boah cool Die kaufen mir alles auf Das ist einfach nur voll süßing Geh aufs Lohn Ruppel deiner Du bist nicht dran Family Guy gehört jetzt auch zu Disney Achso Entschuldigung Was rubbelst du denn? Ich hab nämlich heute Ruppel losgegönnt Und da war nix drin Das rubbel ich auch immer Genau, ja Was war drinnen bei dir? Nix Nix? Ein Kacki war drin Nur Scheiße Wenn ich im kleinen Spiel Aber sag mal Du machst sicher Aufgaben Ich hab auch noch 13 Ehrgeber mit so einer Wortwahl Was hast du? Schau mal Boah cool Oha, wie cool Oh cool Ist das ne echte Piratenschatzkarte? Ja, ja Also ich hoffe, du findest was Boah cool Darauf erst mit Fortnite-Tanz Der-de-de-de-de Krach Der-de-de-de-de-de-de Der-de-de-de-de-de Boah cool Okay, ich mach mich gleich mal Auf die Socken Ich schau gleich mal Was drin ist Ich brauch Geld Ich hab nämlich kein Geld mehr Weil ich tu sonst immer Rasenmähen beim Coat drüber Krieg ich immer Kohle Aber irgendwie, keine Ahnung Ja, wir wollten dir gestern Alle Taschen Geld geben Aber du wolltest ja nicht kommen Beziehungsweise Dein Papa hat nein gesagt Ich krieg auch noch Geld vom Coat Die haben mich letztens mal abgezockt Wer ist denn der Coat? Oh, nicht gut Ja, die Supreme Court, die haben oder du denkst, da heißt jemand Court ist so blöd nee boah, voll blöd Kollege, jetzt zeige ich dir mal meine Arbeitsklamotten ist der Polizist noch schlimmer nein, oder? noch schlimmer zwei Polizisten nee, jetzt sag nicht boah, dann habe ich ja ein großes Problem wenn der jetzt kommt mit Polizeiautfit nein, ist kein Polizist ach, okay weil die Polizisten mögen mich nicht und die sperren mich immer weg und dann zahle ich immer, weil die stinken nach Käse und dann ringt es sich auf, dass ich mal wieder Scheiße baue oh, Arzt boah, cool ich kann zwar kein Englisch, aber ich bin trotzdem studiert so blöd bin ich nicht boah, cool der hat auch weiße Schuhe boah, cool ihr habt alle weiße Schuhe jetzt will ich auch weiße Schuhe haben ich bin noch nicht einmal kriminell geworden und du arbeitest jetzt schon gegen mich was ist denn mit dir? was ist? nein, nein, du warst gar nichts darauf erstmal die gute Milch jetzt will ich aber Umarmung haben ist gut für die Zähne, sagt man aber da gibt es jemanden, der sagt Milch ist Gift und ist dann zurückgerudert magst du warme Milch? nö ah, warme Milch ah, ich muss gar nicht schicken was ist warme Milch? soll ich dir noch ein bisschen Taschengeld geben? Korflex mit warme Milch nö was ist mit Taschengeld? soll ich dir ein bisschen Taschengeld geben? ja, bitte warte, ich heb auch noch was Almosen für die Hirnlosen die gibt ne Abos die weißte Schuhe kaufen Almosen für die Hirnlosen hat mein Papa immer gesagt Almosen für die Hirnlosen wie du sammelnst, wird auch nicht bitteschön dankeschön boah, das ist aber ein großer Unterschied boah, sie sind sie haben aber nicht viel Geld kann das sein? was ist? ne, sie sind in der finanziellen Krise was hast du mir gegeben? so, ich auch noch ich hab von irgendwem 100 Dollar gegeben bekommen wer hat mir da 100 Dollar zugesteckt? perfekt, er hat mir jetzt die 500 Spielchips gekippt oh, das waren meine so, bitteschön danke, boah, cool soll ich es ihm geben? dann hast du jetzt den Klang gegeben? oh, Spielchips, ja ich geh so gern Casino dann hauen die mich immer raus ich hab ihm 100 Dollar gegeben Almosen für die Hirnlosen 500 Spielchips ich glaube, ich werde die Kirchensteuer einbringen mein Bankkonto ist die 278, der Herr das ist doch nicht viel was geht bei dir ab? die 278 ist mein Bankkonto da können sie gerne was überweisen, wenn sie wollen ich glaube, ich boah, das ist voll nett von ihnen ne, weißt du, was es nämlich ist? weil ich geh immer so rum und nur weil ich ein Kind bin geben mir die Leute Sachen und dann sag ich immer ich geh dann so die Kirchensteuer eintreiben ist ja auch cool, oder? so, klopf, klopf hallo wer ist da? die Kirchensteuer versuch's doch mal im Krankenhaus da sind gerade Bereiche Ärzte im Dienst, soweit ich weiß boah, damit kann ich mir die neue Playstation kaufen richtig aber cool Xbox ist besser ne, Xbox ist voll Schmutz ja, oh, oh, oh Xbox ist mooch ist mooch moochelig moochelig so, jetzt geh ich aber jetzt hab ich alles bekommen was ich wollte jetzt verpiss ich mich tschüss ich fahr immer langsam mich grad einfach weißt du, ich hab die E-Mail-Kernanzeige geschalten wollte das kaufen ich fahr hin krieg das Kennzeichen und krieg das Geld und ich hab ein geiles Kennzeichen mit iCarly ist das nicht geil? ist doch geil ah, deshalb liebe ich es ist keine Heils zu spielen sonst machen wir aber die Schatzkarte ich hab noch nie ne Schatzkarte gesucht wisst ihr wie selten das ist und er schenkt mir die einfach er schenkt mir einfach die Schatzkarte so, wir machen die jetzt auf, Leute wir gehen jetzt auf Schatzsuche Leute, wer hat Bock auf ne Schatzsuche? go to 5000 Likes, Leute wir hauen mal ein Like auf die Schatzsuche die erste Schatzsuche weit und breit Enkeltrick oder was aber sowas von darauf hast du wieder ein Fortnite-Tanz das sieht so bescheuert aus ich liebe es das ist echt das beste was ich jemals rangemacht habe als die Mode diesen Standard-Fortline-Tanz, Bruder so, gut wisst ihr was? wir machen die Schatzkarte auf so, Schatzkarte wird reingezogen du hast einen Punkt auf der Karte und ich darf jetzt nichts hier am orangen Ding ist es okay, da fahren wir hin Leute, auf zur Schatzkarte auf zu unserem Schatz der Punkt markiert die Stelle da wollen wir die 5000 Likes hier sehen und ich wurde geblitzt ach super genau da bin ich gerade weggefahren ich hoffe ich werde nicht gleich eingeknastet von der Polizei weil stell dir mal vor ich bin auf der Suche nach einem Schatz und dann sowas aber ey, bin ich froh dass der Schatz dort ist weil der Schatz kann überall auf der Karte verteilt sein und der ist gar nicht mal so weit weg jetzt gerade der hätte auch auf einer kleinen Insel sein können hätte mal ein Boot mieten müssen da hätte sich Karl-Heinz ein Boot mieten müssen das wäre nicht so gut gewesen gut, auf zum Schatz da freue ich mich die erste Schatzsuche beginnt Alter, habe ich einen Lambo da, ist es Alter hat er voll einen Lambo überholt der arme Lamborghini so, Schatzsuche Schatzsuche sind wir gleich da noch 1,5 Kilometer dann auf der rechten Seite Schatz gefunden auf einmal steht er so mitten auf der auf der Fläche Alter, das wär's Weihnachtsmann Weihnachtsmann was ist das Sound auf der Spende oh, ein Hirsch guck so viel rum so, da sind wir perfekt und hier ist der Schatz der soll hier jetzt irgendwo sein ah, da ist er guck, da ist er da ist er das markiert die Stelle hier man muss ein bisschen suchen aber ich habe ihn direkt gesehen da ist er guck, der Schatz ist da ja, ausreicht jetzt bin ich gespannt was drin ist ich hoffe, wir finden da was geiles Schatzsuche Schatzsuche mit Karl-Heinz was da wohl drin ist ui, guck die Kiste ui ne Goldmünze haben wir gefunden oh die ist viel wert ei, ei, ei die ist viel wert Leute die Goldmünze ist viel wert okay, das ist mal geil Schatz gefunden das ist das ist eine der der besten Sachen die du finden kannst die Goldmünze so, wir fahren mal hin zum zum Jubeln und schauen mal wie viel wir verschärbeln können ist ja sauf viel Kohle dann oder wie wir wissen, dass wir fahren zu Bank und checken erst mal ab was das überhaupt wert ist die Goldmünze ist ja voll der Burner ist ja voll geil ist ja geil das erste Mal dass ich eine Schatzkarte bekommen habe weil ich Schatzkarten sind sowas von selten du musst halt tauchen gehen dass du Schatzkarten finden kannst und das schenkt die mir halt einfach ein tauchen gehen mit Karl Heinz oder auch noch was leises ein tauchen mit Karl Heinz ich bin bloß echt nicht zum aushalten na schauen wir gleich mal wie viel die wert ist die Goldmünze aber die sollte schon was wert sein vor allem wir haben noch einen Emerald haben wir noch einen gesteckt muss ich noch aufpassen weil hier ist es sehr oft Polizei die Investigated hier bei der Bank ich stelle mich direkt so hier hin als wenn ich die Bank gleich ausrauben wollen guck mal mal Edelstein so Goldmünze ist gerade sehr hart im Minus und Emerald ist auch ja gut eine Stunde dann verkaufe ich es noch nicht dann behalten wir es noch bei uns weil guck mal die also 893 Dollar kriegst du dafür mit ein bisschen Glück ein paar Dollar mehr ach wobei die paar Dollar Goldbarren wären geil guck mal 2000 Jemandbox Alter wenn du heute einen Bankraub machst boah Jemanden auch ja auch gut Rubin ich hab na ach ich hab ein Emerald aber schau mal ein Emerald ist 2000 wert das ist ja was geiles dann ist das doch nicht das beste was du kriegst der Emerald ist einfach 2000 wert der guter verkauft das doch Emerald plus 6 Dollar ist dann gut dann machen wir das schnell na guck mal Polizei ich sag doch die ist die investigatet hier guck guck ah 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 hab ich es gesagt ich hab es so gesagt ne Polizei Investigation oh Menno kann man hier entlang irgendwie fahr man hier entlang das ist aber scheiße hier ich glaube der kommt weg Police Investigation das war fehlgeschlagen ist der da vorne Alter ich hab gewusst wenn ich mich da vorne hinschne irgendein Polizist mit herkommt weil wenn so ein Bankraub ist stellst du dich immer direkt so vor die Bank hin oh ne der kommt jetzt hier hoch ja guck ich versteck mich hier drin warte ich tue sowas weil ich da gar nicht drin wenn der aussteigt fahr mehr weg Leute wenn der aussteigt fahr mehr weg boah der blockiert jetzt aber nicht ne der blockiert jetzt aber nicht hier Alter nee Alter das wäre ganz schlecht das wäre ganz schlecht aber ich tue jetzt einfach so als wäre ich nicht drin schaut mal ich hab mich da jetzt hingelegt ins Auto rein der sieht mich jetzt nicht also er sollte mich nicht sehen da drin na hoffentlich klappt das Alter und er holt seine Kollegen dann hat man ein großes Problem aber er holt er seine Kollegen ich weiß es nicht ich glaub doch der holt es ist ganz schlecht aber vielleicht denkt er wir haben das Ding hier abgestellt und sind vielleicht hier hochgerannt das kann ja sein ja er holt er scheiße er holt Kollegen nein nein jetzt fahr ich ein Leute jetzt fahr ich ein beste Kennzeichen Aikali schau schau wir müssen mal aufpassen Jungs wir müssen mal aufpassen das ist der Sound auf der Spende soll ich da so Vollgas durch die Mitte rein ich tue halt so als wäre ich hier nicht drin vielleicht sehen die mich auch gar nicht ja die denken ich bin ja nicht drin vielleicht funktioniert das Alter vielleicht geht das ich glaub die checken nicht dass ich jetzt drin bin ne oder hat er gesagt er ist im Fahrzeug ich weiß es nicht boah Alter ich hab ich hab jetzt echt Schiss Alter ich probier jetzt einfach hier drin zu liegen ohne dass die checken dass ich da drin bin aber ich weiß halt nicht ob es geht ich hab mich jetzt da drin versteckt so ein bisschen man sieht meinen Kopf auch nicht seht ihr man sieht mich nicht weil ich hab mich so hingelegt ich hab gerade ich mach gerade den ich leg mich hin im Auto Punkt T ja die suchen mich jetzt hier oben die denken in deinem Auto sitzt keiner drin also wenn ich Glück hab komm ich damit durch Leute wenn ich Glück hab komm ich jetzt durch ich sag einfach ich wurde gezwungen ich sag einfach ich wurde gezwungen ja losfahren ja das Problem ist eben hier vorne abgesperrt ich könnte zwar machen aber ich sehe leider von da aus nicht wie der abgesperrt hat vielleicht passe ich da gar nicht durch na die funken gerade durch der sagt gerade dass hier oben alles clear ist ja ich könnte ja da hinten auch runter springen können theoretisch würde mich irgendwo anders verstecken aber im Auto bin ich ja nicht mehr ich bin ja ist das Auto abgeschlossen das weiß ich nicht ich hoffe ich hab's abgeschlossen ja wenn ich jetzt hier losfall Leute dann haben wir ein großes Problem da muss ich nämlich da den durch das Auto durchfahren und ich weiß nicht glaubt der hat mich bemerkt da drin im Auto ich glaubt der man sieht mich da eigentlich nicht so krass drin also vielleicht wenn ich Glück habe komm ich damit sogar weg ne ich bleib stehen ich bleib stehen ich bleib stehen ich bleib lieber stehen bevor ja der funkt durch ich glaub der jetzt kommt er nochmal zurück oh ne bitte nicht ich glaub der weiß dass ich da drin bin boah ich würd jetzt so gern wissen was der da sagt ich glaub ich bleib stehen ich die suchen weiter guck der sucht hier weiter vielleicht hab ich Glück vielleicht komm ich mit der Aktion hier jetzt weg die müssen jetzt suchen ne vielleicht gehen sie runter und suchen unten weiter oh ne jetzt kommt wieder Taschenlampe neu wo ist hier jemand im Auto der ist nicht oder äh mein Kopf wollen wir Verstecken spielen wollen wir Verstecken spielen ich seh dich ich wurde gezogen ich pack mal äh mit Taschenlampe ich hab Angst nein alles gut guck mal ich tu dir nix wer bist du denn ich bin der Henry Henry Ford nein Henry fährt ab und zu fort Henry McCain sind sie der Pommeshersteller auf die Idee bin ich selber noch nie gekommen da muss ich mal mein Dad fragen nein äh ich stell keine Pommes her ach so ich dachte das sind die riesengroße Pommes die fortfährt na wenn du möchtest bin ich ja nein ich nein bin ich nicht ich wollte nur gucken weil ich hab vorhin ne Schatzkarte bekommen und dann wollte ich in der Bank nachgucken was was die Goldmünze wert ist die ich gefunden hab ok hast du eine Goldmünze gefunden mhm ja cool stimmt viel Geld wert oder ja ich wollte grad verkaufen gehen aber jetzt bin ich da aufgehalten worden und jetzt hab ich Angst weil immer wenn ich die Lichter sehe hat mein Papa gesagt soll ich Gas geben nein wir tun dir nix wir haben bloß der Kollege da hinten hat nur im Funk durchgegeben dass ein kleiner Junge bei der Bank wäre und wir hatten ein bisschen Angst dass äh dich jemand einpackt oder dass irgendwas passiert nö alles gut soll ich die Lichter vorne mal ausmachen ich wollte nur gucken wegen wegen meinem Dings wegen wegen meinem Emerald und wegen meiner Goldmünze die ich gefunden hab was die wert ist ich weiß nicht die sind urnett hm was ist sie wert nicht viel 900 800 aber mein Emerald ist über 2000 wert den hab ich aber geschenkt bekommen ich weiß nicht ob ich den verkaufen werde ok ja oder du tust ihn dir irgendwo aufheben mhm ich hab auch nen Führerschein nen Führerschein hast du mhm den hab ich bei bei Disneyland bei Cars da gibt's so ne Strecke da kann man so nen Führerschein machen hab ich die gemacht ich hab Angst kann ich aussteigen ja sicher doch klar doch mhm warte ich geb dir den mal hm sag mir die Lichter am Auto vorne ausmachen würdest du dann besser gehen die sind bei mir aus die Blaulicht ok ach so die Blaulicht ach die ich dachte bei meinem Auto nö ist ok ah nein weil du gemeint hast wenn du die Lichter ne ist ok warte ich zeig dir mal meinen Führerschein guck mal den hab ich gemacht bei Cars da steht auch mein Geburtsdatum und alles drauf du bist 13 Jahre alt oh warte da ok ja Disneyland California ne mhm ja ne und dann haben die gesagt dann bin ich jetzt ein echter Autofahrer dann hab ich gesagt cool und eigentlich wollte ich ja mit meinem Mini-Auto fahren dann hat mir die Polizei aber gesagt ich darf damit nicht fahren weil es zu schnell ist dann hab ich meinen Roller hab ich geholt bin ich gefahren dann haben die wieder gesagt ich 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 hab zu ich hab einen zu schnellen Roller und jetzt fahr ich halt damit rum und hoffe dass das nicht zu schnell ist das geht auch nicht also jedenfalls nicht so wie du fährst aber was soll ich nicht fahren ich hab den Führerschein gemacht und Disneyland und die haben gesagt ich bin jetzt schon ein großer Junge und darf mit Autos fahren aber aber hast du den Disneyland einen Führerschein für einen 1,8 Tonnen äh BMW gemacht der Benzin getrieben mit Automotor oder war das lieber ein kleines Auto ja ne war schon cool das großes Auto das war halt so von Cars dieses rote Auto dieses Katschau mit dem Blitz das hat ja viel PS mehr ist der sicher mit dem hab ich den Führerschein gemacht und da haben die gesagt ich fahr so gut ich krieg den Führerschein und darf dann damit fahren dass ich schon ein großer Junge bin und schon gut fahren kann für mein Alter und war halt im Disneyland da war das voll cool und da war so eine Frau das war ja die Bärbel der hat zu mir gesagt wenn ich dann nächstes Jahr nochmal komme dann kriege ich einen Flugzeugführerschein warte mal kurz Karl-Heinz ich muss mal ach der Funkball hat immer noch so sehr auf 10 jetzt äh also ich muss dir ganz ehrlich sagen ne er hat einen Führerschein aber er ist 13 ok bist du da ja ich war ja im Disneyland die hat mir das ausgehändigt es war die Frau Barbara und die war voll lieb und hat gesagt zu mir ich krieg den Führerschein im Disneyland weil ich so gut mit dem Katschau-Mobil gefahren bin und die Bärbel hat gesagt wenn ich nächstes Jahr komme kriege ich einen Flugzeugführerschein ach ne wann war das es war vor einem Jahr oder so ich muss dann eh dort nochmal nach Disneyland und fragen weil dann fliege ich mit der Boeing 747 hat die gesagt dann kann ich auch weil ich so talentiert bin damit fliegen ok magst du den Gefallen tun was tust du das dann bitte wenn ich im Urlaub bin nö warum was hat das damit zu tun wenn ich fliegen möchte ich weiß nicht was das hier auslöst wenn ein 13-Jähriger mit einer Boeing über LA fliegt ok nö und die hat gesagt ich bin so talentiert und so toll und dann und dann hat sie auch gesagt ich sollte vielleicht mal den Motorradschein machen im Disneyland so brumm brumm mit den und dann und dann hat die auch gesagt so ich 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 kann ich kann schon gut fahren und dann hat die halt gesagt da kriegst du den Führerschein und den ist vom Disneyland eben und dann hat sie gesagt das ist cool so weil ich bin schon ein großer Junge und kann schon gut fahren und ich finde das halt voll doof weil ich hab probiert mit der Polizei zu reden und dann hat die gesagt das ist ok wenn ich mit so einem kleinen Auto rumfahre dann hat die gesagt es ist nicht ok weil es zu schnell ist dann hat die gesagt es ist mit dem Roller nicht ok für was habe ich dann einen Führerschein bekommen im Disneyland wenn ich damit nichts fahren darf dann kann ich nur den Fortnite Tanz machen klatsch den habe ich heute geübt mal schon den ganzen Tag das ist das einzige was ich machen kann und mit dem Skateboard fahren aber was soll ich denn sonst fahren und Fahrrad aber das Fahrrad ist doof weil mit dem Fahrrad kann ich nicht zu Schatzsuche fahren weil da muss ich dann auf den Berg hoch und auf den Berg wieder runter und mit dem Fahrrad ist es blöd da habe ich noch zu wenig Muskeln dass ich damit fahren kann kaufst du doch ein E-Bike gibt es nicht habe ich schon geguckt wenn du in dein kleines Auto von den Mechanikern eine Drossel einbauen lässt eine Drossel? kann man in den auch eine Drossel einbauen? müsste dann bei der Mechanik mal nachfragen wir sind gerade in der Besprechung das ist in der Besprechung ja und wie schnell darf das dann fahren? das müsste man beim PD nachfragen wir sind auch beim Marshal Service ok sonst fahren wir alle gemeinsam zum PD du fährst nicht wir nehmen dich mit ja aber was ist mit dem Auto der kann nicht da stehen dann lassen wir gleich den können wir dann nachfragen boah der ist so cool das schaut so böse aus vorne boah wir können es so machen ich fahr mal hier vorne hin und dann fahr ich mit jemandem hinterher oder? ok dann hat der der kleine Karl-Heinz sein Auto wieder guck mal weißt du was das für ein Motor ist? wer weiß was das für ein Motor da drin ist? ups wir spielen jetzt drehte Stunde wer weiß mehr das Kind oder die zwei Corporinos Entschuldigung die Marshals ja Fritte wissen sie was das für ein Motor ist? äh warte mal lass mich mal genauer angucken ein Benzinbetriebener da haben sie mal richtig wie heißen sie eigentlich? Clint ja Clint also müssen sie auch mal gucken hier drin wie was das für ein Motor ist V8 und was für einer? wie viel Hubraum? wie viel Hubraum? wie viel PS? Digga 308 B solle ja Bruder einfach die Macht deine kleine wird nass du fragst was für ein Spast? ich sag V8 das macht Krach in der Nacht mein Auftritt heute Abend zu laut auf der Straße Entschuldigung ne es ist ein V8 da haben sie recht es ist ein V8 das ist Entschuldigung ich höre voll gern die 107 Straßenband ist voll cool ne es ist eine V8 der ist also der der Herr der Herr Fritte hat recht McCain boah McCain ich hab jetzt voll Bock auf Fritten wenn ich boah boah ich hab oh doch ich hab doch welche oh ist doch ein E92 oder? gerade eins mhm E92 M3 mhm ja Herr Fritte kennt sich gut aus ja den gleichen hab ich auch in der Galage ach so haben sie auch okay dann schließe ich das ich wollte nämlich gerade ein Quiz machen wer weiß mehr der schönsten BMW Herr Klitze wissen viel weniger als der Herr Herr McCain ja das ist auch ein Schlimm ich probiere nicht von außen erkenne was das für ein Auto ist ja cool fahren wir jetzt los weil ich muss jetzt mit dem Polizisten ich wollte eh mal gucken weil ich wollte da mal reinschauen ob ich da mal so ein Praktikum machen kann bei irgendjemandem weil ich will da mal reingucken was die so machen den ganzen Tag weil mein Papa hat immer gesagt das sind so fette Donutfresser die nichts auf die Kette kriegen Alter genau so hat er gesagt ob das stimmt weiß ich nicht aber ich wollte da mal reingucken und dann wollte ich eh schauen dass wir mit mir vielleicht zusammen den Fortnite Tanz machen und dass wir so gemeinsam vielleicht mal zusammen rausgehen und mal gucken was für ein Auto ich fahren darf weil ich sage ich darf den nicht fahren die sagen ich darf den nicht fahren die sagen ich darf den nicht fahren und dann denke ich mir auch so was ist denn los so weil ich hab ich hab ja meinen Führerschein nicht umsonst im Disneyland gemacht weil sonst muss ich jetzt um Disneyland zurück und mich dort beschweren wir gucken jetzt mal gut ja dann fahren wir zur Polizei ich mag der 10 warte 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 der Herr Fritte packt gerade seine Auto und dann fährt er mit dir mit seinem BMW runter ok okay mccain 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 huha jetzt aber ganz schön kühl jetzt warum macht denn der mccain hinten so einen Lärm um die zeit weiß nicht die armen leute die da wohnen die die bringen sich doch gleich auf, wenn er so weitermacht. Die Sonne geht doch gerade auf. Ja, trotzdem. Der macht ja trotzdem so einen Lärm hier. Wenn der von meiner Haustür so einen Lärm machen würde, will ich aus dem Fenster schreien. Wo wohnst du? Altschauerberg. Das ist so lustig. Ja, der Hammock, K, die Frittenbude. Magst du mal kurz ein Stück vorfahren, weil ich stehe, glaube ich, hier oben hin wie unten. Okay, dann fahre ich mal ein Stück vor. Soll ich ein Stück vorfahren? Okay. Ich fahre schon ein Stück vor. Wie soll ich vorfahren? Ja, ich fahre ein Stück vor. Er hat gesagt, ich soll ein Stück vorfahren. Ja, der macht ja nicht. Komm mal mit. Ja, ist vielleicht besser, wenn man den hier so einparkt, weil nicht, dass wir nur abgeschleppt werden oder so. Wissen Sie, ich bin ein Naturtalent im Autofahren. Ich habe noch keinen einzigen Unfall gebaut. Achso, magst du ein BMW hier lassen, oder? Ja. Warum nehmen wir den nicht mit auf die Zentrale? Wird doch cool. Wir können den mitnehmen, wie du möchtest. Ja, ich will den mitnehmen. Dann muss da so ein Auto da bleiben. Ist mir egal. Boah, cool. Auch ein BMW M5. Können wir da mitfahren? Oh, cool. Kann man mal eins. Hast du dein Auto auf 5? Äh, ich kann nicht mal einen Schlüssel geben. Ja. Warte mal. Ich gebe mich dann gleich wieder zurück. Dann fahre ich dein Auto hin. Ja, Mann. So, bitteschön. Aufpassen, Kennzeichen ist Aikali. Okay. Voll cool. Ich habe mit ihm schon mal vor. Jo, ich komme nach. Oh, ich habe kein Trinken bekommen. Shandler hat mir vorher noch gesagt, sie bringt mir ein schönes Trinken vorbei. Weil ich gerade, ich habe nämlich schon 50 Minuten zu spät beim Streaming gefragt, kann sie mir schnell was zu trinken bringen. Und ich habe noch immer kein Trinken da. So eine Scheiße. X-Ray 4 und X-Ray 23, 10, 19, 19, 19. X-Ray 45. X-Ray 45 haben wir nicht. X-Ray 47? Wir haben auch nicht. X-Ray 17? Den gab es mal. Was ist mit dem passiert? Der ist gegangen. Warum ist der gegangen? Weil da was passiert ist. Ist er wegen Geld gegangen? Nein. Okay. Was ist passiert? Das darfst du nicht sagen. Darfst du nicht sagen. Ist der mal irgendwo ausgerutscht, hingefallen, hat sich einen kleinen Zeh gebrochen? Weil das ist mir mal passiert. Das ist mir mal passiert. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Warum fahren wir nicht über rote Ampeln, wenn wir eh Blaulicht drin haben? Soll es kein Wunder zu gehen fahren? Ja doch schon, weil wir müssen ja das schnell abklären, weil ich habe ja auch Zeit. Und Zeit ist Geld und Geld ist Zeit. Und wenn man die Zeit verstreicht in roten Ampeln, dann haben wir am Ende des Tages kein Geld mehr. Und deshalb sind wir in einer Finanzkrise. Wegen zu vielen roten Ampeln. Sind wir in einer Finanzkrise? Ja. Geld ist nichts mehr wert. Kennen Sie die Jonas Brothers? Ja, sag mal was. Baby. Baby. Die ganze Zeit, ich sage die ganze Zeit Baby. Voll cool. Boah. Der hat jetzt aber den Vorrang genommen. Nö, den hätte ich hier drauf bekommen. Nee, der hat ja rot gehabt. Oder so. Ach, keine Ahnung. Ich darf doch gar nicht links abheben. Ach so. So, dann kommt. Müssen wir das jetzt bei der Polizei anzeigen, weil wir da links abgebogen sind? Nein. Okay. Komm mal. Ja, also positiv. Das ist noch in Bearbeitung. Äh, X-Ray-V mit. Uiuiuiuiuiuiui. Jetzt würde ich vorhin noch fragen, ob ich gerade mal eine Finanzkriseanhalt, die nach Mischung bekommen könnte. Du mal, hast du den Schlüssel wieder? Ich habe ihn abgesperrt. Okay. Danke. Ja, dann voraus geht um kein eins. Okay. Bam, 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 bam. Dann such dir hier oben mal irgendwo einen Stuhl aus. Oh, oh, cool. Ich suche mal den Stuhl da aus, wo ich sitzen kann am Dings hier. Cool. Ich mag da sitzen. Dann warten wir jetzt mal kurz auf einen Polizeiofficer und dann gucken wir mal. Nein, nur 90 Luftballon. So wie dein Weg zum Horizont. Boah, der Claster war unten. Boah. Zert man ein bisschen hoch. Cool. Das ist jetzt so blöd. Ich bescheuere mir das jetzt. So, Julian, danke für den Euro. Gamer 77 zu spät. Viel Spaß beim Stream. Dankeschön, Gamer 77. Sarah-Lena Renner. Hi, kannst du mich grüßen? Meine erste Spende. Echt? Sarah-Lena Renner. Vielen Dank für zwei Euro. Brilliant. Danke für 94. Grüße mal Nico. Grüße mal Nico. Rolf-Rolf. Grüße mal bitte meinen Neffen Jens Benz. Siehe der echte Jens Benz. Löcherin. Hallo. Was ist denn passiert? Was denn los? Bin mit dem Auto gefahren und die haben mich angehalten. Naja, du bist eher vor uns geflüchtet. Nö, ich hab doch angehalten oben dann. Ja. Hab nicht gewartet, ja. Frage, warum fährst du überhaupt Auto? Boah, warte mal. Der hat ein Tattoo mit einer Schrulle dran. Guck mal. Boah, ist das seine Frau? Der ist nicht gültig. Er ist keine 18 Jahre alt. Boah, voll hübsch, du. Voll hübsch. Voll die hübsche Trulle. So sieht es dann aus. Ja, ne? Boah. Ja, das Problem ist halt, dass... Ich hab den in Disneyland gemacht. Genau, da ist das nächste Problem. Und die hat gesagt, das ist gültig. Hat die zu mir gesagt. Ja, das Problem ist, dass du damit nicht auf öffentlicher Straße fahren darfst. Erstens bist du noch viel zu jung, um einen Führerschein zu machen. Ja, aber warum hab ich den dann bekommen? Das müssten wir mal mit denen klären. Das geht eigentlich nicht. Okay. Ich hab das Thema halt mal schon öfters. Das ist voll blöd. Aber ich wollte... Das Problem ist, ich darf nix fahren. Ich darf nur mein Skateboard fahren. Ich darf weder mein kleines Auto fahren, noch darf ich meinen kleinen Roller fahren, noch darf ich mein großes Auto fahren. Das ist ein Führerschein, den er bei Disneyland bekommen hat. Das ist voll blöd. Und er dürfte damit das Auto fahren. Führerschein bei Disneyland erworben. Nicht erworben, ich hab den dort bekommen. Weil ich so gut fahren kann, haben die gesagt. Da bin ich im Cars Kirkus gefahren. Dann haben die gesagt, ich krieg den. Was musst du dafür machen, um ihn zu bekommen? Ja, mit dem Autofahren, mit dem Kachau-Auto. Mit Lightning McQueen bin ich gefahren. Und dann hat die zu mir gesagt, ich bekomme einen Führerschein, weil ich so ein guter Fahrer bin. Fährt Lightning McQueen eigentlich nicht von selber? Bist du sicher, dass du es gefahren hast? Nö, bin ich gefahren. Viele wissen das nicht im Film. Aber in den Autos drin sind Menschen, die damit fahren. Weil Autos fahren ja nicht von selbst. Das ist ja voll doof. Außer diese Tesla-Mobils. Aber die fahren auch in jeden zweiten LKW rein, wenn die gerade ausfahren müssen. Aber hör mal, du, für einen Führerschein, der gültig ist, muss man Fragen beantworten. Das ist der Sound-Auto für Spende. Meine Frage, was ist, wenn ich jetzt so einen blöden Kack Tesla fahre mit Autopilot und ich mich da als Beifahrer hinsetze, darf man das? Naja, der Tesla wird nicht fahren, wenn keiner auf dem Fahrersitz sitzt. Nö, aber wenn man so ein Beta-Fahrzeug fährt von Tesla vielleicht ja dann. So ein selbstfahrendes Stück. Also, leider dürfst du das auch nur führen, wenn sie einen Führerschein haben. Okay. Dürfen da gerne als Beifahrer drin sitzen und jemanden als Fahrer dabei haben, der einen Führerschein hat. Ja, aber ich fahre ja dann nicht. Ja, richtig. Wenn da einer dabei ist, der einen Führerschein hat, dann kannst du dich da gerne reinsetzen. Das ist kein Problem. Dann darf ich da auf mich als Fahrer reinsetzen? Nee, wenn einer auf dem Fahrersitz ist, kannst du ja nicht auch noch fahren. Das geht ja nicht. Nö. Da geht ja nur einer auf dem Fahrersitz sitzen. Das ist dann derjenige mit dem Führerschein. Mit was darf ich dann fahren, wenn ich mit nichts fahren darf? Weil ich hatte so einen Roller. Ja, Fahrrad ist doof und Skateo ist auch doof. Wie alt bist du denn? 13. Das ist das andere Spende. Drei Jahre waren, dann kannst du auch Mofa fahren, oder? Nö. Mofa ist blöd. Das sieht aus wie so ein Rollenklo. Das, was du bestimmt auch machen kannst. Was? Hast du hier irgendwie Verwandte im Staat? Ja, ich habe so eine Schwester. Dann rufst du deine Schwester an, fahren wir dir zur Kartbahn und dann kannst du dich da austoben mit dem Kart. Okay. Wo logischerweise auch nicht die Kartbahn verlassen, weil das ist dann wiederum. Komm mal kurz ehrlich. Okay. Ich ruf mal an. Vielleicht geben die ja ab. Kommt ihr, kommt ihr soweit? Hallo? 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 Ich habe eine Frage. Ja? Ich bin gerade bei der Polizei, weil ich mit dem Auto gefahren bin. Und die regen sich wieder auf, weil ich damit gefahren bin. Und jetzt haben die gesagt, wir sollen zur Kartbahn fahren und dort Spaß haben. Zur Kartbahn fahren? Mhm. Die haben gesagt, wir können dort Spaß haben und dort fahren. Okay. Den störe ich gerade. Nee. Ich habe gehört, dass es ganz viel durstige Hunde da draußen gibt. Vielleicht können wir denen ja auch noch was oder sowas bringen. Bitte was? Hallo? Ja? Ja. Ja, was willst du jetzt? Ja, ich möchte dann mit dir auf die Kartbahn fahren und dann will ich noch Trinken an durstige Hunde verteilen, weil die nichts zu trinken bekommen haben. Ja. Okay. Okay. Muss ich dich abholen? Ich glaube ja, ich bin gerade in der Polizeizentrale. Okay. Okay. Tschüss. Ja. Ob sie das Unterschwellige gecheckt hat? Mit dem das ist Durst-Sekunde. Was sind das Unterschwellige? Ich habe gerade anrufen, meine Schwester kommt jetzt. Meine Schwester kommt? Wie ist denn das? Wunderbar. Dann kann ich ihr meinen coolen Fortnite-Dance zeigen. Habe ich den ganzen Tag gelernt und geübt. Geht das? Geht das gut? Dann, äh, magst du tanzen? Nö. Okay. Ich mag nur Fortnite. Fortnite ist voll cool. Dann spiel doch lieber Fortnite als im Auto, die Straßenverkehr zu begeben, wo das halt sehr gefährlich ist. Ist schon mal aufgefallen, das sind Fortnite, die ganzen Mädels so einen richtig dicken, großen Poppes haben. So, auch in Lederanzug und so, der steht hinten voll raus. Finde ich voll cool. Die Spiele, ihr habt es so öfter, das darf ich schon spielen. Gut dann. Und die haben trotzdem aber so einen dicken, großen Poppes in so einem Lederanzug. Boah, das ist voll cool. Wir reden in der Schule über nichts anderes als über Fortnite-Poppes. Welcher Skin hat den größten und schönsten Poppes? Boah. Boah, schon cool. Cooler als Autofahrt, oder? Welches Level seid ihr in Fortnite? Seit welcher Season seid ihr dabei? Ich spiele kein Fortnite tatsächlich. Warum nicht? Hab ich keine Zeit für, ich muss Verbrecher jagen. Ach so. Wer spielt von Ihnen Fortnite? Keiner. Okay, da muss ich woanders fragen, ob man Webby-Bugs kaufen möchte. Boah, herrvoll, voll blöd hier. Oh, da kommt jemand. Hallo? Ist ihr da drinnen? Boah, ist der offen? Kann ich da rein? Hallo? Guten Tag. Spielen Sie auch Fortnite? Nein, ich spiele kein Fortnite. Nein, ich spiele kein Fortnite. Nein, ich spiele kein Fortnite. Nein, Heinz ist dein Name, ne? Ja. Kann ich mal den Führerschein von Disney-Land sehen? Ja, natürlich. Guck mal. Könnt ihr das außerhalb machen? Ja, gerne. Komm mit. Ich will aber hier drin bleiben. Hier ist voll cool. Hier sieht ziemlich schön aus. Guck mal, da ist auch so eine Couch. Da kann man sich gut hinlegen. Aua. Aui. Das sah nicht gerade gesund aus. Jetzt hat er mir den Kopf angehauen unten auf dem Boden. Hallo? Hallo. War kein Heinz. Hättest du davon, wenn ich den Disneyland-Führerschein behalte? Nö, das ist meiner. Den hab ich bekommen. Es ist meiner. Ja, aber du darfst doch keinen Arm. Doch. Er ist vom Disneyland. Der gehört mir. Den hab ich damals geschenkt bekommen in Disneyland. Wär voll blöd. Menno. Soll ich dir eine Unterschrift untergeben unter dem Führerschein? Nö. Ja, gar nichts. Dass du da was angreifst an meinem Führerschein. Den hab ich gemacht mit Kachau und Lightning McQueen. Und der ist meiner. Da nix dran rütteln. Aber du, Logan. Ja. Du bist ja auch der Mann. Die Cars-Fahrzeuge fahren eigentlich immer von selbst, oder? Er meint nämlich, er wäre ein Cars-Fahrzeug gefahren. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Dann darf ich wenigstens damit fahren. Guck, damit darf ich fahren. Hui. Damit darfst du fahren. Ja, ich muss fahren. Oh, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, nee. Jetzt haut's mich einfach durch die Maps-Sicher. Alter, die Asche. Hahaha. Hahaha. Ich leg elektrisch Stuhl. Nicht elektrisch Toilette. Hallo. Nicht elektrisch Toilette. Ich leg elektrisch Stuhl und nicht elektrisch Toilette. Boah, cool. Na, Karl-Heinz. Ich guck da mal rein, wie es hier unten aussieht. Jetzt nehmen die auch schon Kinder auf elektrisch Toilette. Ja, sag mal, Karl-Heinz, wie kommst du da? Kommt der auf den elektrischen Stuhl, wie er sagt? Nein, nein, nein. Darf ich da zugucken? Nein. Hier kommt niemand auf den elektrischen Stuhl. Elektrisch ist ein elektrisch Toilett, Bruder. Was hast du hier, Bruder? Karl-Heinz, warte mal. Habt ihr jetzt einen elektrischen Toilett oder was? Kannst du meinen Schiff von der Tür wegmachen? Ich komm mal zurück. Ich mag da rein, mal gucken. Nee, ich mag da reingucken. Karl-Heinz, hier ist es ein bisschen zu gefährdet. Nee, es ist nicht. Ich will mal gucken, was die da drin machen. Kein Bereich für Kinder. Hallo. Äh, King16, kurze Frage. Hallo. Wir haben Liebfrau, Kind und Ehe. Hallo. Hallo ihr. Warum sitzt ihr hier drin? Was habt ihr gemacht? Ja, ich lasse ihn gerade nicht in die Zelle. Wir haben gesagt, wir müssen deren Schlauch halten und ihn rücken schucken. Kommt von der anderen Seite. Okay, guck mal, was ich kann. Guck. Wo hast du das gekauft? Wo hast du das gekauft? Ich hab 50 V-Bucks für ausgegeben. Nee, ich hab das gelernt. Das ist von Fortnite. Spielt ihr auch Fortnite? Vielleicht wir brauchen V-Bucks zum Freikaufen. Nee, Office braucht mir V-Bucks zum Freikaufen. Boah, jetzt komm ich muss weg. Hallo, ich komm schon nach oben. Boah, hier ist so cool. Hier ist so viel los hier. Entschuldigung, da muss ich ja hoch, gell? Hier ist voll cool, weil hier so groß ist. Nicht alleine vorrennen. Nee, ich will zu meiner Schwester. Jo, bitte, hi. Aua, aui. Ja, wir müssen, ja, ja. Wir müssen dann gucken, wenn wir noch kommen, dann gucken. Hallo. Hallo. Au. Hallo. Oh, mach langsam mal. Hi. Hi. Boah, bist du jetzt auch Polizistin? Boah, cool. Sehe ich aus wie eine Polizistin? Nein. Ja, bist du auch Polizist? Was seid ihr denn? Was steht denn da drauf? Kinder Country of, was ist? Fire Depth. Ruf dich gleich wieder zurück, gell? Was ist Los Santos? Da steht Los Santos drauf. Was steht bei dir drauf? Mal gucken. Das hat sich wahrscheinlich wieder verschrieben. Lane County Fire Department Fire und Rescue. Cool. Jo. Er wollte mir den Führerschein vom Disneyland abnehmen, der Blöde. Ja, aber du denkst, du darfst da mit einem Auto auf dem Straßenverkehr fahren? Nö, aber die hat gesagt, ich darf. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn wir das hier abchecken, dann okay, cool. Boah, mal eine Frage. Schau, ich zeig dir mal, was ich gelernt habe. Guck mal, guck mal. Guck her, guck her, was ich kann. Das habe ich gestern den ganzen Tag einstudiert. Boah, voll blöd. Habe ich einstudiert. Jetzt mal eine Frage. Ich will auch so ein Abzeichen haben wie der da. Wann kriege ich das? Wie kriege ich denn das her? Wenn du warm bist, ne? Mit dem Führerschein gibst. Dann gebe ich dir einen Führerschein für Smaller. Nö, nö. Dann ist doch nicht so cool. Okay. Dann ist das doof. Ich mag nicht tauschen, der Herr ist blöd. Negativ ist, dass keiner vom Supreme Court da ist. Wir haben hier den Tisch nicht geputzt. Also dieser Kaffeefleck, der geht dann ewig nicht weg. Ich sag's nur. Wo ist was geputzt? Ich finde es ja noch viel witziger, dass da drüben ein Kaffee steht, der vor sich hin qualmt und daneben auch wieder ein Fleck ist. Der qualmt schon seit Jahren. Pops, warum stellst du deine Kaffeesüber? Ich glaube, du machst immer so Flecken. Bitte, was? Geh mal Kaffee. Ich komm. Ja, genau. Ich habe ja alles versaut. Ich habe noch eine Heißbedienung erst lang gesetzt. Was? Heißbedienung nicht? Haben wir jetzt weg von hier? Ich mag da nicht mehr sein. Die sind zersimmelt, ne? Ja, zersimmelt hast du die. Hallo? Drei oder Gegenscheiß. So. Kann ich nicht reden? Ich nehme das Kind jetzt mit. Währenddessen hier... Gucken Sie bitte, dass der den Führerschein mitnimmt. Das Schöne ist, er kann gerade nicht reden. Darauf ist doch ruhig. Es zwickt so ein Nerv ein, wenn man so trägt. Das ist schön. Oh, Scheiße. Tschüss, Karl-Heinz. Guck, wer nicht fahren kann. Guck, er kann nicht mehr weg. Ich bin hier raus. Ja. Hast du eine zufällig-Taste dabei? In deiner Bodentasche. Ja, groß, aber klein. Ohne. Und dafür müssen sie über 50 sein. Ciao. Ach, ist das nicht schön. So schön ruhig. So, jetzt warten wir auf den alten Mann. Ah! Hey! Hey! Was war das? Hey! Du hast ein bisschen Kaugummi. Wir müssen auch von alleine gehen. Du hast ein bisschen Kaugummi. Wir haben auch Kaugummi. Tschüss! Du, der hat Kaugummi am... Wer hat Kaugummi am wo? Schmeiß dich mal hin, bitte. Wo? Schmeiß dich hin, bitte. Danke. Okay. Jetzt geht's. Cool. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt zu McDonald's einkaufen und dann essen? Magst du was von McDonald's? Ich mag was von McOash. Boah, du hast den gleichen Popo wie bei Fortnite. Die ganzen Skins, die haben auch so ein Popo. Okay. Ist so abfällig. Können wir mit meinem Auto fahren? Nein. Doch, der steht da hinten. Komm, wir fahren mit meinem Auto. Hallo. Hallo. Boah, der klechzt aber unten. Kannst du mit meinem wegfahren? Das ist nämlich meiner. Wir sind jetzt extra mit dem coolen FD aufgekommen. Aber der darf da nicht stehen. Das klaut sonst noch wer. Hast du dich zugesperrt? Ja, aber... Und ich bin im Gelände vom Piddy, also... Nee, der ist jetzt offen. Komm, wir fahren damit, bitte. Wir fahren damit, komm. Warum hast du so einen großen Popo und die Leute dann im Piddy nicht? Soll ich euch jetzt da herfahren, oder? Ja, wir fahren so einen McSunday. Okay. Ich mag so einen McSunday haben mit Erdbeersauce. Und eins mit Kamel. Cool. Kannst du bei Mechanikern vorbeischauen? Wieso? Ja, weil es dort cool ist. Wir holen jetzt zuerst was bei Maco und dann gehen wir zum McDonalds. Ja, aber ich habe noch McDonalds Sachen. Ja, wie jetzt? Ja, ich mag jetzt doch nicht zum McDonalds. Ich mag zum Mechaniker. Gut, warte, ich muss Bescheid geben. Mhm. Boah, da ist laut, weil der blöde Typ da abhebt. Ich bin kurz im Kopf. Ich hol mir mal schnell was. Jetzt hol ich mal was zu trinken. Endspad. Ja, ich kann nicht mehr. So. Irgendwann was zu trinken gegönnt. Excuse me. Excuse me. Ach, kein Ton, ne? Jetzt war der Ton weg. Wir haben keinen Ton im Haus, by the way. Bei 1 zu 7 war bald. Da ist gleich bald wieder ein Ton im Haus. Das ist das einzig Gute. Ich habe eine Idee. Ich habe gerade die Idee meines Lebens. Ich frage, ob ich hier im Rasenmäher kommen soll. Wegen den kleinen Dingern da. Was ist los? Ist voll gepackt. Oh mein Gott. Guck sie dir an, wie sie da sitzen. Wo? Wo sitzen die? Warum ist hier zu? Machen die gerade... Warte mal, wir schauen, dass wir sie hier rein können. Hier ist offen. Wer hat das Lager offen gelassen? Ich will mich da auch hinsetzen. Du wirst dich wieder verfolgt von den Polizisten. Okay, dann ist er gut. Das ist keine Polizei. Das ist noch schlimmer. Ich will mich da auch hinsetzen. Ich glaube, das ist Rayleigh. Hallo. Das ist Traum. Guten Abend. Hallo. Such dir Karl-Heinz. Du kannst jetzt gehen. Ich wollte eigentlich nur mich hier hinsetzen und dabei sein. Was auch immer die machen. Das ist aber ganz schön gemeint, dass du Jenny so beleidigst. Was? Was? Nee, Jenny hat 1,56. Das ist kein Problem. Die zählt nur die Augen auf. Na gut, auf die Spaß. Dann ruf mich heute bitte auch nicht mehr an. Okay, tschüss. Nee, war nur Spaß. Ich komme gleich. Ich wollte noch was fragen. Verkauft wer von euch Lachgas? Peter. Weil wir wollen Go-Kart fahren gehen und ich will den Unfall einen Vorteil haben, weil ich schneller fahren will. Und gucken wir mal, was auf der Insel los ist, ne? Ja, die hast du noch kurz eine Minute. Alles klar. Ja, klar. So. Peter, machst du Lachgas? Okay, geht's dir gut. Nee, das macht Chemie. Lachgas an drei Zähnen verkaufen. Wer möchte dafür haften? Na gut, das kann ja auch sein, dass du das an dein Fahrrad klemmen willst. Nee, ich will Go-Kart fahren mit den Jungs und Mädels und deshalb wollte ich da ein bisschen schneller sein. Was? Das ist aber nicht so gesund. Warum? Einfach ins Go-Kart reinhängen? Ja, ja, aber das ist ja dann schon sehr schnell, ne? Ja, weiß ich, deshalb will ich's doch. Okay. Sonst will ich's ja nicht kaufen, oder warum verkauft ihr das sonst? Damit sich die Leute einen reindübeln können, oder was? So auf die Art, ja. Ach so, okay. Also seid jetzt auch schon Drogenhändler oder so. Nee, nee, Lachgas ist keine Droge, ja. Gibt's auch beim Zahnarzt, ne? Nö. Mhm. Ich glaube, ich hab auch Lachgas. Aber es ist halt unfair, wenn du als einzig damit Lachgas fährst, ne? Nö, ich bin ja kleiner als die, dann ist das fair. Ach so, ja, aber du wiegst ja dann schon weniger, das Kehrt fährt der Automatisch so schneller. Ja, genau, deshalb ist es schon fair, weil ich halt kleiner bin und so. Ach so, okay. Komm nicht so gut ans Pedal und seh nicht so gut übers Lenkrad. Matthew, hattest du kleine Geschwister, die immer gewinnen wollten? Das ist normal, ja. Guten Tag. Hast du jetzt schon verkauft, Matthew, oder was? Nee, nee, ich hab keine dabei. Wie bitte? Ach so, alles da. Wir hatten's dabei. 500 Dollar von dir, bitte. Ich will zwei Flaschen. Ja, deswegen auch 500 Dollar. Ach so, kosten die nur 500, ach so, ja, gut. Noch, ja. Noch. Also, werden die teurer? Hm, müssen sie ja. Okay, warum müssen sie? Weil es halt viele böse Buben gibt, die das PD damit ärgern. Ach so. Ja. Ach so, und das PD ist dann so blöd und sagt dann, das müssen wir teurer machen, und gehen zum Start und sagen, das geht so nicht. Sind die selber schuld, die Blöden. Gut. Wir gehen jetzt, danke, tschüss. Tschüss. Tschüss, man sieht sich immer zweimal. Tschüss, alter Mann. Selber alt, alter Sack. Tschüss, Matthew. Er meinte mich. Oh, warte. Er meinte mich. Wer ist denn der Matthew? Wo ist der, ist der Ferrari-Fahrer? Ja. Hier. Der Ferrari ist voll blöd. Tschüss. Ist nämlich Käse-Fahrer, der ist nämlich gelb. Tschüss. Das ist der Ferrari. Jetzt fahren wir, komm. Wir fahren jetzt. Wo fahren wir, fahren wir jetzt Laser-Gugard fahren, oder wo fahren wir Gugard fahren? Wo du magst. Ach so, ich hab den Schle... Ich hab den Schle... Upsi. Oh, du musst aufhören, ich muss zuerst einsteigen. So, ist das doof. Fahren wir Gugard fahren? Ja, welche? Ja, die Laser-Gugard-Bahn, die ist besser. Die ist cool. Ja, da bleibt man nicht drin stecken, wenn man blöd fährt. Ja. Die ist da oben, ne? Ja. Mhm. Kann man bei euch Praktikum machen bei der Feuerwehr? Ja, sicher. Ich will mich auch mal... Ich hab nämlich... Also, es war so ein Spiel Feuerwehrmann. Wenn ich am Klo bin, dann muss ich die Feuer löschen. Und dann... Mit dem Schlauch, ne? Ja, mit dem Schlauch. Und dann spüle ich dorthin und dann bin ich ein echter Feuerwehrmann und so ein richtiger Held. Ja, wann möchtest du? Weiß nicht. Heute. Nach dem Gugard fahren. Ich würde gerne mal auch so einen Schlauch halten. Weil ich glaube, ich bin gut im Schlauch halten. Weil ich kann bei mir zu Hause gut meinen Schlauch halten. Mhm. Und ich bin auch treffsicher. Ja, okay. Können wir machen. Mhm. Cool. Und jetzt drück mal den Hobel. Komm, drück mal rein da. Cool. Oder? Mhm. Mhm. Cool. Ich mache Praktikum bei der Feuerwehr. Ja. Ist das geil. Brilliant. Aber begrüßt genau. Ben Klein und Jefferson Smoke sind beide mit 1 Euro dabei. Dankeschön. Hazing Frog, Jonathan, Maura, Kaxi, Lua und mehr. 52 sind VIP geworden. Dankeschön. Bayern Lex Play. Dankbar für 10 Euro. Anderleurin Tiger. Ich war gestern mit Freddy live auf Insta. Kurz geht raus. Anderleurin Tiger. Easy 1 zu 7. Moin stream. Beste YouTuber. Schau alle deine Streams. Erste Spende. Hoffe dir. Und Schandal geht's gut. Dankeschön. Easy 1 zu 7. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Line High. Verstell mal deine Karl-Hein-Stimme auf dem alten Mann bei der Polizeikontrolle. Lustig. Hab ich sogar mal probiert. Oh, schon wieder Schiss. Äh, John Milton, 1995. Findest du OOC-MRP ein Problem? Ich habe meinen No-Pix-Lardcore-Play getestet und kein Interessiertes, ob man OOC redet. Was meinst du dazu? Generell, auf USA-Service ist das kein Problem. Also ich finde, OOC-Talk gehört nicht ins RP. Das ist, äh, machen wir gar nicht. Also bei uns ist das ein Regelverstoß, OOC-Reden. Wir haben auch nicht mal einen OOC-Chat oben. Das Einzige, was wir haben, ist ein Support. Also Slave-Support. Und dann kommt halt die Polizei. Also die, äh, ne, bis schon diese, äh, Homeland Security kommt an Polizei. Fahrst du auch mit? Joa, kann ich. Bist du auch schnell? Wir sind letztens schon mal gefahren. Ich war auf Platz 2. Boah, cool. Ja, weil letztens war blöd, weil da waren so blöde Leute dabei, die nicht fahren haben können. Also warst du nicht so einer. Okay, cool. Der Junge würde gerne dann bei uns Praktikum machen heute. Ja, ich will gucken, was man machen kann dort. Ja, genau. Boah, was guckt denn er so blöd? Schau. Der fahrt hier im Kreis und hupt uns an. Warte, wenn er jetzt nochmal reinfährt, dann mach ich den fertig. Schau mal. Nochmal, guck. Du blöder, du. Du blöder. Oh, Hilfe. 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 Der will mich. Hilfe. Hilfe. Ich hab nix gemacht. Hehehe. Warte, ich helf. Ich helf. Eh. 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 Schienenrecht, ne? Ja, ja, ist schon... Eh, eh. Ist er nicht. Du blöder Mann, du. 50 mal hupen. Kommt jetzt eigentlich die Polizei, weil wir den da rausgeholt haben? Ist mir auch relativ scheißegal. Okay, komm, gehen wir Go-Kart fahren. Hihihihi. Äh. Dankeschön an Christoph. Krieg fürs Switwerden. Dann haben wir hier noch... Äh, Dominik Stracke, Kiri... Was? Kirito Richter und Alexander Mercurio und Affen mit Waffen. Guck mal, alles 4Ps geworden. Kuss geht raus. Soll ich machen oder macht ihr? Macht du doch. Mach ich, cool. Classic Race. Battle Race. Ist fertig. Wir fahren. Komm. Alle rein da. Sonst ist Ende Gelände. Tschüss. Tschüss. Boah, cool. Jetzt mach ich das das zweite Mal und ich hab extra Nitro gekauft. Wir fahren auch ein Battle-Rennen. Das heißt, wir können uns gegenseitig Bananen schalen und so hinten wie bei Mario Kart. Voll cool. Hallo? Wo ist die denn hin? Das frage ich mich gerade auch. Ich hoffe, die ist nicht runtergefallen. Ba 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 ba. Man muss aufpassen bei Fahrstühlen da. Kann es mal passieren, dass man runterfällt oder so. Joa. Au. Ich ruf sie mal kurz an. Stecken wir jetzt fest. Ach so, doch nicht. Ne, wir sind da. Und wo ist sie jetzt hin? Ich ruf sie mal an. Ach, da ist sie. Hallo. Wo warst denn du? Da hast du schon einen anderen Vorstuhl genommen. Cool. Ne, eigentlich nicht. Komm, wir fahren. Oh ja, jeder dasselbe. Alle beigetreten? Joa. Okay. Ich wette, was mich haut es da wieder raus. Ich wette, was ich bin da wieder nicht drin. Eigentlich schon einmal so, dass der nicht dabei war beim Beitreten. Aber mal schauen. Ja, genau das, was letztes Mal passiert ist. Hä? Es ist so verpackt, Alter. Es ist so verpackt. Was führst du auf, Bruder? Was los mit dir? Ja, hat schon wieder passiert. Ja, was machst du denn? Das ist blödes Spiel. Du bist anscheinend blöd. Nö. Wie los? Wie los? Ah, Boost. Ich probiere hier mal ein Ding reinhauen. Äh, ja. Oh, ne. Oh, ne. Ah, ne. Ah, ne. Ist das fies. Okay, also Noss bringt sich hier nichts. Aber der Boost bringt sich was. Man hat Nossflash umsonst reingeschallert hier. Der fährt denn da vorne so gut? Alter, oh mein Gott. Der fährt übelst gut hier vorne. Komm ich ja niemals hinterher. Und ich, weißt du, ich dachte so einmal Noss reinballern passt schon. Oh nein. Alter, das ist so fies. Äh, heh, 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 heh. Er hat gemobbt. Alter, was ist denn los mit mir? Ich bin jetzt mal so gut gefahren. Nee, das ist voll blöd. Jetzt mal bin ich so flawless gefahren und jetzt? Guck dich das an. Blöd. Sekundenart pro am, am, guck auf, wie schnell die sind. Warum sind die so schnell? Ist denn langsam? Ich komm nicht hinterher. Ah. Das mit dem Spike hat nicht funktioniert. Das ist der Sound auf der Spinde. Der Sound auf der Spinde. Komm nicht hinterher. Oh, der baut jetzt vorher irgendwo so einen großen Unfall. Das wird er mal. Ich so ein bisschen hinterherkommen. Aber das sieht schlecht aus für uns, Leute. Das sieht sehr schlecht aus gerade. Oh mein Gott, der Boost war schlecht gesetzt. Niemals in der Kurve einen Boost setzen. Regel Nummer Uno. Ich mach's einfach. Boost gesetzt. Muss los. Ey, der ist ja, der ist ja, der ist ja kilometerweit vor uns. Oh nee, ey, oder? So, Spikes. Das war echt ein Shit zusammen. Also, die Spikes sind echt fies. Guck mal, ich seh den gar nicht mehr. Das war eine Berge, der eine Dude. Also, wenn du da mal erster Platz bist, guck dir das an. Alter, wieder über die scheiß Spikes gefahren. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Nein, Alter. Diese Spikes. Das ist so fies. Ah, nee, Alter. Ich muss aber boosten hier. Komm, 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 komm. Was ist denn da gerade passiert? Zweiter! Immerhin! Cool. Hey, ich bin Zweiter. Boah, voll cool. Warum warst du so schnell? Ja, ich kann ein bisschen fahren. Mhm, man merkt's. Das war jetzt voll cool. Ich will meine normalen Klamotten wieder haben. Nö. Wir nehmen mit und verkaufen auf Ebay. Hallo, ich will meine normalen... Nee, die verkaufen jetzt auf Ebay. Komm schnell, bevor die Polizei kommt. Soll ich nicht fahren? Komm, wir fahren. Nee, komm, wir fahren. Aussteigen. Warum? Aussteigen. Ich will fahren. Komm, steck ein. Aussteigen. Vertrau mir. Aussteigen. Wenn du heute noch ein Praktikum machen willst, dann steigst du jetzt aus. Oh, Meno. Ja. Oh, Meno. Zitze. Ja, aber dann fahr mal schnell. Ich fährst immer so langsam wie so eine kleine Krücke. Ach, weiss. Doch. Fahr mal schneller. Arme Schandle, ich sie noch weggeschubst hab am Ende. So, ähm. Dankeschön an Master 12LP Enkeltrick oder was sowas von. Heid Jan, die Grüße aus der Steifenmarkt. Ganz schön zurück. Sebastian Berli. Das ist meine erste Spende. Ich bin seit 400k dabei. Kannst du mich grüßen und bist der Beste. Sebastian Berli, grüß mal. Und danke mal für 1,07 Euro. Grüß an alle Mods und an deine Schandle. Bekomm ich in Herzregen. Herzregen ist grad schwer, aber komm, wir hauen mal ein Like. Hab brauchst du was. Das ist gerade dazu fast. Auf die. Auf die 8000 Likes für Anni die Ente. Heute wird wieder Anni zur Ente verwandelt. So, äh. Bus und Bahnspotter. Mönchengladbach. Guten Abend zusammen. Ich feier dich und deinen Radlfahrer. Bleib fürs Dankeschön. Äh. Und dann nochmal Sebastian. Kuss geht nochmal raus an dich. Ähm. Dann nochmal hier hoch scrolls. Äh. Krass. Philipp Dank für 90 Cent. Dann Krafti. Jeko Zett und Michel Schmur sind wir blieb geworden. Emsel. Dank für 90 Cent. Dann Captain Check 2. Danke für eine Euro. Und dann Kev ST haut raus. Ist der Beste auf Eider suchen. Darm. Bettkiller. Moinig schön. Seit lange wieder. Da auf einem Stream ist mehr. Das ist schon ein Bettkiller. Dann haben wir noch Michael Schmur nochmal. Dankeschön für 99. Bettkiller. Wann ist die Bewährungsphase wieder geöffnet? Das ist eine gute Frage, die ich jeden im Stream gestellt bekomme. Aber ich darf euch darauf hinweisen. Das erfährt. Das erfahrt ihr jetzt hier gerade live im Stream. Am 22. Am 22. 2022 ist die nächste Bewährungsphase offen. Also 22. Der Zweiter. Könnt ihr euch eintragen. Da ist dann im Forum wieder die Phase offen. Habt ihr jetzt bei mir ja zuerst gehört. Ankündigen wir es nochmal auf Instagram. Für die es irgendwie verpassen sollten. Dass es dann soweit ist. Ich kann nicht mehr reden. Einfach auf Instagram folgen, genau. Ja, Antle Monke. Danke für ein Euro und zwei Cent. Moin, wie geht's? Wann kommt wieder GrandRP? Die Tag ich werde die Woche noch GrandRP zocken. Irgendwie was tust ich mal mit Karl-Heinz GrandRP zocken. Das würde ich irgendwie feiern. Aber mal schauen. Äh, Monty, danke für ein Euro. Dann Roxy von... Ist das jetzt auch wieder so ein Ding, wo man mich verarscht will? Ja, keine Ahnung. Äh, Flash, 7A. Danke fürs Resum. Der Live, danke für ein Euro. Und was haben wir hier noch? Oh Mann, ich muss weiter hochscrollen. Den Kevin Stoiber. Ist der beste Mal weiter so. Und ein gutes neues, danke schon. Und Andel, der Enterisch. Wollten sie Quack-Quack ein Quack-Kennzeichen auf Quack kaufen? Genau das verstehe ich jedes Mal, wenn ich mit Andel rede. Jojo Schneider, danke für 499. Schreibt nichts dazu. Little Tone ist auch dabei. Heimel, erste Spende. Schaue, da ist es echt gerne. Und du munterst mich immer auf. Kuss geht raus an dich. Dann de... Was? Stickiest... Foot? Okay, danke fürs Wippwerden. 400, danke. 5 Euro, erste Spende. Kios, bin gespannt, ob du meinen Namen richtig aussprichst. Kios, würde ich sagen. Also Kios, würde ich sagen. Da ist aber ein Q drin, ne? Oder K-Kos. Aber ich denke mal, Kios soll das heißen. Game-Profi wird gegrüßt. Dankeschön. Und der Flash, bist der Beste. Ist immer schon am Abend, einen Stream zu schauen. Mach weiter, so kurz. Also ein Flash. Dann Torbinius Winterberg, na? Für 19 Cent. Eugene ist auch wieder dabei. Wird wieder gegrüßt. Und Shady M-Boy, danke für 19 Cent. Jetzt habe ich alles vorgelesen. Perfekt. Hört ihr auch dazu? So hart. Der Herr, hallo? Rauchen ist ungesund, der Herr. Rauchen ist ungesund. Sie sollten damit aufhören. Warten Sie, ich mache den seine Zigarette weg. Der soll aufhören, weil das ist... Aufhören zum Rauchen. Sie müssen aufhören zum Rauchen. Das ist ungesund, was sie machen. Ich schlage ihm sonst die Zigarette weg. Sie sind Feuerwehrmann. Sie sollten es besser wissen. Vor allem, wenn man raucht, kann man auch ein Feuer... Feuer... Danke. Weil der muss aufhören mit Rauchen. Sie sollen damit aufhören. Haben Sie gesehen? Die sollen aufhören. Brav. Und hier macht man jetzt das Praktikum hier drin. Boah, cool. Boah, ist da voll... Oh, Feuerwehrauto, 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 Feuerwehrauto. Feuerwehrauto, Feuerwehrauto, Feuerwehr. Boah, wie cool. Wie cool. Boah, voll cool. Ah. Kann ich da auf die Leiter drauf und dann mit der Leiter irgendwo nach oben? Ja, können wir auch. Boah, voll cool. Wie, weil... Muss ich aber erst rausfahren, warte. Wie, die Leiter geht dann hoch, oder wie? Ja, die geht nach oben. Boah, cool. Ich will auch bei der Feuerwehr arbeiten, wenn ich groß bin. Ich bin im Feuerwehrauto drin. Schau mal. Ja, komm mal bitte raus, sonst kann ich nicht rausfahren. Okay. Warte, ich helfe dir. Nee, ist okay. Ich mag beim Rausfahren oben mitstehen. Da will ich da auf der Plattform stehen. Und einen Fortnite-Tanz machen. Ba, 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 ba. Du musst schon runtergehen, sonst fällst du runter, wenn ich jetzt rausfahre. Aber darum fahr... Ich fahr... Ich bin... Ich kann mich doch festhalten. Okay. Ja, warte bitte unten, okay? Okay. Entschuldigung. Ich wollte noch einen Fortnite-Tanz machen da oben. Solange du da oben stehst, fahre ich nicht raus. Okay, ich hör auf. Ich verspreche es. Boah, cool. Entschuldigung, jetzt geht's. Boah. Boah, das ist riesig. Das ist riesengroß, oha. Boah. Ich will mich da jetzt draufstellen, jetzt machst du den an, oder wie? Oh. Oh. Äh. Äh, cool. Oh, cool. Oha. Oh, das dreht sich ja, guck. Guck, das dreht sich. Ja. Kannst du das ausfahren weiter? Ich kann nicht nur das runterfahren. Nee, ganz weit ausfahren. Ganz hoch nach oben. Wie ist lang gehst du mal mit hoch? Geht nicht mehr? Hm? Doch. Gehst du mal mit hoch? Nicht, dass er runterfällt. Ja, ja, ja. Ja, wir gehen gemeinsam. Und mach ganz nach oben, so steil wie geht. Boah, cool. Uh. Oh, bitte pass auf. Nee, ich pass schon auf. Das ist der Sandor. Kann man da runterfallen, irgendwie? Ja. Ja. Okay, da muss man sich gut festhalten. So. Und wo kann man, wo kann man da jetzt? Ach so, da vorne ist ein Schlauch. Darf ich da nach vorne hin? Ja, das geht jetzt ein bisschen schwer, du. Ja, ich wollte, ja, dann musst du mal runter. Ich wollte da vorne sein. Boah, cool. Hallo. Hallo, guten Tag. Boah, das ist voll cool. Ich wollte schon immer mal auf so einem Feuerwehrauto drauf sein. So, ich bin mal vorne oben, warte, so. Ist du da? Langsam. Ja. Mehr ausfahren. Mehr ausfahren. Mehr, mehr. Größer, 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 größer. Mach's größer. Jetzt bist du wieder vor mir. Ich mag da. Boah, Entschuldigung. Ich wollte oben sein. Alles gut. Ja, 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 ja. So, warte. Jetzt der Fortnite-Tanz. Krach. Geht's dir gut? Ich höre das von hier oben, wie du mich nennst. Das ist nicht sehr nett. Ich komme. Hast du dir wehgetan? Ja. Entschuldigung. Aber ich habe gesagt, ich will vorrennen. Ja. Also, irgendwie bist du selber schuld. Aber deswegen musst du... Na, na, na. Du hast mich geschubst, der Herr. Nö, du bist... Ich habe niemanden geschubst. Du bist dann runter, weil ich... Weil du dich vorgedrängelt hast. Du hast... Nö. Voll blöd. Boah, cool. Ich schaue mir das da drin mal an, gell? Kannst du noch ein bisschen weiter? Genau. Hallo. Hallo. Ist das ihr Feuerwehrauto? Äh, ja, das ist meins. Cool. Kann das auch spritzen? Äh, ja, es kann auch Wasser spritzen. Na klar. Cool. Boah. Kannst du dir das mal zeigen? Mhm. Ja? Ja, ich will das sehen. Ja, weil der drüben hat nur eine Leiter zum Ausfahren. Jetzt. Oh, geht die Tür jetzt nicht mehr auf. Ja, vielleicht haben sie es kaputt gemacht. Ja, das könnte wohl möglich sein. Ich war gerade am Kofferraum dran. Jetzt geht's auf. Mhm. Wo bist du? Komm her. Und was? Willst du mal mit Schlauch spielen? Ja, ich... Er hat gesagt, wir können uns das mal angucken. Warte kurz. Wegen Wasserspritzen und so. Fahrzeug ist offen. Oh, Käpt'n, mein Käpt'n nutzen. Boah, cool. Servus, Köi. Wie geht's? Wie steht's? Grüß dich auch. Ich, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre runter, bitte das Ganze. Ja, klar. Ich verstecke mich hinterher. Komm mal. Ich überlasse es dem Käpt'n mal. Ich hab ne Weste an. Komm mal her. Ich hab ne Weste an. Ich geb dir einmal den Schlauch runter und den Ganze dann einmal mit dem... Äh, mit dem Edwin-Muskel kannst du den einmal nehmen. Guck mal, guck mal. Guck mal, das ist schwer, schwer. Boah, cool. Danke. Nicht auf, Leute. Warum? Wenn ich da drauf sprühe, ist halt der weg, oder was? Mhm. Cool. Das tut sehr weh, ja. Und wie macht man denn auf? Ich mach das sonst draus. Ich spitz. Ja, genau. Dann mach's draußen am besten. Oh, oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich hab nur drauf gedrückt. Ich hab... Achso, man muss das hier visieren und dann... Genau, dann... Boah. Wasser Marsch. Oh, oh, Hilfe. Ah. Oh, oh. Oh mein Gott. Aua. Der Druck ist, glaube ich, zu heftig. Ja. Geht's dir gut? Ja? Nein, mir geht's gut. Ich probier's mal draußen. Vielleicht ist's da besser. Ich hab den Schlauch kaputt gemacht. Ich muss ihn zurück tun. Ich hab den kaputt gemacht. Das hat er 5 Bar. Das hat er 5 Bar. Mhm. Autowaschanlage. Wir waschen ihre Aut... Autowaschanlage. Autowaschanlage. Wir waschen Autos. Autos. Autowaschanlage. Ich... Ich putz mal das Haus für euch. Hausputz. Wir putzen mal das Haus. Hui. Hausputz. Aua. Aua. Ich hab das Haus geputzt. Boah, ist schon cool. Aber man muss aufpassen. Wenn man das nicht hält, dann haut's einen weg damit. Aber ist cool. Halb voll. Mhm. Boah, aber voll cool. Und damit kann man dann Feuer löschen. Ja. Ja. Oh, cool. Mal nochmal nachlöschen. Weiß nicht, ob das jetzt... Das Feuer kommt dann. Mhm. Kann ich mich dann mal umsehen, wie's hier aussieht hier drin? Are you kidding me? Wir schreiten da so. Ah, hier kommt man rein. Oh, cool. Ja, da kommt man eh rein. Wir laufen uns hier mal ein bisschen. Ach ja, ist ja... Stimmt, ist ja so riesig hier. Wir gehen mal hier alles angucken. Praktikum bei der Feuerwehr. Hallo. Ich muss dir mal einen Weg zeigen. Der ist nicht hier. Der ist hier weiter drüben. Wir müssen nicht viel weiter rüber gehen. Dann funktioniert das. Sehen Sie? Hallo, der Herr. Sie müssen aufpassen. Hier geht's steil runter, die Treppe. Geht steil die Treppe runter, der Herr. Da müssen Sie aufpassen. Halten Sie sich gut fest. Hier geht's nämlich die Treppen runter. Wenn Sie sich nicht festhalten, haut Sie hier... Oh, Hilfe! 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 Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie müssen bei der Treppe aufpassen, der Herr. Guck mal, da ist so einer, der mag mich jetzt nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur gesagt, er muss aufpassen mit der Treppe. Oh, dankeschön. Da schlägt keine Kinder, du Idiot. Oh, wie nett. Dankeschön. Ich guck mir mal alles so an. Boah, kann man da auch rutschen? Boah, da kann man rutschen. Oh, was ist hier drin? Entertainment? Boah, da schreit aber wer. Kann man da runterrutschen? Ja. Cool, kann ich... Du musst dich aber gut festhalten. Festhalten, okay. Ja, sehr gut festhalten. Okay. Hui! Cool. Aua. Äh, cool. Sorry. Ja, hier ist voll Knorke drin. Ist cool da drin. Oh, Polizei. Hallo, Herr Fritte. Achso, sie sind nicht Herr Fritte. Herr Fritte ist ja bei den Marshals. Herr Fritte? Herr Mr. McCain. Achso, wieso heißt der Fritte? Ja, weil es diese McCain-Fritten gibt. Da hab ich gesagt, ob er Mr. Fritte ist. Herr McCain? Fahrzeugteamfälle ist negativ. Ist doch so. Entschuldigung, ich hab Autos angespritzt. Vielleicht deshalb. Hallo, Jake. Pack das weg. Was denn vor? Plopp. Plipp, plopp. Ja, gut. Er hätte das Auto offen stehen lassen. Wenn ja, können wir damit mal ne Runde fahren. Auch schade. Wollt schon immer mal ein Polizeiauto fahren. Plopp, plopp. Plipp, plopp. Und weg war er. Das macht man aber nicht. Herr Officer, Rückleuchten sind kaputt. Mögt ihr auch die Polizei nicht? Oder wie sieht's bei euch aus? Nein, die sind super. Ich mag sie nicht. Die stinken und die sind blöd zu mir. Ein paar mag ich ein paar nicht. Welchen magst du nicht? Das sag ich nicht. Achso. Achso, okay. Schau mal. Ich esse gerade Mr. Fritte esse ich gerade. Mr. Fritte. Achso. Herr McCain, ja. Und der eine hieß Herr Klitt, aber das ist eine andere Story, hat er mir erzählt. Äh. Boah, ich hab einen Wohnapp. Ah, ne, Clint hieß der. Entschuldigung, Clint. Clint. Und der Herr McCain hieß mit Vornamen irgendwas mit Ford. Wer war nochmal der Vorname von Ford? Nichts beim letzten Brand. Äh, Mercedes? Nein, der von Ford, Ford irgendwas mit Vorname. Harrison. Ne, nicht Harrison Ford. Wie hieß der? Henry Ford. Henry Ford. War das Henry? Ja. Keine Ahnung. Oder Jefferson. Jefferson hieß er, glaube ich. Jefferson McGill. Es wäre schön, wenn ein Auftrag oder so reinkommen würde. Ich will mitfahren. Ja, deswegen. Hab ich euch schon gezeigt, dass ich meinen Fortnite tanzen kann? Klatsch. Oh, da ist jemand aggressiv dahin. Boah, warte mal. Den muss ich jetzt... Du blöder, du. Oh, Entschuldigung. Oh, ich hab gedacht, es wäre ein Kopfloser. Jetzt hab ich den gehauen. Oh mein Gott, tut mir leid. Du entschuldigst mich jetzt. Nee, ich hab gedacht, es wäre ein Kopfloser. Der war genauso angezogen. Tut mir leid, ich hab gedacht, sie wären kopflos. Jetzt hab ich sie gehauen. Ich dachte, sie verfolgen ihn. Sie sehen genauso aus wie der Typ, der vorher drin war. Tut mir leid. Alles Gute, mir geht. Ich wollte sie nicht hauen. Ach, Menno. Hast du einen Helm? Nö. Ich hab gar nichts. Tut mir leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Warte, ich hab was für sie. Warten sie. Passt, alles Gute. Aber geben sie nicht gleich alles auf einmal aus. Oh, danke, danke. Oh, ist das traurig. Stecken im Schirm. Ja, warum ziehen sie sich auch so an wie der Typ da hinten? Ja, die Kollegen vom AMR parken ihre Autos gerne in Bäumen. Ah, das stimmt. Dr. Hayes, Hashtag. Wenn nur ein Feuer irgendwo ausbrechen wird, wäre es echt schön. Dann könnte er gerne mich fahren. Kann ich denn auch mit dem Tattoo-Tata-Auto mitfahren? So, Tattoo-Tata, die Feuerwehr ist da und spritzt sie ab. Da-da-da-da-da. Ich denke, oder? Hm. Huch. Hoppala, Entschuldigung. Sind selber schuld. Au. Sie müssen aufpassen. Ich fasse Skateboard, wo ich will und wann ich will. Jetzt ziehen wir mal eine neue Weste an. Sind sie in da? Ja, korrekt. Cool. Jetzt bin ich in, weil ich neben in da sitze. Oh, mein Gott. Das fragt man nicht. Fragt man sowas nicht? Aber der sieht doch aus wie so ein Inder, oder? Alles gut. Sind sie der Inder von Tinder? Ja, genau. Oh, cool. Ja, aber die hat mal über sie was geredet. Sie hat gemeint, sie ist insgeheim verliebt in sie, glaube ich. Ja, genau. Ich hab nur gesagt... Ja, komm. Die hat mir das mal erzählt. Das ist ein Bullshit. Es ist meine große Schwester und sie hat mir erzählt, sie mag sie doch etwas mehr als erwartet. Ja, meine große Schwester. Doch etwas mehr als erwartet. Mhm. Ja. Wie war das mal noch von Toni, das eine Mal? So, was? Mit Test und so? Wir reden darüber nicht. Nein. Nein, ich will wissen, was ist da passiert. Nein, 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 nein. Was ist da passiert? Jetzt will ich das wissen. Na, nichts. Doch, jetzt will ich das wissen. Ja, also positiv. Waren, nochmal großflächig ablöschen mit Dach ETC. Waren bricht endlich mal wo ein Feuer aus, sonst gehen wir ein Feuer legen. Ja, ich muss... Das wünscht man sich nicht. Boah, cool. Er startet jetzt den Helikopter, glaube ich. Startet der hier, oder? Äh, ja. Er guckt nur schnell, ob beim letzten Feuer was ausgebrochen ist. Sobald es okay ist, und dann können wir zum nächsten fahren. Okay. Okay, cool. Du kannst ja mit dem Inder mal sprechen. Mit wem? Mit Inder. Mit Inder? Sehr humorvoll. Bei dem Einsatzhelikopter. Mh, ich habe einen Flachwitz für sie. Du kannst mal seine Katze streicheln. Ja. Du musst nur mal gucken, ob ich den noch hier aufpassen. Was ist... Was ist schlimmer als ein totes Kind? Aber der flitzt wird. Ach nee, die ging das nochmal. Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Nein, den erzählst du nicht. Nein, den erzählst du nicht. Warum nicht? Nein, der ist nicht schön. Warum? Der ist nicht lustig. Nein. Warum ist das nicht lustig? Ich bin gleich wieder da. Das ist nicht lustig. Doch, das ist lustig. Boah, voll doof. Haben Sie einen lustigen Humorwitz? Ich. Ich hätte gesagt, sie sind witzig. Dann erzählen Sie mal. Ja, genau den richtigen. Genau, genau den richtigen. Was macht eine Schnecke auf einer Schildkröte? Hui. Ja, das ist schlecht. Haben Sie noch einen lustigen Witz? Der war überhaupt nicht witzig. Ja, tut mir leid. Okay. Ich habe einen Witz. Was ist schlimmer als Sexbabys in einer Mülltonne? Ein Baby in sechs Mülltonnen. Den hat mir mein Papi beigebracht. Haben Sie noch einen lustigen Witz? Aber welchen lustigen? Ich habe einen von Willi letztes Mal gehört. Er hat auch was mit Schnecken zu tun. Ja, dann erzähl mal. Ja. Warum essen Franzosen Schnecken? Keine Ahnung. Weil sie kein Fastfood mögen. Oh, der ist aber schlecht. Boah. War irgendjemand hinter... Boah. Alter. Boah. War irgendjemand hinter... Ich habe das Klo verstopft. Entschuldigung. Ich habe es nicht runterbekommen. Was? Wo brennt es? Was? Hinter dem FD. War jemand da hinten rauben? Nö. Da hinten brennt es. Boah, cool. Boah, boah. Wo brennt es denn? Boah. Boah, gegen eine Gaskanister. Da müssen wir aufpassen, Jungs. Ich stelle mich da hinterher, dass nichts passieren kann. Ja, aber das ist... Flamme will gas. Keep fire or flames away. No smoking. Da hinten weg. Ach so. Okay. Okay, warte. Ja, warte. Ich muss hier hoch. Dann komme ich hier weg. Müssen wir weg. Hier ist Giftbier's brandgefährlich. Hast du... Hast du niemals den Tank... Oh, nein. Ach, Entschuldigung. Du bist für den Jack gleich zusammencheißen, den alten Mann. Der geht da hinten einfach raus. Ja, dann hole ich einen Schlauch. Ich hole jetzt den Schlauch. Karl, die... Die fordlichen doch hin. Ja, komm. Ich hole einen Schlauch. Ich... 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 Guck mal. Geht sich das aus mit einem Schlauch? Ja, hoffentlich klappt das. Hallo. Ich bin Feuerlöscher. Uh. Ich bin der Beste. Lösch'n das Feuer. Oh, da ist auch noch ein Feuer da hinten. Nein, das müssen wir auch wegmachen, das Feuer. Weg mit dem Feuer. Weg mit dem doofen Feuer. Ja. Pass auf, nicht, dass du das Feuer, wenn man weglegt. Den Blase nicht weg. Das geht auch nicht mal. Guck. Hoppala. Entschuldigung. Ich dachte, das geht nicht. Entschuldigung. Upsi. Ich pack das lieber weg. Ich hab's von selbst gemacht. Wie ist denn da weggeschneidert? Wie ist denn da weggeschneidert? Der Arme. Er schreit da drüben. So, hu, 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 hu. Bei dem Feuer wär's mal Praktikum. Hallo, geht's dir gut? Hallo. Dann hat der Wind die hier rüber getragen. Ich hab's ganz allein geschafft. Boah, hast du sehr gut gemacht. Da hab ich mir jetzt einen Fortnite-Tanz spendiert. Klatsch. Boah, cool. Helikopter, 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 Helikopter. Boah, ist der cool. Boah. Boah, ist der cool. Ja, aber nicht, dass er aussteigt. Er fliegt doch einmal eine Runde mit ihm. Boah. Boah, ist der riesig. Oin, oin. Nee, oin, Opa. Warum steht denn da oin, Opa hinten drauf? Entschuldigung. Hallo? Warum steht denn da oin, Opa hinten drauf? Da steht oin, Opa hinten drauf. Okay. Ich sitz aber komisch drin. Oh, was ist das? Ein Schandl? Ja, das ist der Schandlkopter. Boah, cool. Ich mag hinten einsteigen, mag vorne nicht. Vorne ist doof. Alles klar, dann steig ich hier ein. Ja, ich steig hier ein. Hinten ist auch gefährlicher, ne? Das ist ja lustig. So, na dann, verlass mal den. Boah. Ja. Abflugbereich. Hoch. So, sitzen alle? Nee, ich komm rein. Ich sitz komisch da. Ja, ich auch. Hallo. Hallo. Wie gut, dass ich mal einen Falscher noch dabei habe. Ja, ich sitz einfach mal so quer drin. Ist schon in Ordnung. Ja, ich sitz da auch jetzt so drin. Das ist, weil das nun gebauter Militärhelikopter ist. Da war früher ein MG befestigt. Cool. Ich hab mir schon auch ein Wien gekauft. Oh, vergessen. Können wir mal Fallschirmspringen gehen. Boah, wie cool. Ich flieg das erste Mal mit dem Helikopter mit. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich mach Grunde immer Grunde. Ist mir zu hoch, ist mir zu hoch. Immer zu hoch. Nicht zu hoch. Boah, ich hab Angst. Wie kann da nichts passieren? Soll ich weiter runter? Ja. Der checkt, dass er ein Superflings ist. Okay, jetzt doch höher. Jetzt ist es gerade schlecht wegen der Stromleitung. Ja, höher. Oh, guck, der fliegt auf mir. Ich will den Polizeilikopter sehen. Krieg den mal hinterher. Wo ist der Weg? Wo ist der? In Sneerland. Der Schandekopter. Da geht's los. Da geht's los. Da geht's los. Tot nimm. Der Code. Ich seh den nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaub, der ist weg. Oh, guck mal. Da unten ist so ein Auto. Guck, so goldig. Boah, fliegt mir den mal hinterher. Ist ein Goldauto. Wo ist der? Ja, der ist jetzt weg. Jetzt sieht man ihn. Egal. Da war so ein Goldauto, Warner. Oh, da sieht man, da sieht man ein Entenhaus von oben. Guck mal. Ja. Boah, ist das klein von hier oben. Boah. Guck mal, da ist ganz viele Enten drin. Was ist das? Das ist das andere. Wie springt ihr? Wo ist das Entenhaus? Sind die über welche unten im Entenhaus? Ja, drei Stück sogar. Wow. Schau mal, wie schön heute das Wetter ist. Warst du ja schon mal, Karl? Nö. Die werden auf das Feiern gefeiert abends. Aha, cool. Ja, ich darf nicht auch feiern gehen. Andererseits darf ich auch nie mit dem Auto fahren. Hier ist der Golfplatz, kann man schon golfen gehen, wenn man möchte. Okay, der ist doof. Das sind immer nur alte Männer. Nur alte, blöde Männer gehen golfen. Ich war noch nie golfen. Ich war letztens erst golfen. Muss ich die Tage auch kein Ding mehr machen. Können wir nach Fortnite fliegen? Das geht leider nicht, da kommen wir nicht hin. Wir würden gerne nach Fortnite fliegen. Das ist so weit. Dafür reicht der Tank gar nicht. Langweilig. Wollen wir zurückfliegen? Ja. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ich bin so ein Arschkind. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ich will da was bieten in dein Soß. Leon R., was ist der Unterschied zwischen schrecklich und grausam? Achso, das ist der Witz. Genau, das ist der Witz. Easy, also sieben Grüße aus Stuttgart. Richtig geil, das Typ ist der beste Feier. Dankeschön, zurück. Du musst geht raus, die Gummisse. Sun Radical 95. Erstmal 1 zu 7 Merch. Für meine Frau und mich gegönnt. Support, schade nicht. Dankeschön, aber es noch nicht wusste, Leute. Mac des Todes. Werbeeinblender. Hier, einen Job. Wird gerne vorbei. Wuppelt gerne rein. Hä, was ist? Boah, aufpassen. Oh Gott, was ist hier? Hier ist irgendwas. Oh, ist was? Ich glaube, ich habe eine Ente durchgeschreddert. Oh. Cool. Da muss man aufpassen, da hinten. Da darf man nicht mit dem Finger rein dingsen. Was ist denn los? Ich höre Stimmen. Okay. Boah, cool. Walla. Boah, der ist offen. Oh, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Lightning McQueen. Weben gehört das. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist Lightning McQueen. Genauso sah der aus dem Disneyland. Das ist der, der nämlich in Disneyland gefahren bin. Lightning McQueen. Warum ist er nicht abgeschlossen? So, jetzt aber. Aber der Motor rennt noch. Ich schau mal, ist der abgeschlossen? Der ist abgeschlossen. Alles abchecken. Abgeschlossen. Ja, die konnten ihre Autos abschließen, aber der nicht. Der Motor rennt daher. Wenn sie den Motor laufen lassen, ist das umweltfreundlich nicht gut. Schau mal aus. Ja, ich kenne sie jetzt. Das war das. Ich glaube, ich muss meine Wange jetzt ganz gut. Aua. Aui. Oh, jetzt stinkst du. Super gemacht. Au. Aua. Mach doch auch duschen. Dann kannst du duschen. Ja, ich würde sagen, du duscht jetzt, weil das ist richtig stinkig da hinten. Okay. Ist der offen? Ich schau mal, ob alles offen ist. Nein, das ist meiner. Was ist der offen? Ich schau mal, ob alles zu ist. Ist der offen? Er ist zu. Ist der offen? Warte, ich habe den offen lassen. Der gehört zu. Ja, nur check nicht, dass der mal was klaut. Aui. Wo sind die Duschen noch statt? Er hat mir draußen gerade wehgetan. Es hat übelst wehgetan. Einmal durch, einmal durch, einmal durch die, okay. Hintenburg. Cool. Komm mit. Mhm. Warum schreien da die Leute immer hier drin? Das war voll blöd. Das weiß ich nicht. So, hier, hier sind die Duschen hier hinten. Da, okay, cool. Hier ist die Tür rein. Jo. Bitte. Nicht reinkommen, ich ziehe mich jetzt aus. Ah, ist das lustig. Das Szenario. Wo ist denn das hier? Dieses Waschen hier. Bää, bä, 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 bä. Are you kidding me? Es ist umweltfreundlich nicht gut. Immer diese Aussage. Das ist umweltfreundlich nicht gut. Kleiner Pups. Danke für eine Rune. Enrico, wann spielst du wieder Minecraft? Und kannst du meine Tochter Anna Lena grüßen? Grüße dich Anna Lena und Minecraft. Hätte ich eigentlich schon wieder Bock drauf. Irgendwann mal, ne? Meine Spendezeit ist nicht da. Doch, Sebastian. Die wurde angezeigt. Ich habe mich vorhin noch vorgelesen, Sebastian. Die zwei Spenden vorhin. Hab nur ein bisschen gebraucht, die vorzulesen. Ähm. Achso. Dude. Also erstmal was trinken. Ah, lecker. M-m-m-m-m, lecker, lecker. Ey, Leute, wir sind kurz von 8000 Likes. Also wenn ihr euch geliked habt, gerne komplett kostenlosen Like da lassen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht abonnieren könntet, die Glocke aktivieren könntet, vielleicht euren Freunden den Stream mitteilen könntet, dass wir kurz vor in einer Million stehen. Also sendet den gern weiter. Spamt eure Freunde damit zu. Und, äh, gut, dazu spammen wir nicht, aber sagt euren Freunden auch Bescheid, dass wir hier kurz vor in einer Million sind. Also gerne komplett kostenlosen Abonnieren, Glocke aktivieren. Würde mich sehr freuen. Und natürlich den Like da lassen. Warum schreit er, wäre es so laut. Wer ist denn das? Bei mir schreit er die ganze Zeit. Ich gucke jetzt, wo das herkommt. Da schreit er. Ich will jetzt was zusammen hier oben. Das sind aber nicht die. Hä, wo kommt denn so schreien her? Jetzt ist ein No Choke. Alter, wo kommt denn dieses Geschrei her? Ich höre da die ganze Zeit Schreie. Wo kommt dieser Schrei her? Hä? Hört ihr das? Ihr hört das doch auch. Ich will jetzt unbedingt wissen, wo das herkommt. Wer schreit da so? Also das muss ja irgendein NPC sein, aber. Der ist doch hier. Was ist der hier unten? Kleiner Mann, wo bist du? Ich bin schon einfach pissen. Das wäre ja hier draußen, ne? Das ist echt komisch, wie der hier. Are you kidding me? Hier geht's wieder runter. Ach, das ist ja ein richtiges, äh, da verwirrt man sich, äh, verirrt man sich ja übelst schnell. Ach, hier kommt man wieder raus, okay. Ne, da ist es auch nicht. Are you kidding me? Ah, wo kommt das her? Hallo, da brennt's, da brennt's, hat wer geschrieben, wir müssen dorthin. Ja, dann fahr mit, fahr mit. Cool, wir fahren. Tschüss. We're going on a trip. Mit was fahren wir denn? Jetzt musst du die fragen. Ich will mitfahren. Warte? Wir fahren mit. Ja, okay. We're going on a trip. Schön, da schnallen. Hab ich. Gut. Mein erster Einsatz, cool. We're going on a trip with our magic ship. We go through the skies, little Einsteins. Karl-Heinz will wissen. Karl-Heinz will wissen. Kennen Sie, wie wir es wissen? Äh, tatsächlich nichts, ne? Boah, Sie kennen es nicht. Boah, wie kann man das nicht kennen? Also ich hab's bestimmt mal gesehen. Auf dem Kika. Haben Sie es nicht auf dem Kika? Wie kann ich es nicht so gern geschaut? Okay, ja, trotzdem, will ich wissen, war schon cool. Das war schon cool, will ich wissen, hab ich gern geguckt. So, und da brennt's jetzt, oder wo? Ja, genau. Oh, da drin brennt's. Oha, wie cool. Also nicht cool, aber... Drinnen? Ja, da brennt's. Hier rechts brennt was. Ja. Aber bei mir sind, glaube ich, ganz klein. Bei mir riesig. Aber die sind trotzdem gefährlich. Nicht zu nah rangehen. Nee, nee. Aufpassen, aufpassen. Geh mal von der Straße runter. Nee, ich mach's schon. Geh mal runter von der Straße. Nee, ich mach das schon. Ich tu die Autos ein, weil es ist dir wegfahren. Aufpassen, hier ist ein Einsatz. Du hast keine Schutzkleidung an. Ich hab Schutzkleidung an. Ich hab schon Dings mehr genommen. Aufpassen. Warte mal, ich... Dann geh ich... Warte, ich geh so hier hin. Und dann mach ich so hier am Rand, dass die hier aufpassen. Ja, das ist besser. Aufpassen. Die Kollegen sperren einmal alles ab und dann... Okay. Ja. Aufpassen, Feuerwehr. Nicht zu nah kommen. Hier brennt's nämlich hinten. Hier brennt es. Aufpassen. Hier brennt's. Aufpassen. Ui, ui, ui. Ja, bleib mal da stehen, Curry. Alles gut. Ui. Alles klar. Oh, oh. So. Ändern ist mit Wasserverwag. Ich mach Verkehrssütchen hin. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Schüpp, 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 schüpp. Man, ich mach hier auch hin. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ne, 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 ne. Oh, da fehlen Verkehrssütchen. Hm, hm, hm. Schüpp, düp, düp, düp. ich bin ein bisschen bisschen blöd weil ich habe den einen versetzen muss immer nur hin machen was nicht so reflektierenden sachen an wie wir du wirst gar nicht gesehen wenn wir hier im dunkeln rumläuft es ist doch nicht dunkel es wird schon es wird leicht ja leicht morgen ja wenn ich angefahren werden kriegt eine anzeige von mir aufpassen ihr brennt wir bleiben hier auf der seite gell warum da fährt doch jetzt kein auto mehr durch wenn wir abgesperrt ja aber hier wo wir jetzt bleiben warum da passiert doch nix aufpassen dass ich mach das zu hier brennt es nämlich lang hier brennt es sie müssen woanders rausfahren hier brennt es ist das eine verkehrsschützchen da jetzt so war cool boah das ist echt cool da willst du auch mal zu feiern weil wenn du groß bist mh vielleicht aber ich finde das cool mit dem absperren und so warte macht jetzt also wichtig das absperren mhm kann ich die wieder weg machen ist alles wieder sicher hallo ich arbeite auch hier da habe ich so ein zählt ja ich habe die sachen ausgepackt und habe hütchen aufgestellt das ist gut oder kann man das was steht hier feier activity erhält das sollten wir mal aufstellen oder ja jetzt ist keins mehr ich habe ich habe das von jack in insta ich habe das von jack in insta gesehen ja mal gucken ja dann guck doch mal so reflektierende kleidung für ihn haben wir nicht ach die magst du dein natürlich wieder ab ja ich mache ja ich pass auf ich kann gut auf mich aufpassen ob alle ich mich hier mit hin und dann ist gut wir nehmen wir mal wir räumen wieder ein so nicht dass sich auch jeder sieht ne ne ich bin da vorsichtig ja ich mach mal weg das machst du super kann ich das auch abbauen das große da das weiß ich nicht musst du mal versuchen aber nö kann ich nicht du brauchst du ne kiste weißt du ja ne mach die hütchen ne mach die hütchen so ok ja wo bist du mit gefahren karl bei der bei der bei der bei mir bei der ja bei der großen feuerwehr vorne na dann kannst du dich schon wieder reinsetzen wenn du möchtest oh cool oh da ist ein hydrant kann man da auch anstecken naja da ist tatsächlich sogar noch die wasserleitung dran ja oh cool nice cool ja das geht an den hydranten und an den fahrzeugen selber ja cool genau natürlich hydrant hat halt fast unendlich wasser und so ein fahrzeug hat halt nur einen begrenzten fahrzeugtank ok komm ich mach dir mal die tue auf hier vorne ok karl heinz wills wissen heute ich dir voll karl heinz wills wissen die uniform an bitte gibts leider nicht ich würde übelst gerne so eine uniform anziehen aber man kann leider nichts umziehen also man muss immer dasselbe anhaben es gibt insgesamt zwei outfits für karl heinz mehr gibts nicht jetzt machen wir hätten die fächer wieder zu na engine one ten two engine one easy 1 zu 7 dank für 490 kurs geht raus wo fahren wir jetzt hin na wir fahren wieder zurück zur wache ach so cool genau aber da fahren wir natürlich nicht so schnell ok wir haben ja kein blaulicht mehr an beziehungsweise kein runterbleicht mehr an deswegen müssen wir jetzt auch immer schön an der kreuzung einmal gucken dass hier keine fahrzeuge kommen müssen wir einmal kurz anhalten bei rot dass wir dann auch uns schön an die regeln halten wie jeder andere verkehrsteilnehmer hier auch ich würde da voll durch fahren man vorher bei auto ich würde voll durch drücken wenn wir blaulicht an haben können wir auch ein bisschen schneller da durch fahren aber wenn wir keins mehr an haben dann geht doch nicht ich würde trotzdem voll durch drücken ich sag immer drückt den heißen stuhl solange es noch geht das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt gehen in den funk ach stimmt warte mal ich hab einfach funk gerät scheiße geht nicht aua ne das ist so vorschriften bei uns und wenn wir da uns ja fehlverhalten da dann kann das ganz schnell an unseren job kosten und ok wir wollen ja die sicherheit der bürger gewährleisten natürlich wollt ihr das aber voll cool gefällt mir gut da geben wir auch immer alles also wir sagen so wir gehen nur mit 50% aus dem haus so das ist nicht wir geben immer 100 ja wenn man 100% gibt dann muss man aber auch 100% das gaspedal durchdrücken und das immer also ok in dem fall ja weil jetzt also ja jetzt richtig aber ja auch für uns geht ein tempo limit ok so guck mal kommst du mit der abschneiden klar oder soll ich dir helfen also ich steige jetzt schon aus ja warte mal ja genau ich muss einmal tanken fahren deswegen ok ja sehr gut cool jetzt wird ein auto weg fahren hallo ja was gibt es oh ja mal schauen mythischer notfall personenbewusst karl hallo sag alle zum christopher wo da drin ist er ist es der stinkige der war dabei beim kart fahren nein ach so also es ist nicht der der so stinkt der braun gebrannt wo ist er denn hallo eigentlich nicht hallo 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 wer bist du wer bist du hallo 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 ohne hallo 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 Bis gleich. Toni hat einen Ring gefunden von meiner Schatzkarte. Komisch. Hä, was? Nix. Oh, Toiletten, cool. Da drin ist eine Ente. Da ist ein Autosverkäufer, guck. Psst, das ist eine Ente. Ja, das ist eine Ente. Ich hab mich grad umgerinnert und erschrocken. So, ich geh jetzt Pipi, nicht reinkommen. Oh. Ne, 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 ne. Wo ist denn jetzt da? Echt so. Ich bin hochgegangen, weil der Buckley mit ihm unbedingt sprechen wollte. Tja, das ist... Dankeschön für Fünferröhnchen. Grüße es. Oh, oh, Dinky. Was gibt's noch je jetzt Beruf? Den wollte ich heute machen. Ich wollte heute Jagdberuf machen, aber ich weiß nicht, ob das funkt. Oh, pass auf, dass er in die Disco fällt, bitte. Jujo. Hallo, ich hab mir nicht die Hände gewaschen. Wann kommt der Blöde? Bitte wasch dir die Hände, wir haben Corona. Ja, bitte Hände waschen. Bitte, wir haben Corona. Nö, ich kann mir nicht die Hände waschen, weil die stinken. Die stinken sonst. Wer schreit denn da den ganzen Tag? Ich dreh hier gleich durch hier drin. Die ganze Zeit schreit da jemand. Das sind die Damen und Herren im Fitnessraum. Ach so. Spät, durch Nacht und Wind. Oh, cool, cool. Au. Ich wollte jetzt gar nicht... Ihr streicht keiner. Oh, pass auf. Aber verstehe mich, ich kann den He-Wi... Oh, Vorsicht. Aua, jetzt hast du mir wehgetan. Au. Wollte dich auch fahren. Alles gut? Die ganze ausgerüstet. Ja, Caillou. Ich bin schon groß, ein Viehherr kommt doch und spiel mit mir. Ich heiße Franz. Ich bin Franz. Ich bin der größte Deo-Rolle auf der Insel. Ich heiße Franz, ja. Ich heiße Franz, ich heiße Franz. Du kannst ja manchmal so eine Klaze streifeln. Ich durfte auch schon. Die ist ziemlich weich. Nö. Ich bin ein Groschenvierer, komm doch und spiel mit mir. Ich hatte... Wofür geht's denn hier hin? Are you kidding me? Zeig dir nicht die Klaze. Was? Was hast du gerade gesagt? Was denn? Hallo? Okay. Hallo. Wann kommt denn der Blöde jetzt? Ja, weißt du, die so stinkige brauchen wir sie länger. Kommt Isen oder? Dann geh ich trainieren. Komm doch und spiel mit mir. Ich hab den Orbum. Ich bin Caillou. So, aber geht das? Können wir Caillou-Song einspielen? Ist der Copywriter der Endro-Song von Caillou? Ich hoffe nicht. Schau gleich mal. Ne, ich glaub nicht. Ich hau den mal rein hier. Ich glaub, der klappt nicht, ne? Are you kidding me? Ich hab das Gefühl, das funktioniert hier nicht. Are you kidding me? Ich hab den ganzen Tag nur Are you kidding me? Nee und, äh, ne, ich hab das nicht, ne? Klappt bei mir nicht. Arrow with Permission Policy. Achso, man kann sich abspielen. Ja, gut. Also, warte mal, die ist ja noch. Und wenn ich gerade den Caillou-Song abspielen, ich bin schon ein bisschen viel kaputt. Oh, wir könnten mal Schokozucker reinhauen. Schauen wir mal. Ob das geht? Ich hoffe, Schokozucker funktioniert. Oh, warte, da kommen sie. Oh, nee, nicht mitnehmen. Oh, nee. Na dann. Toni! Hallo! Oh, ich mag keine Kinder. Warum sind Kinder? Warum sagst du sowas zu mir? Ich mag keine Kinder. Ich hab Angst vor Kindern. Geh weg. Ich will das nicht. Kinder sind so eklig. Ich kauf das Kind. Komm. Es ist bestimmt Gift. Magst du meine Spucke probieren? Nein. Ich hab heute schon Pizza gegessen. Komm. So, was machen wir jetzt hier? Ist das Pizzeria oder was? Kann ich eine Pizza haben? Äh, was willst du denn? Pizza. Äh, ich kann dir Thunfisch anbieten. Boah, ich mag Thunfisch. Nicht, das ist voll blöd. Guck mal, was ich kann. Da-ka-da-da-da-da-kach. Da-ka-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Schau mal. Hast du was anders aussahm? Boah, der kann es auch. Cool. Für Fortnite. Wer stellten sich da auf schief seinen Kacken? Er hat seine Hände nicht gewaschen. Wo war er nicht? Stimmt gar nicht. Du bist eine Lügnerin. Guck, riech mal an meinem Finger. Der riecht nicht. Der riecht gar nicht. Riech mal meine Kacka. Ich mag Pizza haben. Sieh dir besser in der Beste. Schinken, Salami oder Thunfisch? Schinken und Salami. Ja, kriegst jeweils zwei Stücke. Das ist doch Hubs, wenn man braucht, ne? Dies soll man meinen Finger riechen. Guck, den habe ich extra gewaschen für dich. Guck. Komm her, ich habe den gewaschen. Ich schwöre, ich habe den gewaschen. Du sollst nur dran riechen. Der riecht gut. Ah, ich habe dich berührt. Ich habe sie berührt. Jetzt kommt der große Moment. Ja, welcher Moment? Was passiert denn? Was passiert jetzt hier? Ich weiß es nicht, aber ich will es nicht. Oh, ist das ein Heiratsantrag? Oha. Ich habe gedacht, du magst den Inder. Nein, ich mag den Inder nicht. Was für Heiratsantrag. Oha. Die mag den Inder. Oha, das war ein richtiger Front gegen Curry. Richtig. Nee, weil meine große Schwester mag den Inder da. Nee, das ist eine Haare erinnert mich an den Willi. Das mag ich nicht. Was ist mit Heiratsantrag? Habe ich hier was verpasst? Keine Ahnung, ich habe nur ein Haar bestellt. Ich kriege hier zehn. Ja, ich weiß nicht. Sie sagen hier irgendwas mit Heiratsantrag. Ich weiß nicht mal, wer heiratet. Ich bin auch Single. So ist das nicht. Ich bin auch nur Single. Ja, du bist auch. Aber hey, wir könnten ja zusammen sein. Hey. Zukünftige Frau. Hey, Sir. Was ist hier los eigentlich? Ich weiß auch nicht. Die Dame hat gesagt, sie haben großen Achselschweißgeruch, deshalb hat sie sie hergeholt. Ja, genau. Ich will es mal riechen. Ich will mal unten reinkrümeln und dann der Frau, komm mal her, er riecht ganz gut. Die hat Angst vor Kindern, das finde ich lustig und ich weiß nicht warum, ich habe ihr gar nichts getan. Du musst ja Herr Pomodoro mal herkommen. Nee, ich wollte eigentlich nur Pizza bestellen, aber das hat sich jetzt hier schon... Boah, das ist bekräftig. Oh nein. Oh, so ein paar Fritten hinterher und dann los die Kiste. Ja, ja, ja. Weiß jemand, wo der Hose ist? Ja, ja, hier, einmal einreiben. Waisel, das soll Spice, Bruder für alte Menschen. Das ist Franz Nummer 5. Nein. Jetzt, 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 jetzt. Wo ist denn die Sie? Tony, mach ja. Tony, nein, Mann. Bitte, mach doch nicht, Tony. Ich hab nicht, Tony. Nein. Was machst du denn? Gar nichts macht er, das ist ja das Problem. Ach so, was will er denn machen? Ich krieg eh nen Korb. Ich hab's gewusst. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Wenn du den tanzen kannst und den vortragst, dann sagt sie sich ja ja. Okay, warte. Boah, der macht es voll schlecht. Guck, der kann es überhaupt nicht. Frau Brot? Ja? Der Herr Pomodori hat Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht. Ach so. Der hat, der hat ja glaubt, weil er gesagt hat, dringend hat so'n Plastikring aus dem Automaten mitgenommen. Hey. So'n Lutscher. So'n Lutscher. Hey. Alter, der macht Spaß. Hey. Kann mir jemanden ein Exotis rufen? Hey. Ja, Frau Brotori, haben Sie was fallen lassen? Ja, ich geb' auch. Besuchen Sie einen Kontakt hin? Dickiel. Ich geb' auch. Da kriegt jemand einen Korb. Was für einen Korb? Willst du einen Basketballkorb oder einen Korb voll mit Blumen? Boah, ist das unangenehm. Boah, ist voll unangenehm. Boah, ist viel mithören, was der sagt. Ich mag zuhören. Das ist der Inder von Tinder, den mag ich ganz toll. Die mag den Inder von Tinder mehr als dich. Nein. Presse übertreibt immer. Okay. Boah. Boah, cool. Hallo, ich brauch Klicks. Alter, Bruder, der hat ein besseres Handy als ich. Hör ruhig auf, Alter. Sehr gute Idee. Voll traurig, Alter. Oh Mann, der Arm. Oh Mann. Fuck off the Korb of you. Oh nein, friendzone ist da. Oh. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. How much? Are you kidding me? Oh. Am Boden zerdeppert. Oh Mann. Könnt ihr mal aufhören? Ich hab nichts gemacht. Man hat das Herz bis hierher zersperst. Gar nicht gemacht. Es ist schon traurig, wenn man denkt, dass der Inner, der weistet ihr mit den flauschigen Haaren so einfach, boah. Und dann so ein Herr, so ein schöner Italiener, boah. Ich will den Inner nicht. Warum versteht ihr? Zu billig. Ey, da ruft wer an wegen dem Korb, will doch wer abholen heute. Ja. 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 Ciao mit euch. Ciao mit euch. Ciao. Ciao mit euch. Wiedersehen. War kaum gekommen. Genau. Ciao. Ciao. San Francisco. Ciao. Maggiorno. Gewunkenes. Ist Denver. Ich werde die Anzeige löschen, bevor noch irgendwer anruft, deshalb. Darf das in die Zeitung vorbucht? Äh, weiß ich nicht. Boah, das war jetzt aber ganz schön unangenehm, boah. Das war sehr unangenehm. Boah, vor allen Leuten den Korb des Lebens. Boah, du bist aber wirklich fies. Boah. Schau, da fährt er mit zerbrochenen Herzen, boah. Der arme Junge. Mein Herz ist auch zerbrochen. Warum? Mag der Inder von Tinder dich nicht mehr, oder wie? Nein, ich glaube nicht. Ach so. So, ich fahr jetzt aber dann los. Ich muss zu den Marshalls. Viel Spaß. Zum Käsebaguette. Tschüss. Ich fahr jetzt mit dem Auto. Ja, ich fahr jetzt gegen Dine mit dem Auto. Aufpassen. Ey, darfst du überhaupt Auto fahren? Ich? Ey, darfst du Auto fahren schon? Nö. Und du? Äh, ja. Okay. Äh, ja. Okay. Okay. Ich fahr jetzt. Äh. Polizei habt ihr gesehen gerade. Oh der Tank ist was leer. Scheiße schnell tanken fahren. Alter einfach einfach dieser Heartbreak gerade. Einfach dieser Korb. Wurde gerade live im Korb verteilt. Wir sind nie gefahren mit dem Auto ja. Leute wir sind nie mit dem Auto gefahren. Erstmal rumblose Ohne. Der Kopf wieder live ausgeteilt wurde. Der Arme Junge. Der Arme Junge. So. Vor allem wie er jetzt weg gefahren ist. Ne ich hab ich will irgendwie nochmal 10.000er gewinnen aber irgendwie wird das heute nix mehr ne. Ne ich wollte eigentlich meine Sachen hier verkaufen. Meine bist schon. Ne hier die Dingsenbumsen. So nochmal ein Rubbel los. Rubbeln wir auf die Kiste. Alter ich hab heute echt keinen Lack Bruder. Weißt du was ich kaufe mir aber nochmal welche. Ich hab grad das Gefühl hab ich knack die 10.000 heute noch. Genauso ist das Gefühl wir knacken bald noch die 1.000.000 Abonnenten. Also jetzt komplett kostenlos abonieren und den Glock aktivieren und den Leuten Bescheid geben dass wir kurz vor den 1.000.000 sind ne. Oh 1.000 gewonnen. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt. Ach komm die 10.000. Das muss doch mal kommen. Weißt du was ich rubbel jetzt mal so lange auf dass wir die 10.000 bekommen. Ach 5.000. Schau mal mit 5.000 wäre ich zufrieden gewesen. Er gönnt ihn nicht. Ne ich hab geträumt ich gewinne 25.000.000. Also würde ich heute die 10.000 gewinnen. 100.000. Das kann doch nicht sein dass ich nie die 10.000 gewinne Bruder. Schau ich diese rubbelöschen. Es gibt heute. Ach komm schau. Okay eine Dings mach ich noch. Dann lass ich das. Dann lass ich heute die Rubbelose alleine. Komm jetzt aber 10.000. 8.000. Ne. Verloren. Was hat mir der Traum gesagt. Ich soll ein Real Life Rubbelose kaufen. Komm einmal noch. Dann lass ich es wirklich. Einmal noch. Und dann lass ich es. Einmal noch. 5.000. Hey. Sag doch das klappt. Wir sind 5.000 bekommen. Mit Geld wieder. Also fast wieder drin. Und jetzt die 10.000. Komm das ist das letzte. 10.000. Komm 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 komm. 1.250. Ach komm das ist echt. Echt. Schmutz. Schmutz. Immerhin habe ich wieder mein Geld. So einigermaßen wieder bekommen. Ist doch okay. Ist okay. So Dankeschön an. Ich muss es dir vorlesen. Trian ist mal vorgelesen. Die Kranks. Die Kranks sind dabei. Wie viel Geld hast du in normalen GTA Online. Boah weiß ich gar nicht. Ich habe so lange kein GTA Online mehr gespielt dass ich das wirklich nicht weiß. Auf jeden Fall genug. So Dankeschön an Troji. 2004 wurde offiziell. Oh mein Gott. Okay. Das ist nicht schlecht. Kann ich leider nicht vorlesen. Dragon Rider. Danke für den Stream. Du machst uns mit dem Stream eine große Freude. Ach Kuss geht raus an Dragon Rider 20. Graf Vamiris ist auch dabei. Danke fürs VIP werden. Und easy also 7 haut 99 raus mit einer Flamme. Flamme geht zurück. Hot hot hot. Heute wird es hot Leute. Heute wird es richtig hot. Heute wird es heiß. Ist der Bescheid. So stoppen. Ja Chat immer gleich tanken rein schreibe ich GE tanken ne. Deshalb bin ich ja überhaupt hier hingefahren. Ich bin nur versteckt weil die Polizei hinterher gefahren ist. Chat wieder direkt lost alter. Chat wieder direkt lost. So bezahlt. Gut. Jetzt muss ich nur ganz schnell gucken. Ich wollte nämlich heute eigentlich ein Jagen gehen. Ja als Karl Heinz Jagen gehen. Ob das funktioniert weiß ich halt nicht. Deshalb ich fahr doch mal hin. Und schau mal ob ich irgendwo ein Gewehr kaufen kann als Karl Heinz. Sollte vielleicht gar nicht so schwer sein. Uiuiui. Ui alter. Ja vielleicht hätte ich den Führer schon doch woanders machen lassen sollen. Ich fahr doch nicht so geil. Neues Auto kaufen wir auch geil. Aber ich würde gerne echt mal Jagen probieren ob das funzt. Du musst irgendwo ein Gewehr herbekommen. Oh Motorradlfahrer. Lass mal in Ruhe. Der arme Junge. Aber wenn ich heute einen Radlfahrer sehe nehme ich den mit. Ist doch schön dass es wieder Radlfahrer gibt Leute. Das ist echt schön. Den nehme ich dann wieder mit. Boah das ist schon wieder Blitze alter. Jedes mal fahr ich. 500 Dollar alter. 500 Euro gezahlt. Kompleden Blitze. Das ist nicht wahr bitte. Der wieder muss man schon fahren wie Karl Heinz. Kommt irgendwie vor das Auto fährt sich echt kacke jetzt mittlerweile. Ist sich voll besser gefahren. Andels Autos hat seine Türen für sie geöffnet. Die meinen wohl das Entenhaus oder? Er hat sich anscheinend verschrieben. Andels Entenschmaus hat heute ab jetzt für sie geöffnet. Kommen sie vorbei. Also eine Sniper kaufen war schon cool. Mark Berlin Gaming YouTube. Danke für 5 Euro. Moin. Mund das mich in letzter Zeit richtig auf. Danke dafür. Ich hab zu danken. Danke fürs dabei sein. Und Kuss Kuss. Oh ja. Guck. Oh ja. Guck. Guck. Ich hab vorbei an Wunden. Aber hier sollte man trotzdem ins Krankenhaus fahren. Alter dieses Auto. Ich dachte ich kann hier noch weit überfahren. Aber nee. Guck. Die sind ja hart über Stahl. Oh ist das fies. Das war grad fies. Ich hab mich grad drauf gefreut dass ich hier die Dinge überfahren kann. Wie fies einfach. Toll. Auto total schadiert einparken lassen. Aber hier kann ich drüber. Ich soll das vielleicht lassen ne. Mit dem äh. Irgendwann rüber fahren. Aber ich bin 13 jähriger Junge auf der Autobahn. Also was willst du mehr. Ich kann nicht fahren. Wo mein Charakter passt das perfekt an sich. Hier nochmal mitnehmen. Ja. Das schmeckt. Oh Diggi das schmeckt auch. Oh Diggi. Schau mal ob das klappt. Na Radlfahrer. Ich glaube fast. Bin mir aber nicht sicher. Hoppala. So ich checke jetzt mal ab ob wir das Gewehr hier kaufen können oder nicht. Aber ich glaube ich kann hier kein Gewehr kaufen gell. Ich könnte hier zu illegalen Waffenhändler gehen. Stimmt. Ja. Aber hier gibt es ja ne Jagdlizenz und sowas gell. Also wenn ich hier jetzt hingehe. Genau hier kann ich Tierköder kaufen für nen horrenden Preis. Horrende Preise. So was. Und hier kann ich dann. Jagdlizenz kaufen. Das kostet 600 Dollar. Ja komm kauf mal. Das ist ne Jagdlizenz. Perfekt. Jagdlizenz haben wir gekauft. Jetzt brauche ich nur noch ein Waffeleisen. Also äh. Ich weiß nur nicht ob die mir im Laden so ein Waffeleisen wirklich aushändigen. Ich vermute mal nein. Aber ich kann es ja mal probieren. Ich habe nämlich keinen gültigen Waffenschein. Wenn ich keinen gültigen Waffenschein habe. Dann geben die mir ja auch die Sachen nicht aus. Also ich glaube ich muss zum illegalen Waffenhändler gehen. Aber dann muss ich dort irgendwie schauen. Dass ich. Ich weiß nicht. Ach wir fahren da mal hin. Weil wir fahren zum illegalen Waffenhändler. Karl Heinz wird jetzt kriminell. Weil Karl Heinz will es wissen. Der illegale Waffenhändler ist hier unten irgendwo. Da fahren wir hin. Aber ich gehe vielleicht Auto changen gegen ein anderes Auto. Was ein bisschen unauffälliger ist. Oder vielleicht bei dem Roller. Also mein Rollklo ist ja nicht da. Oder wir klauen ein Auto. Dietrich könnte ich kaufen. Stimmt ich kaufe mal Dietrich und klaue dann einfach ein Auto. Warum komme ich jetzt auf diese geniale Idee als Karl Heinz Autos zu klauen. Oh wir holen uns hier Dietrich. Was kostet das das einparken. Das ist hier saumäßig teuer. Aber das Ding komplett im Arsch ist ne. Schauen wir mal. Boah alter nee das parke ich nicht ein. Das parke ich jetzt 100% nicht ein. Das Sargofisch ist auch dabei. Dankeschön für 5 Euro mit Fies. Was ist schneller auf dem Boden. Ein Imo oder. Oh mein Gott. Okay. Dankeschön. Das ist immer wieder so ein Witze. Kann ich nicht vorlesen. Kurs geht raus. Drei mal Dietrich kaufen. Perfekt. Ja guck. Wisst ihr was. Wir fahren mit der Kiste weiter. Und schauen ob wir irgendwo ein geparktes Auto sehen. Was wir aufknacken können. Und damit fahren wir dann einfach weiter. Wir sind höchst kriminell. Höchst kriminell sind wir heute. Aber wo findet man ein gut oft geparkte Auto ist das die Frage. Ja wir fahren einfach mal auf der Arbit schon. Wir werden schon was finden Leute. Wir werden schon was finden. Kannst mal Andels Autos vorbei wuppeln. Komm auch mal probieren. Andels Autos Schmaus. Oder so ein Bike war schon geil gell. Von der Biker ging einfach klau. Ach stimmt bei den Bikern steht ja öfters mal was hin. Da könnten wir mal vorbei wuppeln. Ja schau mal. Hier gucken wir gucken. Nachricht bekommen. Das ist hier wegen Feuerwehr. Ich bin nicht da. Ja Feuer ausgeboten. Ja wir schauen einfach mal hin. Steh weg von dort ist hier ein Palito. Stimm den Palito hab ich mir mal mitgenommen. Boah der Wagen fährt an sich echt nicht langsam gell. Also wenn man den ausfährt dann geht er schon ein bisschen ab. Also 2,60 ist drin mindestens. Also wir fahren mal bei dem Biker vorbei. Vielleicht ist da irgendwo ein Auto offen was wir mitnehmen können. Und ich dann hätte ich eine andere Idee aber. Da stehen da irgendwo Autos rum. Schaade. Keine Autos. Jetzt schau ich mal vorne hin. Kann doch irgendwo was finden. Vielleicht am Parkplatz vielleicht irgendwo ein Auto oder Motorrad oder sowas. Ach warte. War da nicht das Motorrad das ich umgekickt hab? Wir haben vorhin Motorrad umgekickt gell. Das ist ja schon geil. Das ist Karl-Heinz Motorrad fahren. Das ist ja heftig. Nicht die geklaute Maschine. Nee es ist nicht mehr da. Schaade. Naja geil. Wir werden nochmal was finden. In der Zwischenzeit. 100 pro. Sonst muss ich aber nochmal zurück hier Richtung. Ach ich fahr so. Pass schon. Pass schon in die Richtung. Uiuiuiui Eiieieiei Ui Ups Upsi Upsi Tut mir leid Da Xion Kurt Hi Xion Kuss Dass du mich immer so zum Lachen bringst Weiter so Kuss geht raus an mich An Xion Kurt Mit ganz vielen R's dabei Wolltest du das streichen Der darf einmal nie wieder rein Ja gut Ein Waffeleisen reicht aus Dann können wir jagen gehen Dann bin ich zufrieden Oder wir rauben immer Wir rauben irgendwas aus Wir machen einfach Bankrob Leute Wissen wir was irgendwie lustig wäre So ein richtiger Stealth Bankrob machen Also du machst einen Bankrob Gehst in die Bank rein Und äh Machst den Und verpiss dich dann einfach So ist das nicht hier Hier ist es doch Natürlich ist es hier Hier ist der illegale Waffenhändler Oder Habe ich hier schon einmal Was gekauft Tja wir waren hier schon mal Gleich mitgenommen sicher Ist hier dunkel Wir sind schon was So ein Schneipergewehr kostet Chub 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 Äh Okay Gar nicht mal so teuer Eine Tech-9 gibt es hier Einen Schlagstock Eine Uzi Alles Alles was Alles was das Herz begehrt Was ist eine FN Was ist FN Model 1922 Was ist das denn für ein Ding Ich glaube ich Ich hole mir so ein Revolver Thompson G2 Was ist das nochmal Thompson ist doch dieses HK P7M10 Was ist das denn für ein Teil Ich muss erstmal googeln Was das ist Heckler und Koch Das weiß ich P7M10 Ist das eine MP4 Ne P7M10 Ist das eine normale Pistole Oder nicht Ist doch eine normale Pistole Warum kostet die hier so viel Die haben wir doch gar nicht HK P7M10 Ja verwirrt Beretter Weil das ist logisch Ich glaube 17 ist logisch Aber Doppelläufe FN Model 1922 Was ist das denn FN Model 19 Ich kauf das mal Ah ist ok Ja das ist ok Wollte ich Und eine Uze kaufe ich mir Kann man hier noch andere Sachen kaufen Ne das war es Perfekt Waffenplan Dankeschön Tschüssi Ne das passt eh Sowas wollte ich eh haben Ja die ist cool Nimm ich mit Sag ich habe ich Vom alten Opa Habe ich Vom alten Opa Habe ich unten Die Waffenkamm ausgeräumt Da war die drin Das ist ein Sturmgewehr Alles überfahren Perfekt Ein Sturmgewehr Ist ok Ich habe das gerade Gugel Ich wusste es gerade selber nicht FN ist eine SCA Ne eine SCA wird hier ja nicht verkauft Leute Die SCA wird doch hier nicht verkauft Also bin ich mir sehr sicher Dass die hier nicht verkauft wird Eine SCA war ja sowas Das verkauft nur die Äh Ding drüben Die 1 zu 7er verkaufen Ne Aber eigentlich ist eine FN Du hast schon recht Eigentlich eine SCA Wir müssen euch später nochmal durchgucken Was das genau ist Boah ich muss so dringend pissen Leute Boah alter Ich muss mich jetzt hier irgendwo hinballern Und mal irgendwo pissen gehen Jetzt wirklich Ich pisse mir fast in die Host Jetzt gerade Bin gleich wieder da An dieser Stelle Ganz kurze Pisspause Ach Bin gleich wieder da Leute Das ist Ich halte es gerade echt nicht mehr aus Bruder Bis gleich Äh Schöne lustige Musik In der Zwischenzeit Mit den 2 Sekunden wieder da Von der Zwischen Habt ihr jealous nada? Für andere Bin 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ui, Memo, ui. Ui, war das befreiend, Memo. Ui. Alter, war das befreiend. Ich glaube, ich musste schon die ganze Zeit, schon seitdem ich das Kennzeichen mir geholt habe. So, um ein Dreh, um circa zu sein, ja. Ah, hey, war das schön. So, los geht's. 500 Euro Doni ist da, natürlich. Dankeschön an... Alter, es sind ganz viele Donis gerade reingekommen. Um, äh, vipasskwaxi.de. Was ist mit deinem Käse... Oh, du hast das noch. Weiß ich gar nicht. Alter, mein Käsemobil. War das nicht unser Käsemobil zuerst, der BMW hier? Ich bin mir gerade unsicher, was unser Käsemobil war. Wollen wir mal gucken. Äh, so, jetzt gehen wir aber mal jagen, ne? Geh mal jagen. Ich will echt mal gucken, wie viel Kohle das macht. Vor allem, Alter, wenn die Polizei kommt, ne? Und wir dann mit unserer Waffen stehen und da jagen gehen. Alter, das wäre schon lustig. Der infiltrierte IQ ist auch wieder dabei. Mit kann sein, dass du meine Spende überlesen hast. Kann passieren. Kilian, bist du eh, wie man schreibt da? Warte, aber das ist ja sicher nicht an sich, aber... Ja, heute bin ich wirklich alles von unten nach oben. Es kann immer mal passieren, dass mir mal was übersehen wird oder so, aber ich schau mal. Der infiltrierte IQ. Mir kommt auch sehr oft vor, dass im Nachhinein, nachdem ich aktualisiere, dass dann wieder eingeblendet wird bei mir rechts. Das ist ganz komisch. Der infiltrierte IQ. Weil ich bin heute alles durchgegangen, von unten nach oben. Bin ich mir sehr, sehr sicher sogar. Ne, ich seh da auch grad gar nichts von dir. Weil die Suche ist halt immer auch die Frage, ne? Also ich seh's jetzt, äh, No Choke wirklich nicht. Also keine Ahnung, vielleicht kam's wirklich nicht an bei mir. Weil heute ging eigentlich easy zum Vorlesen. Heute war, äh, Vorleserunde ganz, ganz schnell irgendwie vorbei. Ging heute schnell. Also heute bin ich echt mal auf Zack, dass ich das alles vorlesen kann. So, äh, aber dankeschön Kilian auch. Mit bisschen Ehren, mein Firefighter nochmal. Heik soon, bin genau vor einer Woche Papa geworden. In deinem Stream. Grüße von mir, mach weiter so. Du bist immer im Stream Papa geworden. Also du hast den Stream geguckt und bist Vater geworden in dem Moment. Oder wie? Was? Wie kann ich das vorstellen? Dann Kuss geht raus, Firefighter und herzlichen Glückwunsch. Mr. Schniedl123, dankeschön für 2 Euro mit. Äh, war der Klogang gut? Natürlich, immer. Immer eine schöne Erleichterung. Xavier, dankeschön für 1 Euro und 61 Cent. Wie kommt man auf solche Beträge? 1,61. Ja. Das sind dann die Beträge, die auf der PaySafe Card kommen, was übrig geblieben ist. Ich weiß echt nicht, aber 1,61 ist so ein Betrag. Okay, wir müssen los. So, Ente, 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 Ente. Oh, ich war falsch, ich war falsch. Ich war komplett falsch. Wir sind hier so viel schneller. Oder nee, warte, sind wir nicht. Nee, aber mein, wir sind so nicht viel schneller. Also, so fahren wir über die ganzen Hügel und so drüber. Das mache ich jetzt sicher nicht. Ich fahre über die Autobahn und fahre dann so rüber. Einen Schieß, sie war doch schneller. Nee, überhaupt nicht. Oh, wenn es wieder Glück kam, kommt der Rattelfahrer. Aber nur, wenn man Glück haben wollte. Weil es ist schon etwas spät für Rattelfahrer, aber wir könnten Glück haben, dass ein Rattelfahrer entgehen kommt, wenn man schon einen Rattelfahrer hätte. Wer wieder einen Zusammenschnitt macht mit Rattelfahrern. Leider kam jetzt keine Rattelfahrer in den letzten Zeiten, ne. Weil irgendwas, was so gesagt hat, dass Rattelfahrer alle weg waren. Die haben alle Urlaub gemacht. Die hatten Angst vor uns. Ah, leider nicht. Oder? Vielleicht wieder vorn? Aber ich glaube, es ist zu spät. Die kommen erst, so Nachmittag, Mittag kommen die raus. Wenn es so Abend ist, da kommen sie nicht. Da trauen sie sich nicht auf die Straße. Nee, leider. Schade. Wie schön wäre es jetzt gewesen, einen Rattelfahrer mitzunehmen. So, gehen wir mal jagen, ne. Ja, jetzt ist es los. Die war immer wieder mit hier, die Sachen. Ach, das ist schön. Diesmal passe ich auf. Schau mal, den ich mich nicht mal mit hier. Und da gibt es dann hinten den Zackalabum. Und dann bist du weg. Dann bist du schon im Gemüsebeet, grüß mir. Das ist ganz schlimm. Der Terrorist, dann ist schon für 1,90 und der Streitpost geht, wo alles das Bein hat, ne. Dann, äh, der Sören. 15.01.19, danke für 2 Euro. Sören, bist du immer. Cool, dankeschön. Ist der Beste immer wieder cool. Risco draus und Fiona. Spiona, finde ich, das fühlt sich echt super weiter so. Dankeschön, Fiona. Auch ein schöner Name für Fiona. Hat man ganz selten. Ich hab mein ganz selten eigentlich. So, da gehe ich jetzt aber mal rein. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ein bisschen Fleisch. Und wenn die Polizei kommt, dann sag mal, ich hab von Opa, hab ich die, hab ich die Luga rausgezogen. Die alte. Ne, ist, was ist das jetzt überhaupt für eine Waffe? Irgend so ein altes Waffeleisen. Ich sag einfach, ich hab mir Opa gegeben. Fertig. Das mit der Uzi, das muss ich dann gucken, wo ich das, äh, ich das dann mache, aber. Ne, wird schon, wird schon hinderung, Leute, wird schon hinderung. Erstmal auf die Jagd gehen, erst mal auf die Pirsch. Wird schon klappt, wird schon funktionieren. Och ne, ich muss ja hier hochfahren. Nein. Vielleicht doch nur anders gefahren. Das ist ja, ich war grad einen kompletten Schmarrn zusammen. Messer, och ne, ich hab kein Messer dabei. Oh mein Gott, bin ich dumm. Natürlich, mir fehlt, mir fehlt das Messer. Ja, moin. Kurz geht raus in den Chat. Das Messer vergessen. Wenn's ne eine Sache gibt im Leben, was man vergisst. Das Messer, ja. Super. Dann nochmal ne Runde fahren. Bin ein Zwarrad vorher, das ist dann vorbeigefahren. Wenn man auch noch was sieht. Jedes Mal. Schon aus dem Grund ist es nicht lohnenswert zu lagen. Einfach Messer vergessen, oder? Einfach Messer vergessen. Und jetzt nochmal Benzin, was wieder kostet. Plus, müssen wir aufpassen mit der Polizei und so, was die nicht sonst anhält und so'n Scheiß. Boah, Alter. Die Frage ist, das Messer kriege ich, glaube ich, nicht beim Waffenhändler normal. Ne, das geht nicht. Bis zum Baumarkt fahren, zum Baumarkt muss ich rüberflexen. Mit 273. Alter, der ist ja echt schwer. 282? Da geht was voran, nun. Nicht durch den Blitzer aufpassen. Alter, die Kurvenlage ist halt wirklich... Alter, ich war grad kurz vor Anrufen der, äh, Dings hier, ne? Ich war grad kurz davor anzurufen. Oh, das Heck sieht jetzt sportlich aus. Guck mal. Das... Ah, ich krieg den Deckel noch auf? Hallo, ich bin im Motordeckel. Ah, ich bin im Kofferraum, im Motordeckel. Ich bin im Kofferraumdeckkel und ich bin kaputt. Denn so habe ich das auch nie betrachtet. Geil. Wie das gerade aussieht bei mir, guck mal. Ja, richtig heftig, geil. Wie sieht aus, als hätte sich ein Elefant drauf gesetzt. Ärger, wie der Elefant. Da hat sich... Sieht echt so aus, als hätte sich so ein Elefant drauf gesetzt. Bruder, hätte ich mich jetzt da hinten überschlagen mit dem Auto, hätte ich die Feuerwehrmrettung rufen dürfen, gell? War echt knapp davor. Oh, wollte ich den mitnehmen, egal. Ein anderes Mal. Das sieht halt echt lustig aus. Ja, Kurvenlage ist nicht so das Beste bei dem Auto. Wo ist das Käsemobil von Karl-Heinz, der GTR, ja. Ach, den habe ich ja noch, stimmt, den R33 habe ich ja noch. Ja, äh, jetzt weiß ich auch, ob ich den R33 nicht fahre, weil der so langsam ist. Weil der, der fährt ja, der R33 fährt ja nicht mal, der fährt 130, 140. Das war der Grund, glaube ich, warum ich den nicht genommen habe. Das sieht jetzt aus wie ein Mercedes, stimmt. Hat was, hat jetzt was von, ey, du hast recht, wenn man jetzt die Augen so ein bisschen zusammenkneift, ne? Tut man die Augen so zusammenkneifen, dann sieht das aus wie ein Mercedes von hinten. Wegen den Rückleuchten so ein bisschen, weil die so, äh, nach Hochkant hoch gehen, rechts und links. Richtig krass. Ja, was so ein Elefant auf dem Auto schon ausmacht, gell? Wenn man die hinten drauf setzt. Heftig. Das sieht einfach aus, also vom Weiten, weil ich muss das mal vom Weiten geben. Ich mach da mal ein Foto von. Wobei, ich bin ja nicht auf Instagram angemeldet gerade. Das ist sehr schlecht. Schau mal, wenn man sich das so vom Weiten anguckt, denkst du halt wirklich, da steht ein Mercedes. Jetzt sieht das aus wie so ein Tesla von hinten. Jetzt sieht es aus wie ein Tesla. Ja, egal, wisst ihr, was ich meine. Augen zusammenkneifen. Ja, sieht so immer aus wie ein Mercedes. Cool. Haben wir Mercedes rausgemacht. Jetzt wissen wir wie ein Mercedes, dann stehen wir bei BMW einfach. hinten zusammengedrückt, dann hast du ein Mercedes rausbekommen. Ne, so, wo krieg ich jetzt hier, ähm, Messer her? Hier? Ist hier ein Messer? Ui, freie Waffen. Warte, wie kaufen wir gleich mal? Fallschirm zur Sicherheit? Eine Taschenlampe? Machete? Messer? Oh, Alter. Oh, Alter, ich korbe, ich, alles, ja, alles günstig. Brecheisen, was muss man brauchen? Ne Axt, ein Golfschläger, ne Wortzahne, kommt ne Wortzahne, warum nicht? Boah, hat sich mal ausgerüstet, guck mal. Ey, Bruder, hast du Probleme? Hast du Probleme? Wop, woppa, woppa. Huss, Huss, so, genau. Huss, Huss. Morgen Nachrichten, äh, 13, das Kind verprügelt, Einkaufswagen, Frau Walmart, Zeugen werden gesucht. Cool, jetzt sind wir komplett ausgerüstet. Also jetzt sind wir wirklich komplett ausgerüstet. Wir haben ein Auto, wir haben Waffeleisen. Wisst du, was uns so irgendwie fehlen würde? Äh, die Schneider würde uns fehlen, aber ich hoffe, das geht sich trotzdem so aus. Die Schneider ging so nicht her. Und was zum Off-Roar noch nicht schlecht. So, fangen wir mal. Jetzt ist los, Leute. Jetzt gehen wir jagen. Äh, Kevin hat die Einblende kaputt gemacht. Danke für die coolen Streams. Ich habe schon Kevin. Irgendwie ging die Einblende in. Ich hatte gesehen, da kommt die, also so ein Dumbag von Tippi, Alter, ich hasse das. Da geht manchmal die Anzeige nicht richtig. Also da gibt es ja die Arbeit, 50 Stunden lang, hast du deine Einblenden fertig. Und dann fängt sie ein, der nicht richtig Liebe draußen Tippi. Dann, die Dank für's Super. Calvin Baumgarten. Und ein Euro in diesem Sonderes dann auch dafür. So, Kilian, TKB. Heute schon Mittagessen und alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Und Schubi, Dank für eurem Essen. Und schon Mittagessen. Ja, meine Damen und Herren. Ich habe schon wieder Mittagessen. Ja, soviel zum Mittagessen. Genau, wenn wir das jetzt so klappen, muss ich mir vorstellen. Im Notfall müssen wir abholen mit der Karre, gell? Also, äh, erstmal noch auftanken fahren und dann schauen, was wir machen. Oder ein Auto klauen, wenn es hart auf hart kommt. Vielleicht einfach nur klauen. Oh, Traktor. Ist jetzt vielleicht ein Auto, das man klauen könnte? Ob, stehen hier Autos rum? Nee, kein einziges. Das ist schade. Boah, das sieht hier so geil aus. Habe ich ja mal den einen Screenshot gemacht. Bist du ja noch? Das sieht halt so geil aus. Schau mal, das ist das BMW-Abzeichen sogar weg hinten. Das ist komplett eingedrückt. Der arme BMW, Alter. Er ist zu Mercedes konvertiert. Ja, ich hätte dort ein Funkgerät kaufen können, du hast recht. Hast du recht eigentlich, aber, hm. Wo zum Funkgerät jetzt gerade? Ich habe ja niemanden, mit dem ich jetzt funken müsste, von dem her. Ich hätte im LAFD-Funkel könnte ich reinfunken können. Ja, das wäre möglich gewesen. Kleines Kind, was da rein funkt. Da ist Radana, aufpassen. Das ist Frühgas. Gern würde ich jetzt ein Auto trauen. Ich habe ja alles dafür. Ich hätte alles dafür, jetzt ein Auto mitzunehmen, aber vielleicht ein Polizeiauto aufpacken. Das wäre geil. Ich schaue mal hier hin. Vielleicht ein Polizeiauto oder sowas. Nee. Das ist schade. Kein Polizeiauto weit und breit. Das ist sehr schade. Ich fahre mal nach vorne, vielleicht in so einem Rettungswagen oder sowas. Aufpacken. Ah, okay. Nee. Nee, hier ist nichts. Oder vielleicht steht irgendwo ein Auto in der Einfahrt. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. The Hennhaus. Girls, girls, girls. XXX. Cool. Da würde ich rein. Nee, äh. Kein Auto. Schade. Viel egal wäre, dass wenn ich hier so ein McLaren oder sowas finden würde, in der Art und damit dann rumcruisen könnte. Weil du musst ja auf dem Hauptplatz. Auf dem Hauptplatz wäre ich direkt mitgenommen. Ein kleines Kind hat mein Auto geklaut. Könnten Sie mal gucken, wer das war? Wissen, wie genau das war. Nee, komm, dann fahren wir halt noch mal rüber an das, äh, das, äh, das, äh, das Dingsen-Lunsen. So mal, die Argen passt schon. Ach, eine Weste könnte ich mir kaufen. Äh, die kostet, äh, zwar Geld, aber da habe ich noch eine Weste dabei. Nee. Eine Weste kostet zwar Geld, aber nie so viel. Die könnte ich, glaube ich, direkt hier kaufen, ne? Und Munition, genau, Munition wollte ich kaufen. Ich wollte für meine Pistole und für meinen, äh, SMG war das, glaube ich, gell? Ja. So, und jetzt, oh, Waffen-Betachments. Nee, kommt da drauf. Wobei, ein Schalldämpfer, ich kaufe mir ein Schalldämpfer und Panzerung ein paar Stück. So, damit ich in Fallerfälle nicht hinfalle und dann, ne? Das wäre ein großes Problem, ein großes Drama. Muss der echt langsam mal hinfahren zur, äh, Rettung. Mich mal untersuchen gelassen, aber egal. Mit der Weste drüber geht es sich vielleicht noch halbart aus. So, also wir müssen hier nur hochfahren und dann, äh, schauen, dass wir irgendwo Tiere jagen gehen. Oder wie es eh. Ach, schau, da ist ja ein Hirsch. Ach, ich habe kein Licht mehr. Scheiße. Und der Hase, guck. So viele Tierchen. Die Frog ist nur. Wo gehen wir hin? Und, äh, ballern die Tiere ab. Das ist jetzt die Frage. Hört sich schlimm an, es ist aber... Oh, guck mal, Kätzchen. Wie süß. Waldkätzchen. Schau, kleines Waldkätzchen. Kann ich drauf rein? Waldkätzchen. 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 Also, ich kann ja nichts tragen, was so ist. Waldkätzchen. Huhu. Schau, wie süß. Schau, wie süß. Das kleine Waldkätzchen. Ja, wer tut denn da Waldkätzchen, hm? Ja, wer tut denn da so viele Waldkätzchen? So, süß, süßes Waldkätzchen gefunden. So, äh, wie gesagt, wir schlagen hier unser Quartier auf. Äh, hier so, will ich mal behaupten, ne? Dass man von hier oben gut runter gucken kann. Joa, sollte, sollte klappen. Köder auslegen und wir gehen mal jagen. Auf den Pirsch gehen wir jetzt. So. Geh mindestens 25 Meter zurück, ja, das ist kein Problemchen. Müssen wir nur schauen, dass wir auch treffen mit der... Also, wenn das jetzt ein kleiner Hase oder sowas ist, dann treffe ich den jetzt auch nicht. Ja, supi, Alter. Ich hab halt keine Sniper. Ich hab nichts zum Weitschießen. Und theoretisch könnte das jetzt richtig in die Host gehen. Oh, schau, da kommt was. Da kommt der Hirsch. Ah. Ha! Erwischt. Weißt du, vielleicht den, den... Kann ich da das Ding draufballern? Schau mal mal. Äh, Taschenlampe. Ich hab, ich hab doch... Hab ich jetzt eine Taschenlampe dazu? Ah, Schalldämpfer hier. Schalldämpfer. Und eine Tasche... Kann ich hier eine Taschenlampe draufbinden? Ne, das geht nicht auf dem Ding. Aber einen Schalldämpfer mal drauf. Das passt doch. Schau, mal ein Hirsch. Ach so, ein schönen Hirsch. So, schlachten wir mal den Hirsch ab. Mh, lecker Hirschfleisch. Oh, da machen wir uns halt ein gutes Hirschragu. Da machen wir uns halt ein leckeres Hirschragu. Aber der Spot, der passt, ne? Finde ich jetzt. Also... Der Spot ist supi. Schau mal, Hirschfleisch bekommen und ein bisschen Rehpelz. Dann schauen wir noch mal. Äh, einmal noch verwenden. Also bist du ja supi. Johannes, haut 25 Euro raus mit Fies. Hi, kannst du bitte mich und meinen Freund den Flo grüßen? Mist, der Beste. Ach, den Johannes und den Flo grüßen mal. Kuss geht raus. Alter, 25 Euro mit Fies. Da lass mal... Guck mal, dass wir mal einen Like-Up noch mal dafür füllen. Vielen, vielen Daren sagen. Auf den Like-Up. Und man hört sicher wieder die Katze mit dem Rund in ihrem Zimmer. Alter, wir haben schon 8000 Likes heute geknackt. Das heißt, Annel wird heute 100% eine Ente. Oh, schau, ein Wildsau. Oh, perfekt. Alter, ich schwöre euch, das ist so... Der Spot ist besser geht nicht. Das ist der beste Spot ever. Hier kommen gerade nach und nach Tierchen. Die Wildsau ist auch dabei. Nee, das funktioniert super. Also der Spot ist wirklich hammerhart gut. So. Wildsau ist weg. Nochmal ein Pflänzchen. Ja, komm. Warte ein bisschen, bevor du... Ja, weil es zu schnell ging, ne? Es ging gerade zu schnell. Ja, nochmal, komm. Vielleicht, Leute, wenn wir heute so einen... So einen Berglöwen noch mal bekommen, wie der da hinten, ne? Wenn der hier anrennt und wir den schlachten, da kriegst du echt viel Kohle für. Ist zwar nicht legal, aber... Wir kriegen dafür viel Kohle. Ich meine, das, was wir hier machen, ist sowieso komplett illegal. Ich meine, wir sind ein Kind mit Opas Waffeleisen, mit BMW, der hier steht, den wir fahren im Dreis. Irgendwie, vielleicht sollte man mal den Überfall, ne? Schau mal, hier. Häschen. Hoffentlich kommt jetzt nicht so ein kleines Häschen hier hoch. Das ist ein bisschen kompliziert, hier abzuschießen. Aber schau mal, man braucht hier gar keinen Gewehr. Ach, schau, da kommt der hier schon nochmal. Ja, ja. Ey, der Spot ist super. Da kommt echt jede Zeit... Voila. Uh. Ha. Noch bekommen. Der Illuminatenkönig ist auch dabei. Dankeschön an Illuminatenkönig. Und er schreibt... Ich bin zwar noch nicht lange dabei, aber feier Karl-Heinz total. Mach weiter so. Bestes Stream. Dankeschön. Illuminatenkönig für 9,99 Euro und die netten Wörtchen. So, Rehpelz. Noch mal vielleicht damit nicht viel. Schau mal, das ist die Wildkatze. Aber die lassen wir in Ruhe. Das Schöne ist, ich habe das extra eingestellt, dass Wildkatzen eigentlich angehen können. Deshalb traue ich mich da auch mit der rumgehen. Guck mal. Ach, die ist schon schön. So ein Berglöwe. Schon schön. Hallo, Berglöwe. Das habe ich vergessen. Einpflanzen mit dir. Super. Könnten wir zu unserem Haustier machen, gell? Schau mal, wie der da steht neben dem Auto. Sollten wir vielleicht zu unserem Haustier machen. So einen kleinen Berglöwen als Haustier. Wäre schon süß. So, 25 Meter. Ich gehe viel weiter weg als das, aber... So. Nicht viel weiter. Kannst du ja mitgucken bei uns. Dich mache ich nämlich nicht fertig, weil von dir kriege ich nichts. Das weiß ich. Aber pass auf, wenn du da jetzt nach hinten gehst und mein Tier angehst, dann mache ich dich auch fertig. Kleines Stink. Stink-Ding. Kommt weg da. Schau mal, kommt hier irgendwo was von irgendwo an der Seite? Nee. Sollten wir vielleicht die Uzi ausprobieren, ne? Ich probiere mal die Uzi aus. Probe mal Uzi. Oder das Ding verscheucht gerade unser... Ja, egal. Ich glaube, das sieht jetzt nicht gut aus. Ich glaube, da kommt gerade nichts. Ich gehe ein bisschen weiter hoch. Vielleicht hilft das hier. Nee, ich glaube, da kommt nichts. Nee. Ach, schau mal, da unten rennt was. Ich glaube, der verscheucht das Ding. Schau mal. Au! Schau, Gott sei Dank hat ich mir meine Weste an. Da unten läuft was. Irgendwann ist der Grund... Ja, egal. Komm, wir pflanzen nochmal hier was ein. Passt schon. Ist ja weiter weg hier vielleicht so. Ah, ich höre was. Ich hoffe, ich habe es gehört. Oh, das ist ein Hase, aber der ist das nicht, ne? Das ist übelst creepy hier. Am Abend Tiere jagen gehen. Das ist richtig hart creepy, Bruder. Ich fühle mich gerade die ganze Zeit irgendwie verfolgt von irgendetwas. Jetzt kommt hier gleich so ein fetter Oger aus dem Wald, der mich entführen möchte oder so. Was? Na, Ars. So, also. Fordernerdings, da sollte jetzt was kommen. Genau. So, komm ruhig. Ah, Hase. Oder? Das ist der Sound der Spinde. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Tier war, aber... Ich warte nochmal ein bisschen. Ich glaube nicht, ich habe so das Gefühl, das war nicht das Tier. Ich glaube, der Hase wollte genau... Oh, Alter, ich habe gerade erschrocken. Ne, da ist das Tier. Ich dachte gerade, der kommt gerade so ein Oompa Loompa oder so aus dem Ding raus. Ne, der Hase. Der Hase wollte doch lieber hoppeln. Schau mal, der war gar nicht das Tier zum Fall. Der ist genau in dem Moment, weißt du, einfach dieses Timing, dass der genau dort drüber hoppelt. Einfach genau in dem Moment drüber hoppelt, wenn ich das hier anpflanze, ne? Genau in dem Moment muss da so ein bleder kleiner Hase drüber hoppeln. Schau, jetzt hast du es davon gut gemacht, Hase. Der arme Hase. Ich würde mal sagen, wir graben hier irgendwo ein, oder? Ein bisschen... Och nee, der arme. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Das wollte ich nicht. Ich glaube, Hasen kann man gar nicht fangen. Einfach fassen wir auf RLO. Naja. Es gibt, es gibt im Wald, gibt es Punkte, wo wirklich Sachen passieren, wo wirklich ein Geist und sowas auftaucht. Ne, das haben wir bei uns. Also, du musst im Wald echt aufpassen, da passieren wirklich Dinge, wo du dich einscheißen könntest. Also, sag wie es ist, ne? Kann man sich schon ankacken gehen. Ich selber habe mich schon öfters selber erschrocken, obwohl ich die Sachen selber gesetzt habe, wo was passiert. Ach, schau, da kommt, was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Was ist das? Hä? Ist das ein normales Schweinchen auch so? Alter! Solardis haut allzu sieben raus! Wann fällst du mal wieder über deinen Dosensack immer wieder lustig? Oh, scheiße. Stirb, stirb Schwein, stirb Schwein. Solardis, ich habe leider, warte, habe ich einen Dosensack? Ich gucke, ob mein Dosensack noch da ist. Ach, schau, guck mal, warte. Hat man es gehört? Ich hoffe, man es gehört. Da ist noch ein Dosensack bei mir. So. Ja, wenn der Dosensack gefüllt ist, dann kommt er aus dem Zimmer auch wieder raus. Weil ich habe so viele Dosen im Zimmer, deshalb bleibt der Dosensack. Alter, Solardis, 1 zu 7 reindonated. Komm, dann lass mal mal einen fetten, fetten Herzring nach für dich. Solardis, der ist für dich. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Solardis sollte aber richtig ausspringen sein. Der ist für dich. Hör mal raus hier. Leute, alle mein Herz da lassen für Solardis. All den Herz. All den Herz. All den Herz. Kann man schon mal Danke sagen? Äh, Kustiger. Genau, Kustiger. Bei 500 Euro werde ich über meinen Dosensack stülpern. Und dann sage ich, Kustiger. Genau. Nee, kennt ihr doch diese Facebook-Leute, die da was gesagt haben? Ja, für so und so viele Likes springe ich von der Treppen, vom Treppengeländer runter und sowas. Ganz schlimm. Dieser, wie hieß denn der doch mal? Der Zwiebelsohn war das doch. Ich glaube, Zwiebelsohn hieß der. Gab es einen anderen auch noch? Zwiebelsohn und der andere hieß... Ah, weiß ich gar nicht mehr. Ach, schau mal. Wildzau gibt viel. Braucht aber lange, bis sie tot ist, ey. Aber Wildzau gibt sehr viel. Aber die Waffel ist gar nicht so schlecht, ne? Weil die hörst du nicht. Also wenn der wieder vorbeifährt, das hört keine Sau. Also die Sau hört es halt auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also Xion, 1,2,6, danke für den Euro. Fenolo, YouTube, danke für 10 Euro. Dann Jeffersen, Smokehouten, Euro raus. Covid-Zauner haut auch einen Euro raus mit Schreibt, was geht alles, was Biden hat, Bruder. Ja, muss los. Chaos, 23, danke für 1,37. Kevin haut raus mit Danke für die coolen Streams. Kuss geht raus an Kevin. Dani ist ja VIP geworden. Und Nico, Znair haut raus. Moin, Xion, meine erste Spende, feier dich mega. Mach weiter so, Dankeschön. So, ich habe wieder vergessen, einen zu pflanzen, oder? Habe ich jetzt eingepflanzt? Habe ich jetzt eingepflanzt oder nicht? Habe ich nicht eingepflanzt, okay, gut. Dann muss ich nochmal neu. So, reinde. Xion156, er fragt einfach zweimal, wie es mir geht. Also, mir geht es sehr gut, aber... Das ist mein basic Antwort auf alles. Weil, wenn es mir nicht gut geht, würde ich, glaube ich, nicht streamen. Das dürft ihr euch auch gerne merken. Wenn es mir scheiße geht, dann streame ich auch nicht an sich. Oh, schau. Das war auch damals, wo ich meine... Wisst ihr noch damals, wo ich meine Pause hatte? Weil es mir einfach scheiße ging? Ich finde nämlich irgendwie... Also, wenn ich streamen würde und mir geht es wirklich nicht gut, dann ist das ja kein schöner Stream, so, weißt du. Also, ihr könnt euch merken, Leute, mir geht es immer gut, wenn ich streame. Mit mir geht es dir? Ach, Hirsch. Ach, Hirsch. Oh, nee, daneben. Oh, nee, nicht. Da wäre der Sniper besser gewesen. Nicht, oh, nee. Das ist gute Fleisch. Da sind überall Einschlusswunden. Ei, 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 ei. Aber immerhin, ne, es funktioniert gut. Also, bis jetzt ist das echt ein guter Spot gewesen. Also, ich habe noch nie so einen guten Spot gehabt wie hier. Schau mal, wie viel Wildschwein ich habe. Passt mal auf, was ist denn das hier? Wildschweinpelz. Wildschweinpelz low haben wir bekommen. Aber warte, wo ist denn hier das Fleisch? Fleisch, das Fleisch ist wichtig. Fleisch, 15 Stück. 15 Stück Fleisch, Mischfleisch. Leider hat es einen erwischt, der hier nicht dabei sein hätte sollen, ne? Der kleine Hase hier, aber sonst. Hör bitte auf, die armen Tiere. Wir sind immer froh, dass das nur virtuelle Tiere sind. Also, hier kommen Gott sei Dank keine echten Tiere zu, ne? Wisst ihr schon Bescheid. Stell dir vor, wie ein Minecraft. Hör auf, die armen Tiere. Die können ja nix dafür. Die armen Tiere. Ah, da kommt eine Wildsau, glaube ich, hinten. Ja, habe ich schon gesehen. Wildsau kommt. Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Wop, 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 wop. Ja, aber man muss ja, man muss ja hier irgendwie auch seine Brötchen verdienen, ne? So. Jetzt kommt hier noch gleich die Peter angerannt mit, äh, wir protestieren. Denn, keine Jäger mehr. Oh, Verkehrsunfall, wie schön. Soll ich da hinfahren? Bin beim Eingang, achso. Schau mal, wie süß das Ding ist. Das kommt die ganze Zeit zu mir. Schau mal, die Katze kommt die ganze Zeit zu mir zurück. Die mag mich anscheinend. Also, irgendwie mögen mich Katzen. So, einmal mache ich noch und dann verpisse ich mich von hier. Schau mal, was das hier wert ist. Dann haben wir genug gejagt für heute. Müsst du den Reel auch jagen gehen? Nein, würde ich nicht. Äh, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, es würde mir schwer fallen, wenn ich jagen müsste. So. Also, ich war im Reelife. Oh, oh, Alter. Da geht die ganze Hirschfamilie drüber. Guck mal. Was ist hier los? Gerade die ganze Hirschfamilie unterwegs. Ich glaube, da kommt gerade nichts. Kann das sein? Oder wann ist die Hirschfeste, die hier gerade rumgehirscht sind? Nee. Nee, ich glaube, da kommt nichts. Ja, fahr mal einfach. Gut, dann fahr mal einfach. Äh, fahr mal haben. Äh, fahr mal einfach haben. Wenn nichts kommt, kommt nichts. Verpasst, ich habe relativ gut abgesagt. Obwohl wir das jetzt verkaufen gehen. Boah, guck mal ein bisschen was. Tschüss, Hasi. Tschüssi. Oh, oh, warte. Doch, doch, da ist ein Hirsch. Oh, der rennt weg. Was mit dem Hasen? Der sitzt schon seit einer Stunde hier. Perfekt. So, Jagen erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Können wir eigentlich direkt zum Verkaufen. Warte, wo kann man das nochmal verkaufen? Hier unten, ne? Ist da Fleischer? Oder wo kann man das Zeug verkaufen? Also, eins weiß ich. Ehe, egal. Sachen kann man hier verkaufen. Aber das Fleischen so. Ach, warte. Dann kannst du hier verkaufen beim, ähm. Wo war's denn? Hier. Beim Supermarkt, glaube ich. Verkauft man es nicht mal beim Fleischer, oder? Da verkauft man es nochmal. Früher war hier unten so der Fleischer. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr dort. Ich schau einfach mal hin. Wir fahren was zum Supermarkt zum. Wir kriegen über den schon mal, was wir dafür bekommen. Anderes Pipi-Enten-Club. Machst du bitte Dosen-Sack-Einblende mit Dosen-Sack-Geklapper? Ja. Wäre irgendwie lustig, gell? Ich wollte eigentlich eine Schoko-Zucker-Einblende machen. Die waren mir wichtig und richtig. Aber ich komme nicht dazu. Nico Znare haut nochmal raus. Ja, spricht jetzt Znare aus. Wann kommt wieder ein Stream? Ja, aber komm, wie soll ich es sonst aussprechen? Znare, oder? Also, Znare, oder wie sonst? Aber küsst du raus an dich. Auf Twitch weiß ich mich nicht mehr gucken. Oh, Motorradfahrer. Nur fast mitgenommen. Zu Agra Lona. Wollte mich nochmal bedanken, dass du an so viel Freude bereitest. Danke, grüßen. Thanks. Oh, Agra grüß ich. Jawohl, danke schön. Du bist ein Bandspotter nochmal. Norman Zweiten für Mega-Content. Hashtag-Randfahrer, Hashtag-Motorradfahrer, Hashtag-Motorradfahrer, Hashtag-Motorrad-Spinne. Da fehlt noch die Hashtag-Anti-Anti-Anti. Äh, was ist grau-weiß, gefleckt und eine Ente? Ein Ande. Äh, schlecht. So. Machen wir mal, dass wir was dafür bekommen, und da uns ein Trau-Auto leisten können. Ein Andes Autoschmaus. Kann ich damit noch ein 360, das letzte Mal machen? Eigentlich. Ist ja, das klappt mit dem Auto, ne? Ja. Ah, ne, nicht ganz. Das war ich dann mit dem 360 in den guten gelegten. Also, schau mal, hier ist die, hier ist die Kuh-Rinderweide, und da vorne soll die dritte Verkaufser. Also, wenn es mich nicht ganz irrt. Und doch, dann ist halt, hab ich wieder mal erfahren. Aber ich glaube, der Fleischverkauf ist beim Walmart. Klau beim Enten aus dem Auto, das mache ich gleich als nächstes, weil ich, ich würde so gerne mal in dem Auto, oh, nee, lass was los. Ui, 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 hat er nicht gesehen. Oh, mein Gott, das hat er nicht gesehen. Ui. Nein. Ihr wollt nicht offroaden. Ui. Ui. Äh. Lass ihn hier einfach stehen. Bitte, passe. Ja, das war, das war gerade offroad. Erstmal ein Bann für mich. Das ist mir ein Banngrund. Offroading. Ja, das, das ist jetzt wirklich offroading. Aber ich habe nicht gesehen, dass das runtergeht. Ich dachte, da geht eine Wiese runter. Das ist das ja komplett, oder? Das ist euer Fleisch. Schau mal. Oh, das hat sich aber zu viel gebracht. Oh, man munkelt, man munkelt. 660, das ist nichts, das ist nichts, 966 Dollar, das ist wirklich nichts. Muss ich schauen, dass ich hier wieder irgendwie rauskomme, aus dem Loch. das ist hier schon kompletter Schrott. Guck dir das Ding an, wie das aussieht. Schau mal, hier, weißt du, das ist logisch, weißt du, hier gibt es so einen, so einen halben Berg runter und hier hätte ich runterfahren können. Hier, guck mal. Hier. Ich dachte, so eine Wiese, wie hier so runter und da ist so ein Absprung. Ja, moin. Ja, moin. Einfach mal los. Ich fahr mal lieber in die Richtung, weil ich irgendwie gerade Angst habe, dass die Polizei kommt, die mich anhält. Oh! Hat keiner gesehen, hat keiner gehört. Alles gut. Nichts passiert. Alles super. Hier ist alles super. Hier ist alles super. Und es ist nichts passiert. Hier ist alles super. Ja, Leute, ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gehört. Es ist nichts passiert. Dem Tier ist auch nichts passiert. dem ist, dem Tier ist insgesamt noch nie, was passiert. So ist denn jetzt der Schwarzmarkt. Oh, nee, der ist hier oben. Muss ich auch wieder zurückkehren. Nee, Alter. Aber was habe ich denn? Ich glaube, wo verkaufe ich denn den Scheiß? Nee, jetzt wirklich, wo verkaufe ich das? Wildschweinpelz, Wildschweinpelz. Nee, das ist ja alles, das ist alles legal. Wo verkaufe ich denn das? Was habe ich denn das immer verkauft? Beim, Alter, beim Dienst kann ich nicht verkaufen, den Pelz. Wo verkauft man Pelz? Ach Leute, wo verkau... Unten beim Export, oder? Nee. Nee, jetzt no joke, wo verkauft man Pelz? Weißt du, ich habe das Script geschrieben und weiß einfach nicht, wo es verkauft. Gebrauchtwagen, nee, jetzt no joke, Alter, wo verkauft man denn? Kack. Logistik, äh, wo ist der Markt? Maskshop, Wöbelhaus, nee. Ein Pfandhaus vielleicht. Das Pfandhaus, das an? auch nicht. Ich, warte, Schlachter? Nee, das ist das nicht, nee, Schwarzmarkt, das weiß ich, der nimmt das nicht an, das ist ja alles legal gekauft. Wie, wer nimmt Pelz an? Walmart dachte ich, ich dachte Walmart nimmt den an, aber nee, ist nicht so. Nee, ich weiß nicht, wer den an nimmt. Also, ich könnte mir nur vorstellen, dass ich jetzt zum, äh, zum Export runterfahre. Also, Export würde ich jetzt schätzen, weil Export ist das einzige, was es noch gibt zum Verkauf, wie man das gut vorstellen könnte, aber egal. Ihr fahrt eh zu an, das Auto aus, dort ein Auto klauen. Passt schon. Also, hätte ich jetzt gesagt, oder? Weil, was sagt ihr, sollen wir bei einem Auto aus, ein Auto klauen, damit rumcruisen? Ich würde sagen, schon, weil, mit dem Auto kommen wir nicht weiter, wenn wir da in der Kontrolle sind. Aber bis jetzt, die Cops echt, äh, lässig. Also, ich bin jetzt nicht angehalten bis jetzt. Super. Das wüsste doch, wie Entenangel auf der, das ist ja aber geben, bei der Kirmes. Enten ziehen, ja, war schon lustig. Samstag mag, Gespräch mit, Spielehersteller. Hä, woher weißt du das? Ich bin schon wild. Ja, weil ich, äh, am Samstag haben wir dann Gespräch, ja? Ganz schön, ein internes Gespräch. Ey, wir fahren mal runter zum Entenhaus, ich stecke da mal ab. Oh, oh, Blitzer, 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 äh, boah, gerade noch, ey, gerade noch runtergegremst. Und wir sollten vielleicht mal die 500 Spielchips ausgeben. Mhm. Also, ich fahr jetzt erstmal zu einem anderes Entenhaus, schau, dass ich da ein Auto klaue und dann, guck mal das schon irgendwie hin. Was? Habe ich da gerade irgendwas mitgenommen? Hast du das gut gehört? Sonst kannst du, kannst du, kannst du gemacht. Oh, nee, Rechnung. Du hast gerade so einen kurzen Clasher gemacht, sonst hätte ich was mitgenommen vorne. Ich habe jetzt aber nicht eine kleine Ente mitgenommen, oder? Ja, hoffentlich nicht. Das hat sich gerade so sehr angehört. Ich wäre was um das Auto gekommen. Ob eigentlich eine Katze oder so, ach, das wäre nicht schön. Ja, irgendwas, irgendwas habe ich gerade mitgenommen vorne, an der Front. Wenn ich nicht nach vorne geguckt habe. Wird schon, wird schon was gewesen sein. Uiuiui. Warte, vielleicht ist hier ein Auto. Ach, guck mal hier unten. Kann man das Ding klauen? Kann man das klauen? Ist das gut, dass wir haben? Das gehört ja jemanden. Aber damit kommen wir nicht weg von der Corporio, wenn es so weit ist. Äh. Äh. Ach. Gut, das darfst du nicht verziehen. Ich meine. Mhm. Komm mal hier irgendwie durch? Komm mal hier irgendwie. Ja, wir könnten hier runterfahren. Das geht. Mal aufpassen langsam. Keine abkurze Bindung. Uiuh. Ich bin Kind, ich weiß nicht mehr. Oder was? Dann würde ich halt nur folgendes machen. Ich würde das Auto, uh, den Wagen hier irgendwo abstellen, in der Nähe, vom Autohaus, und dann rüber gehen. Zu Fuß. Das war zu meinem Plan gewesen. Dann komm, wir stellen das Ding hier rein. Upsi. So, hier stellen wir die Kiste rein, in das, äh, genau, hier rein, und dann passt das auch. Ja, hier gibt es eine Garage. Ja, die gibt es auch. So, in Gita Online gibt es die, glaube ich, sogar auch, dass man die aufmachen kann. Ach, man kommt ja hier nicht drüber. Ach, das habe ich vorher vergessen. Da kommt, ich komme doch hier sicher auf das, äh, auf das Dings rauf, oder nicht? Alter, shit. Ja, Dietrich, ach, da kommt man raus. Dietrich habe ich jetzt dabei, Leute. Dietrich. Dass ich hier außen rumgehe. Jetzt wird ein Auto geklaut. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe so, dass das klappt. Oh, da steht, Ein Security Auto. Nein, das ist Security. Leute, das ist einfach Security. So ein Scheiß, ey. Müssen die da jetzt sein, weißt du? Ich bin einmal hier und es ist Security da. Scheiße, ey. Ich gehe langsam, ich setze mich hier so rein. Guck, guck, da ist Security. Da ist immer Security. Das ist mir aber egal, ich glaube, da ist auch ein Auto. Ich sage es dir. Ey, sobald er offen steht, nehme ich ihn mir, dann snag ich ihn mir, den Wagen. Ja, Leute, wir sind gerade auf der Pirsch. Wir pirschen uns gerade an das Auto ran hier hinten. Ach, der, der, der wäre schon geil. Dieser pinke Porsche links, der wäre schon geil. Oder wir klauen uns ein Security Auto. Aber da müssen wir uns richtig ran pirschen. Aber allein, wie ich mich schon ran gepirscht habe, ist schon heftig, hier rein, in den kleinen Busch hier. Was machen die denn hier vorne? Was machen die denn? Erstmal was trinken und beobachten. Also ich hoffe, die kommen dann bald weg. Also ich will den Wagen haben. Abschießen. Ja, so weit kommt es noch. Wegen Auto klauen, jemanden abknallen. Naja, sollen wir warten. Ich habe Zeit, Leute, ich habe Zeit. Wobei, vielleicht, vielleicht wäre es besser gewesen, am Hauptplatz einfach ein Auto mitzunehmen. Aber da sind so viele Leute. Aber hier ist halt Security, Alter, nehme ich ja direkt mit. Aber wißt du, was echt lustig wäre, wenn wir uns hinten ran pirschen an das Security Auto, ne? Sollen wir das mal probieren? Weißt du was? Ich, Pistole mit Schalldämmen. Ey, das wäre jetzt echt heftig fies, ne? Aber das wäre halt, das wäre halt jetzt einfach nur RDM, wenn ich da jetzt reinballern würde. Aber ich überlege gerade, hier hinten diesen, diesen Wagen, wenn ich mich da ganz langsam ran pirsche, aber ich so klein bin, könnten wir vielleicht, ja, weißt du was, ich probiere das mal. So, so, passt mal auf. Jetzt mein Skateboard, ja? So. Ich habe nämlich die Idee meines Lebens gerade, ja? Wie ich das jetzt mache, wie ich mich da ran pirsche. Wir sind auf der Pirsch. Wir sind auf der Beutz. So. Jetzt fahren wir so einmal drumrum. So, dass man uns genau nicht sieht und dann schwimme ich rüber. Ich schwimme unter Wasser, so, so, so gut es geht. Ich dann rüber schwimmen. Das ist so unauffällig, das merkt keine Sau. Und dann gehe ich von hinten an das Auto ran und versuche es zu klauen. Das ist doch, das ist doch beste Idee ever, Alter. Einfach beste Idee EU West, oder? So, jetzt machen wir das Skateboard weg. So, und jetzt schwimmen wir rüber. So. Das wird, keiner wird merken, dass wir hier drüben sind. Keine Sau wird es merken. Das ist doch Plan Nummer uno. Jetzt haben wir ein Security-Auto, damit können wir rumcruisen. Security-Auto wird keiner anhalten. Das könnte sicher sein. Warum ich glaube, der geht auch relativ schnell. Oder anrufen. Ja, anrufen nicht. Ich kann keine Falschmeldung machen am Handy. Und auch wenn, Alter, Security mit der Schießerei ist, bringt sich nichts. Ach, guck mal, was hier steht. Aber das schaffen wir locker, Leute. Das schaffen wir locker flockig. Boah, die stehen hier vorne, die sehen mich gar nicht. Die sehen mich hier ja gar nicht. Jetzt da langsam ranschleichen nach Sting und wir sind drin. So einfacher geht es halt echt nicht, Bruder. Einfacher geht es halt echt nicht. Das ist ein Over 9000-EQ-Plan. Autos hat ab jetzt für sie geöffnet. Das interessiert uns nicht. Wir wollen einfach nur das Auto klauen. Das Lifeguard-Auto wäre halt auch lustig zum Klauen. Jetzt müssen wir uns aber ranpirschen. Schau mal. Komm ich da rein? Ei, das wird, das wird etwas Shit, ey. Ja, fuck, wie machen wir das jetzt? Also doch nicht so einfach zum Ranpirschen. Ich meine, ich könnte mal probieren hier. Aber da brauchen wir eine Stunde für. Ich komme hier gar nicht rein, oder? Das klappt, Leute, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Das klappt, das klappt. Okay, jetzt müssen wir uns nur noch rüberpirschen an die Wand und dann haben wir es. So Ablenkung, 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 das ist gesammelt. Und das gesehen? Das nicht gesehen. Okay, 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 okay. Hallo. Wo kriegt man so ein Kennzeichen her? Möchtest du ein Kennzeichen haben? Mhm. Soll ich dir eins geben? Bitte, ja, ups. Ist das ihr Auto? Ja. Wir sind aufgeflogen. Boah, cool. Sind sie Security? Ähm, schau mal, was auf dem Rücken steht. Security. Da ist so ein Ding drüber, man kann es nicht lesen darunter. Oh, das tut mir leid. Ja, cool. Also sie sind nicht Polizei, weil ich wollte gucken, ob das ein Polizeiauto ist mit dem Kennzeichen da, aber ist kein Polizeiauto. cool. Nein, nein, wir sind nur Security. Ach so, cool. Und wer bist du? Karl-Heinz, ich war grad schwimmen. Du warst schwimmen? Mhm. Oh, weh. Ja. Hallöchen, heute war ich im Casino. Hallöchen, was Casino? Ich glaube, ich hab dich letztens im Casino gesehen. Möglich. Da war schon zwei wunderschönen Nittenherren da. Ja, doch, doch, da war, doch, ja. Da sollte ich glaube, den anderen eine Denkstelle geben. Warum? Ich, ich hab heute wieder Chips bekommen. Ich muss heute noch Casino ein bisschen ballern und so, weißt du, die Sonne scheint. Wie war ich schon? Das hab ich letztens gesagt. Weiß ich nicht, den haben die mitgenommen. Oh je, schon wieder. Mhm. Ich war deshalb auch wieder schwimmen und hab geguckt und so. Ja. Boah, voll cool im Autohaus. Es sind immer coole Autos. Da wollte ich eh gucken. Sind das eure Autos? Ja. Ja. Boah, cool. Boah, der Spoiler ist ja groß. Wie, wie nennt das jeder? Liedentheke? Ich hab leider keine Fritten. Aber ich hab noch Nuggets dabei. Kann ich da drauf essen? Ich kann dir ne Pizza geben. Ne, hab ich. Hab Pizza. Boah, aber voll cool. Ich kann dir Schokolade geben. Nö, jetzt krieg ich Bauchschmerzen von. Hast du deine, hast du deine Piraten-Schatzkarte verwendet? Ja, ich hab, ähm, ich hab ne Goldmünze gefunden. Die muss ich nur einlösen. Oh, cool. Und ich war heute bei der Feuerwehr und da war voll cool. Ja, toll. Mhm. Boah. Ist da auch noch, nee. Boah, voll cool, aber die Autos. Warum sind die eigentlich pink, die zwei Autos? Weil pink ne schöne Farbe ist. Okay. Ja, die Dame hat mein Auto lackiert. Wunderbar. Ach so, deshalb, boah, aber schon cool. Mhm. So, ich muss jetzt weiter, ich muss auch ins Casino spielen. Magst du noch ne Schatzkarte haben? Ja, doch, 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 ja. Weißt du was, weil du mir so sympathisch bist, hab ich auch was für dich. Oh, ne Schatzkarte. Die ist voll selten. Wie, wie kriegt man die Schatzkarte? Bitteschön. Danke. Da muss man ganz viel tauchen gehen und viel Geduld haben. Boah, cool. Von mir kriegst du auch was. Boah, cool. Viel Spaß. Boah, jetzt kann ich spielen gehen. Danke. Ach, hast du Chips gegeben? Ah, ich hab auch noch welche. Ich hab noch 300. Ich hab 500 Chips gegeben von heute. Dann kann ich nämlich den machen, und dann kann ich dort voll cool so. Boah, danke schön. Boah, ist das voll nett. Danke. Bitte. Dann fahr ich mal mit meinem Skateboard. Jetzt muss ich dorthin. Kannst du sagen, wie kommst du eigentlich weg? Ja, ich hab ein Skateboard. Oder willst du innen fahren, dass du dich an? Nee, ich schaff das. Ich bin groß genug. Okay. Tschüss. Tschüss. Die sind urnett und ich wollte die ausrauben. Ich bin so ein Arsch. Das hat eh nicht funktioniert. Gott sei Dank, Alter. Die waren übelst nett zu mir. Müssen irgendwo anders ein Auto klauen, Leute. Das geht hier nicht. Also hier, Auto klauen, da ist Polizei direkt da. Weißt du, wie fies das einfach ist? Und einfach gerade wirklich... Die waren so nett zu mir und ich wollte denen einfach das Auto klauen. Das ist echt fies von mir, aber... Kann ich wissen, dass die so nett sind? Ich hab noch eine Schatzkarte bekommen. Komm, wieder auf Schatzreise und Suche gehen. Schau mal, da ist mein Auto. Ach, schau mal das Heck. Guck mal, da hat sich irgendwer hingesetzt und das Heck ein bisschen schöner gemacht. Sieht es mir so... Sieht es mir immer aus wie ein Mercedes. Mein Mercedes. Mein Mercedes. Oh, da hat er mich geschossen. Oh, kommen wir aber gleich mal weg hier. Anscheinend ist vielleicht jemand auf dieselbe Dage gekommen wie ich und wollte ein Auto klauen. Vielleicht besser gewesen als ich hier kein Auto klaue. Vielleicht hat er mich einmal abgeschossen. Der hat ja zuerst den Waffel rausgeholt. Weil er zuerst gedacht hat, der war schon da los. Aha, Polizei. Oh, Polizei fährt an. Da ist was passiert, Leute. Oh, bin ich froh, dass ich nicht mehr dort bin. Da hat es gerade geschossen, da unten, aber richtig heftig. ein Spitzkott Kanada. Umso besser, dass ich jetzt weg bin. So, schauen wir zum Hauptplatz. Vielleicht finde ich da ein Auto, was ich klauen könnte, aber... Ui. Die Kiste ist schon langsam von mir komplett auseinandergenommen. Was ist ein Kopf? Ich glaube, das war ein Kopf, ne? Oh yeah. Guck mal hier. Memo, guck mal da, Alter. Memo. Guck mal, Memo. Ist das ein echtes Polizei- oder ist das nur Fake? Das ist ein Fake, ne? Ja, das ist Fake. Wie schön wäre das, wenn es ein echtes Polizei-Auto wäre. Wisst ihr was? Wir gehen mal. Aus Sicherheitsgründen schenk ich hier mein Auto ab und ich gehe mal aus, aus, rein aus Respekt, ja? Aber wir können hier nicht rüber, oh kacke. Rein aus Respekt, gucken, ob es irgendwo Polizei- Also das Geiste wäre Polizei-Auto klauen. Vielleicht schaffen wir das auch. Ich schau mal, vielleicht finde ich irgendwo eins. Wie geil wäre das? Pelz noch wegbringen. Ja, ja, aber der Pelz ist doch illegal. Das passt schon. Wir schauen auf Ehre-Bruder-Basis, ob ich hier irgendwo noch ein Auto finde. War das ja so geil gewesen. Das ist ein echtes Polizei-Auto gewesen. Ich hätte es dir mitgenommen. Aber so ist das halt nur ein Crown Vic. Den kann sich jeder holen. Wir gehen mal drüber. Hopp. Hoppa. Hoppa. Äh, okay. Hopp. Autsch. Der Lambo da vorne. Ist jetzt aber drin? Wie wärs wenn wir den Lampen da vorne klauen? Wie wärs wenn wir den Lampen da vorne einfach knackig öffnen? Aber das ist gerade nicht überall Polizei, ne? Ist jetzt da drin? Ist jetzt niemand drin? Ist der offen? Sollen wir? Ich hab irgendwie Angst, ich hab so Angst, dass da gleich die Polizei vorbeikommt und mich einfach mitnimmt. Ist aber gerade so ruhig hier. Scheiß drauf, nur RISKLOFAN, das ist mein Motto. Aus dem Fahrzeug steigen, aus dem Fahrzeug steigen. Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug. Aber, aber... Da sitzt ein kleines Kind am Steuer. Nee, aber das ist... Aus dem Fahrzeug raus. Der Mann hat gesagt, ich darf da mich reinsetzen. Da war so ein großhaariger Mann, der hat zu mir gesagt, ich darf mich reinsetzen. Oh, Menno. Kleiner Mann, komm mal bitte aus dem Fahrzeug. Da war ein großhaariger Mann, der hat zu mir gesagt, wenn ich mich da reinsetze, dann darf ich den fahren. Komm mal bitte aus dem Fahrzeug raus. Komm mal her. Nee, nee, aber er hat gesagt, ich darf da fahren mit, wenn ich mich da reinsetze. So, ich breche jetzt das Auto auf und hole ihn mal raus. Nee, nee. Doof. Schnell weg. Boah, Alter, wie schnell fährt denn das Ding? Oh mein Gott, wie schnell fährt denn die Kiste? Ja, leck mich doch abzüglich, ich bin noch nie so ein schnelles Auto in RNO gefahren. Der Mann hat gesagt, ich darf mich reinsetzen. Ne, ich hab 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 ne, wie wir wegkommen, ich hab ne, wie wir wegkommen, ich hab ne, wie wir wegkommen. Oh, Blitzer. Weißt du, am Hauptplatz, ich hab gewusst, ey, weißt du, dreimal probiert über Brücke, die funktioniert. Wenn das Gute ist, dass wir wegkommen mit der Kiste, ne? Das Ding so schnell fährt, da war er da. Holy moly. Alter, schnell weg. Bruder. Schnell weg. Das hat funktioniert. Wie viel Ball, da sitzt ein Kind drin. Da sitzt ein Kind drin. Oh, Polizei, ich hab ihr gesehen, ich hab den Polizei lang gesehen, ich hab den Polizei lang gesehen, ich hab den Polizei lang gesehen. Ich glaub, der hat mich auch gesehen, ich glaub, der hat mich auch gesehen. Das Ding ist so auffällig. Natürlich hat er mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. Das Lade, ich bin für den Scheiß. Das ist dann vorbeigefahren. Los. Schnell weg, Alter, schnell weg, schnell weg. Richtung Stadt einwärts und abhauen, Alter. Der ist mir vorbeigefahren. Ja, moin. Ich hab den, ich hab den vorbeifahren gesehen bei mir. Hui. Schnell tanken fahren. Danke, sie mich gleich leer. Alter Schwede. Ja, Leute, ich hab extra noch, äh, tatsächlich noch das mitbekommen, das Schlüssel klauen. Das, äh, Gott sei Dank hab ich noch dran gedacht. Wobei ich glaube, wenn du den überbrückst, hast du den Schlüssel automatisch. Dann ist er schon geklaut, aber egal. Ich hab gerade einen Supersportwagen vom Hauptplatz geklaut mit dem Dietrich und hab den gesagt, ich, äh, durfte mich reinsetzen. Es hat gut funktioniert. Ja, ich bin der Helse, der nicht passt, hat Freddy gesagt. Achso, der infiltriert den Kuh. Kuss geht raus. Äh, Nolak, Mak, danke für eine Eurone. Nico, Snare oder Snare. Naja, ist ja auch egal. Ist eine Abkürzung von meinem Nachnamen. Guck mir jeden Stream weiter so. Ja, gut, dann kann man es ja nicht wissen, Bruder. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Pff, kann man den wegmachen? Nee. Ich will die Kennzeichen wegmachen. Oh, schnell, äh, schnell weg, Alter. Kann ich den weg? Oh, nee, sagen sie, ich hab ne Nachricht bekommen von... Nee, Feuerwehr. Also, das ist selbe. Damit können wir jetzt richtig fett Kohle machen. Äh. Ja, wisst ihr? Ja, das ist, äh... Ein fetter Lambo, Alter. Der ist nicht günstig. Ah, wie schnell die da waren, Alter. Wie schnell die einfach hier waren. Das Ding fährt schnell. Ich muss doch vorne abbrechen. Das ist doch ein Blitzer. Das Ding ballert aber anders. Das ist ein Blitzer, aber da will ich nur 100 fahren, ja. Ja, der Blitzer ist fies. Wenn du da 130 fährst, wirst du geblitzt. Aber hier. Hier ist er wieder 130. Aber einfach volle Flex, Uwe. Da sitzt ein Kind drin. Da sitzt ein Kind drin. Diese Panik in der Stimme. Der hat gesagt, Polizei, oder? Ich glaub fast, ne? Nee. Das ist ein Kopfloser. What the hell? Da ist recht. Ja, danke schön fürs VIP werden. So, jetzt fahren wir aber damit mal... irgendwo ganz spontan hin. Ich darf jetzt ne Anzeige eigentlich euch hier... Ist der offen? Warum hält denn der da so komisch an? Ich mach zwei Dings auf und fahr wieder weg. Dings machen. Wobei es klappt eh nicht. Ich hab keine Glock dabei. Aber es wär lustig. Hahaha. Das klappt gar nicht. Das klappt gar nicht. Ich hab nämlich keine Glock dabei. Mal probieren. Mit einem Baseballschläger vielleicht. Blecheisen. Ich glaub dafür brauch ich so ein Maschinengewehr oder ne Glock und die hab ich leider nicht. Schade. Irgendeine Glock hier unten. Oh, warte den Kofferraum gucken. Vielleicht hat der ja was dabei. Ich hab meinen Kofferraum rein. Ein Werkzeugkästchen hat er dabei. Ja geil. Achso ich hab ja noch einen. Ja cool. Dann repariere ich die Kiste. Dann stelle ich den aber irgendwo hin wo wir besser sind. Weil... wäre hier immer ein Problem wenn wir uns hier jetzt grad den Dings repairen dann ne. Dann ist Ende mit der Fahrt heute. Ich stelle mich hier rein. Perfekt. Äh. Ja hier solls gehen. So. Erstmal reparieren das Ding. Eine Hoffnung. Eine Hoffnung. So. Weil hinten ist einer gratis drin Leute. Hinten ist einer gratis drin. Damit cruisen wir heute den ganzen Tag rum. Das kannst du mir glauben. Damit cruisen wir heute den ganzen Tag rum mit dem geklauten Lamborghini. Was ist denn noch? Ein Sian ist das ne? Ist der der? Er hat das ein Sian. Ja geil ey. Perfekt. Dann klau ich den Werkzeugkasten raus. Gratis Werkzeugkasten. Perfekt. Kann ich jetzt das Kennzeichen abnehmen? Oh ja. Ach das kann man ein und aus bauen. Wie cool. Dann mach ich das aber aus. Dann sieht man das nicht so wenn ich damit rumfahre. Kennzeichen abmontieren und los gehts. Und wir sind auf Achse. Geil. Das ist jetzt wirklich geil. Ich will der mal ausfallen. Mal gucken was der so Speed mäßig drauf hat. Also wirklich komplett. Nitroflasche hab ich leider keine mehr. Aber wir suchen mal. Wir gehen mal Ding suchen. Wir gehen mal unsere Schatzkarte aufmachen. Schau mal. Schatzkarte. So ist denn das. Ah da fahren wir gleich mal hin. Jawohl. Bei den Schatz muss man auch noch hinterher. Das ist ganz wichtig. Hab ich ganz vergessen wenn wir eine Schatzkarte bekommen haben. Mhm. So. Äh. So. So hinten. Mal vorgewiesen. Eddie. Gibt das auf dem Server auch Autohandel? Ja. War mal gerade vorhin bei Anderes Autohaus. Wo ich die Karren eigentlich klauen wollte. Aber ich hab eigentlich grad das. Eines der schnellsten Autos bekommen. Also besser gehts echt nicht mehr. Ich hab wirklich eines der schnellsten Autos grad bekommen. Andere Farbe. Neh mal jetzt nicht weil äh. Das ist mein Auto ist. Und vor allem beim Sian umlackieren kostet das eine Lawine. Da sind gleich mal 20.000 Dollar oder so weg beim umlackieren. Also ne äh. Lieber nicht. Vor allem den finanziellen Schaden möchte ich dem anderen auch nicht antun. wenn der sich nicht wieder armwildiger vorhin war. Das tue ich dem nicht an. So. Äh. Frage 15. Hau den 10er raus. Meine erste Spende für den deines Tönes richtig. Nice. Dankeschön. Wie den Darm. Jetzt ziehen wir den dann nochmal durch den Wagen oder? Das war Polizei. Kann das sein? Ich glaub. Ich glaub fast das war grad Polizei. Aber durch den Blitzer durch. Ist mir scheißegal. Ich zieh durch. 313 geblitzt. Ah da geht ja noch was. Guck. 324. 325. Das ist halt echt täglich was der Wagen kann. 325. 27. Boah alter fast 340 grad gefahren. Fast mit 340 auf der Bahn. Aber so sieht halt die Lichter aus. Sieht man den Wagen auf Entfernung nicht so gut. Das passt perfekt. Also wir holen uns jetzt erstmal unsere Schatzkarte und unseren Schatz ein und schauen was wir rauskriegen. Wie wir mal die Sachen verkärbeln. Das Ding ist so heftig schnell. Und vor allem das Handling ist so mega. Es ist wirklich heftig. 1.000 Dollar für den Blitzer. Ja gut das ist echt toll. Du musst echt aufpassen. Er hat wirklich 1.000 Dollar nur für den Blitzer gezahlt. Ja gut mit über 300. Boah. Neue Nachricht. Och bitte mich. Hilfe. Aber wir könnten uns eigentlich mal eine E-Mail erstellen als Karl-Heinz. Stimmt. Das ist nämlich neu. Hab ich gar nicht dran gedacht. Wenn wir jetzt eine Registrierung machen. Bevor wir die E-Mail wegschnappen. Die Karl-Heinz-Mail. Karl-Heinz-Mail. Karl-Heinz-Mail.com So. Ähm. Bestes Passwort EU-West. Registrieren. Hat die schon wer? Ne. Perfekt. Jetzt haben wir unsere eigene E-Mail. Hab ich vorher vergessen, dass wir jetzt ein neues Postfach haben. Mit dem wir dann Bewerbungen so annehmen können. Was ich ganz geil finde. Karl-Heinz-Mail.com Perfekt. Mal uns wieder ausloggen. Wollt ihr die Mail-Shell speichern. Bevor jemand anderes nimmt. Sind wir auch E-Mail aktiv. Karl-Heinz-Mail.com Perfekt. Besser geht's ja nicht mehr. So. Also. Nächster Punkt ist an sich. Äh. Gleich hier. Ja. Und da ist jetzt gleich. Oh. Jetzt hab ich nicht gesehen wo der Punkt genau war. Der müsste hier irgendwo sein. Das Ding nur hier hinstellen. Dass wir da im Notfall wegfahren können. So. Schauen wir mal. Also hier müsste die. Der Schatz versteckt sein. Hä? Wo ist er denn? Oh ne. Wo ist er denn? Ich hab jetzt den Punkt nicht genau gesehen. Super. Sollte ich mir vielleicht merken. Bei der Schatzkarte immer diesen anderen Punkt zuerst setzen. Dass man das nicht verkacken kann. Ach ne. Alter. Der war doch hier der Punkt. Der war doch hier der Punkt. Irgendwo. Das ist jetzt. Haha. Toll. Ganz toll. Wirklich. Ich dachte ich finde das auf Anhieb wie den alten Schatz da vorhin. Hä? Gibt's doch gar nicht. Ist das Ding offen? Schade. Das war doch hier hinten direkt. Erzählt doch kein Schmoren oder vielleicht im Baum drin. Alter das scheppert. Draußen geht ein Sturm. Das scheppert grad richtig durch. Ich hab das grad gehört bei mir. Hinten scheppern. Die Rouladen scheppern durch. Ne. Also ich find hier nix. Super. Super gemacht. Wirklich. Ganz toll. Krieg ne geile tolle riesen Schatzkarte und find den Schatz einfach nicht. Das ist echt traurig. Das ist hart traurig Bruder. Hä? Also sorry aber so weit kann die doch nicht sein. Das war doch hier der Punkt. Der war doch hier hinten. Bei der Rampe. Vielleicht hier oben. Man sieht's ja wenn man nah genug dran ist sieht man doch wo's ist. Steht vielleicht hier irgendwas? Ne. Hab ich da toll hinbekommen Alter. Das war doch hier hinten. Also extra hier angehalten. Weil hier vorne war das Ding. Hier. Müsste es doch irgendwie gewesen sein. Vielleicht hier drin? Ne. Das ist ja so fies wenn es in nem Busch wär. Weil dann sieht man den Dings. Den Haken nicht. Hinter der Rampe sagen die Leute. Dahinter. Okay. Ich schau mal hin. Stimmt das hinter da. Also hier ist es nicht. Kann man mal hier gucken. Das kann doch nicht sein ey. Dass ich den so verkacke den Schatz. Hinter der Rampe ist er nicht. Auf der Rampe. Oder hier im Baum drin. Schau mal in nem Baum rein. Nö. Das ist ja wirklich nicht mal ernst. Er war bei dem L auf der Map. Du meinst hier ne. Hier. Also bei mir war der hier so irgendwo. Also bei mir. So irgendwo hier war der bei mir. Also da müsste er vielleicht hier sein. Oder vielleicht ist das Ding da drauf? Ne. Wirds ja sehen. Alter. Das kann doch nicht sein. Muss ich nochmal zurück gucken. Das kann nicht. Der muss. Ich geh ja grad alles ab Leute. Ich find den Schatz grad nicht. Ich find ihn grad einfach nicht. Der kann doch nicht weit sein. Hinter der Rampe. An nem Rohr. An dem Rohr hier hinten. Ne. Also jetzt bin ich wirklich schon fast alles durch ne. Jetzt bin ich maximal lost schon. Am L vielleicht. Hier ne. Hier hab ich noch nicht geguckt. Weil jemand meinte vielleicht hier. Ich dachte ganz kurz das Polizei da. Ist ja grad kurz ein Herzinfarkt alter. Ich schau im Stream. Ja. Das war kurz vor dem L was. Ja. Also vor dem L hier. Hier soll es dann gewesen sein. Ich schau nochmal im Stream nach. Wo genau der die Location war. Das kann da echt nicht sein Bruder. Dass ich so lost bin. So. Ich schau nochmal genauer. So. Wir sind hier hin gefahren. Es ist echt blöd. Dass dieser Dings dann automatisch aufhört. Ne. Zum zählen. Der macht dann automatisch zu. Das müsste ich hier. Ne. Das war. Hier. An diesem. Hier müsste irgendwo so ein Punkt sein. Der war genau hier so. Angebracht. Ich schau nochmal. Ne. Warte. Hier. Hier vorne am Rand. Nevermind. Hier vorne am Rand. Müsste es gewesen sein. Hier. Viel weiter vorne. Da müsste es hier sein. Ah. Hier ist er. Gefunden. Hier ist er. Oh mein Gott. Stream sei dank. So. Windows hat sich auch schon wieder gedacht. Da ist er. Schatz gefunden. Da ist er. Ich gehe überall rum und finde ihn einfach nicht. Geht doch endlich. Alter. Geht doch. Ach warte. War dieser kleine Punkt die Markierung auf der Karte. Vorhin. Da war so ein ganz kleiner Punkt auf der Karte. Habt den gesehen? Ein Rubin. Der ist sauviel wert. Ach. Da war eh eine Markierung. Die war nur saumäßig klein. Da war eine Markierung so eine klein. Habt das. Ich dachte das ist ein Dreckstück oder so. Da war eine Markierung die ganze Zeit auf der Karte. Und ich denke. Hä. Das gehört doch zur Karte doch dazu. Da war so ein ganz kleiner weißer Punkt. Habt den gesehen vorhin. Ja. Da war ein ganz 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 kleiner. Aber ich dachte der gehört zur Karte. Der hat den Punkt markiert. Ja moin. Ich bin da komplett lost. Ach schau. Der geht eine Kuh über die Straße. Ein Rubin haben wir gefunden. Wisst ihr was der Wert ist der Rubin? Ey. Da fangen wir mal zur Bank rüber. Hallo VQ. So fangen wir mal rüber. Jetzt bin ich richtig happy. Jetzt bin ich richtig hart happy. Einfach Rubin gefunden. Ich glaube 5000 Dollar so ist der Wert. Ne der Rubin. Muss ich mal gucken. Was ist der Weg? Ist hier irgendwas los? Oh. 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 Leider ist er zu. Wie schön wäre das wenn er sich offen wäre. Schade ist zu. Er wird hochgefahren. Na, das Auto hat Fiesigerouvellen. Ol entlang konnte man mal probieren den Wagen nur zu verkaufen. Ne, das geht eh nicht. Aber lustig wäre es! Einfach pity und hin, den Auto zu verkaufen. Weg ist er. einfach mal hin wenn da kein Überfall ist dann wäre es schlecht da steht ein Polizei oder was wir klauen könnten ich stelle mich extra wieder so extravagant hier hin müssen da alle gucken können dass ich so aussehe als würde ich hier die Bank nicht überfallen so also Rubin Emerald ja weißt du jetzt ist der Rubin wieder dauernd ach komm so viel ist er gar nicht wert Goldmünze ist minus 2 Emerald ist aber viel wert ja den Emerald verkaufe ich jetzt der ist was plus 230 ja gut das muss ich verkaufen da kriege ich wenigstens wieder ein bisschen was vom Blitzergeld raus ich überlege gerade ob ich den ob ich vorne klauen soll aber dann kommt die Polizei direkt angemarscht ich kann gucken ob das Auto offen ist das könnte ich probieren oh jetzt sind sogar zwei da schau mal ob ein Auto offen ist von der Polizei wenn wir Glück haben ist es offen ne der ist zu ich dachte ganz kurz der ist offen 1 zu 7 das soll man probieren aufknacken das ist immer das wobei dann kommt Polizei dann das ist es geht zu schnell dass hier Kopparios da sind das geht viel zu schnell viel zu sehr am Hauptplatz in die Richtung also ich gehe mal meine Emeralds verkaufen um die Sachen will ich da jetzt mit 300 durchflex durch den Hauptplatz kriege ich dann eine Anzeige für mal schauen er hat die Polizei gehört äh ich glaube der war nicht in der Meer bin ich mir gerade nicht ganz sicher was ist da denn was ist da denn passiert oh mein Gott da komm ich die Liege steht hier halbe Wache die kackt ja einfach rum ok so pass auf Auto absperren genau bevor das Leasing ausläuft und jetzt rein da schauen wir mal was wir kriegen vor die au ja den verkaufe ich den Rest behalte ich 2,480 ist ok jetzt habe ich meine Bußen wieder mit dem ich hier mit dem Auto gefahren bin wieder zurück die 2000 Dollar für Blitzen tanken müsste ich für ihn wo ist die nächste Tanke ich wundere es halt echt dass der Typ sein Auto irgendwie da stehen hat gelassen mitten auf dem Hauptplatz will ich nie was machen nie ich will das Ding niemals da stehen lassen was soll ich jetzt bekommen nimm mal Feuerwehr wer verletzt auch ist bekommt keine Luft super da fahren wir mal hin da fahren wir mal hin ne machen wir mal voll die Kiste komm voll die Kiste komm voll machen geht doch jetzt verarsch verarsch du handel eigentlich auch in real so oft also somit handelt die Ende und so weiter kuss diggi ja nicht so heftig wie hier nee das ist das ist eigentlich so ein insider die real life keine ahnung so so Ich werde auch immer in die Bücherei gehen. Blip klop. Ich habe mich gerade kurz unloaded hier. Perfekt. Jetzt kann ich wieder schnell fahren. Irgendwie fühle ich, dass ich so durch den Hauptplatz rase mit dem Teil. Also es irgendwie so anfühlt, als könnten die Cops mir nichts antun, weil das Ding so schnell ist. Ich frage mal Hauptplatz, ich frage mal vielleicht vermisst es jemand. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus, als würde es jemand vermissen. Guck mal bei der Polizeizentrale vorbei. Oh, guck mal da. Das sieht lecker aus. Da wird gleich geködert. So. 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 Der hat es gesehen, der hat es gesehen, der hat es gesehen. Der hat es gerade gesehen, Leute. Der hat es gesehen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das hat er gerade sicher nicht gesehen. Das hat er gerade sicher nicht gesehen. Und ich bin weg, Bruder. Ich drücke aufs Gas, die 500 PS. Tschüss. Das habe ich aber gerade schon aufs genommen. Uiuiui. Alter, ich habe einen ganz schönen Dops genommen gerade. Bist du deppert. Karl-Heinz hat Fahrskills in Axel. Oh, da war ein Blitzer. Ich vergiss aber, dass hier überall Blitzer stehen, Alter. Also, am Ende des Tages mache ich hier mit uns geschäftlich mit dem Hubel hier fahre. Mal nach links abbiegen hier. Uiuiuiui. Bist du deppert. Uiuiui. Ach, schön. Wir fahre ja gegen die Alba. Das habe ich aber irgendwann zu vergessen. Alter, was ein Getaway. Wenn der Weg verfolgt hat mit so einem Bugatti Veyron, Alter. Weil er so eine Autovine wieder wollte. Das hatte ich doch nie. Ist so nie wieder hergefahren, weil er so eine Karre wieder wollte. Vor allem einfach dieses Kopf-an-Kopf-Rennen der Veyron hinterher. Keine Chance, Bruder. Nicht gegen Karl-Heinz. Karl-Heinz Profi-Rennfahrer. Einfach Karl-Heinz Profi-Rennfahrer. Da kommt uns keiner hinterher, Leute. Da kommt uns keiner hinterher. Wenn wir so fahren wie Karl-Heinz. Jetzt ist das Ding hier vorne kaputt. Na ja, scheiß auf. Wobei man sieht halt jetzt rein, ne? Sollts vielleicht reparieren. Na komm, ich reparier schnell. Schnell Reparatur casten. Wenn ich gegen die Alben angefahren bin. Mach mal die Windschutzscheibe wieder fix wie nix. Und wieder vier... Was kostet das noch Reparatur, Karsten? 3000 Dollar? 2000 Dollar? Ah, weg ist er. Einfach nur, dass die Scheibe vorne wieder normal ist. Wir haben ja nur dieser blöde NPC da jetzt nicht reingefahren. Wäre alles super gelaufen. Ja, da ist sehr viel Geld rein. Du bist hier in die Kiste. Sehr viel Geld. Ich sehe ja nicht, dass da ein kleines Kind drin sitzt. Das wissen die ja nicht. Aber es macht so Spaß damit einfach nur rumzufahren. Das Ding halt echt schnell ist. Jetzt schauen wir mal, endgeschwindigkeitstechnisch was da drauf hat. Wenn wir jetzt die komplette gerade ziehen. Also wir hatten 340, aber ich glaube der kann 350, 360. Wenn er es will. Mit viel Kraft. Das war jetzt ein Doppel-360. Ja, war nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Hat doch schön Spaß gemacht. Damit zum Autohaus. Wir sollen zum Autohaus fahren. Aber mal fragen, ob wir den einfach schabeln können. Für den angenösten Preis. Also auf Ebay. Weißt du was ich stelle? Auf Ebay Kleinanzeigen rein. Dann kommt die hier alle. Passt mal auf. Ich mache jetzt folgendes. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt so obvious. Ich mache jetzt richtig obvious, dass wir bei Pop Steiner sind. Und wir machen hier so ein Bild, okay? Und posten es auf Ebay Kleinanzeige. Und wir parken uns mit dem Autohaus wohin. Und beobachten das dann von der Ferne. Wie dann hier die ganzen Polizisten und so einkommen. Und den Wagen hier abholen wollen. So, das müssen wir mal schnell machen jetzt. So, pass auf. Ebay Kleinanzeige. Die kommen ganz schnell hier hin. Wenn wir das machen. Oh ne, mein Ebay hat sich aufgehängt. Jetzt muss ich aber mal gucken, warum hängt sich mein Ebay auf? Ich weiß es nämlich nicht. Mein Ebay hängt sich öfters mal auf. Ja, warte. Ich weiß bis heute nicht, woran das liegt. Wir haben da schon mal... Ah, warte ich hier. Na, das ist es aber auch nicht. Hm, hm. Ich weiß bis heute nicht, warum sich das Ebay oft verabschiedet. Das ist jetzt nicht das erste, was ich... Oh, bollas, scheiße. Dass sich mein Ebay verabschiedet. Irgendwann. Ne, das ist es nämlich auch nicht. Mal restart vom Phone. Das ist schon komisch, ne? Warte mal, Ebay nochmal rein? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, das ist immer, wenn du ein Angebot mal drin hattest. Und dann neue Einlogs. Weil wir sind gerade am Debuggen, wovon das kommt, dass sich das aufhängt. Wir wissen es nämlich bis heute nicht, warum das liegt. Pass auf, so. So, da, da, da. Ist auch geil, ne? Die Idee. So. So, und jetzt ganz schön weg mit der Kiste. Zerpacken wir das Ding hier irgendwo ein. Oh. Hoppala, schon irgendwo. Schauen wir uns das mal an vom Weiten, ob da wer kommt oder nicht. Gehts aber ganz schön steil runter, ne? Oh nee, jetzt habe ich mein Handy in der Fresse, super. So, hier hat er kommen sind, hier hat er kommen, also hier ist ja mal der erste. Ja, tschau, der ist jetzt so vorbeigefallen, ach warte, man sieht mich da ein bisschen. Für umsonst sehe ich ihn, hahaha. Ich machte die Anzeige gleich wieder weg, vielleicht sehen die da, dass ich hier war. Jetzt lass mal wie so einen guten Schinken erst mal ziehen. So einen guten alten Schinken, zieh mal hier mal. Dann nehme ich das wieder raus. Hopp Steiner, das wüsste doch hier gleich weg, warte, ich mach das ja weg, ne? Äh, ich glaube, wenn du hier so Posts rauslöscht, also ich mach jetzt hier auf löschen, dann mal hier meinen eigenen Post gleich rauslöschen. So. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die App neu öffne, ich glaube, dann haut es mich raus von Ebay. Ah, auch nicht. Okay. Oh, jetzt kommt ein Heli. Okay, ja, hahaha. Da kommt der Helikopter hier zur Stelle, guck. Das sieht, ich glaube, der sieht mich von oben, ne? Wobei. Oh ja, die kommen, 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 die kommen. Die wissen, was ich vorhabe. Die wissen das, die wissen das. Ja. Schau mir. Ja, schnell weg. Steh weg. Schnell weg mit der Kiste. Komm, zieh. Ist das Zivilpolizei, wenn ich die ganze Zeit hoch und runter, oder war das die Jungs von vorhin? Ich weiß es nicht, ob das Zivilpolizei ist. Ich kann es nicht sagen. Die wollen den Hobel haben. Der hat mich gesehen da oben. Weil ich hänge die jetzt ab, Leute. Ich hänge die ab. Leider habe ich kein Nitro dabei. Aber ich glaube, brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen jetzt aber unsere Fraßskills. Wir brauchen gute Musik dafür. Komm, wo ist die geile Musik? Haben wir einen 1-7 Beat oder sowas? Ein heftiger Beat. 1-7 Musik. Oh ja. Jetzt ist aber hier Fando. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Skill beweisen. Wird immer kleiner hinter uns. Merkt ihr das? Wie kleiner wird? Je länger ich das jetzt durchziehe, desto besser wird es. Wobei, ich glaube, wir werden hier gleich Nagelbänder auslegen, wenn es so weitergeht. Aber I have an awesome idea. Passt auf. Oh ja, da kommen wir gut weg. Ey, hinter dem Wagen kommst du ja nicht hinterher, Bruder. Es ist ja irgendwie ein P1 sind wir jetzt gerade gefahren. Nein, ich bin falsch abgefahren. Und die andere Richtung. Geh, volle Konzentration. U-Turn, U-Turn, U-Turn. Und hier rechts. Ist nicht so easy. Nicht so easy, lemon squeezy. Ach, schau, wer da ist. Warum ist der da abgefahren? Das ist eine ganz dumme Idee von mir. War vielleicht aber doch nicht so dumm. Ben, ben, ben. Alter. Oh ne, der kommt immer näher. Der kommt immer näher. Warte, Fahrer. Zieh, den Hobel kommt. Zieh. Da vorne ist ein Blitzer. Einfach, warum holt der so auf? Hätte ich doch nur vorne weitergefahren. Ich Idiot. Oh ne. Und Blitzer. Und wieder 1000 Dollar. Wäre cooler. Das tut halt am meisten wir von allen Sachen. Ich hab ne Idee. Scheiße, der ist schneller im Off-Roading. Ne, Allah. Das war eine ganz schlechte Idee. Warum bin ich nicht einfach auf der Autobahn weitergefahren? Ein bisschen Verwirrung muss sein. Ich glaube, ich hab ne Idee. Oh ja, ich hab so ne gute Idee gerade. Da werdet ihr aus den Augen, werdet ihr, äh, genau. Aus den Augen werdet ihr, genau. Ich zeige ihm einfach, wer der bessere Fahrer ist. Oh, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen. Schnell weg, Alter. Weiß nicht, haben die dem jetzt in Platten geschossen oder so? Das ist, was ich hoffe es. Ihr habt nicht gesehen, dass hier was war, Alter. Vor allem, weißt du, das ist geil, dass der Polizeihilie einfach und er hinterher. Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Ui, 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 da hab ich einen weggerammt. Da hab ich einen weggeknödelt da vorne. Die werden mir Führerscheinssperre für immer geben, die Jungs. Aber die Mucke macht's grad besser. Die chillt gerade richtig zum Fahren. Die ist grad richtig hart gechillt. Oh, Alter. Bist du deppert, Alter, Walter. Muss ich um mein Leben fahren, Alter. Ich muss um mein Leben, muss ich hier büßen und fahren, Bruder. Die Frage ist, wer bezahlt die Kosten? Würde ich da gerade geblitzt dahinten? Ah ja, ich würde gerade geblitzt dahinten. Ich fahr grad nen Hobel zusammen. Irgendwann... Ach, 1000 Dollar. Irgendwann muss mir der Tank leer gehen hinter mir. Habe ich extra davor extra noch so hart reingetankt, weil ich ja so ein Assi bin. Ich muss schauen, dass der jetzt mal durchzieht, der Wagen. Muss mal durchziehen. Zu einem des Autoschmaus. Der kann auch... Also, das Problem ist halt, Uiuiui, uiuiui. Da muss ich mal ein bisschen abbremsen. Och, du Scheiße. Da muss ich mal abbremsen. Scheiße, ist das eine... Ne, ist halt Kassel. Man hätte da schon fahren können, theoretisch, aber egal. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt, Leute. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Oh ja. Ich habe ihn abgehängt. Ich habe ihn einfach abgehängt. Hui. Ja, komm, verpiss dich. Verpiss dich. Ach, scheiße. Schnell weg, Alter, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Erstmal tanken und dann weg, Bruder. Ich glaube, er kriegt sein Auto nie mehr wieder bei den Fahrskills. War das ein Cop? Ich glaube, das war ein Undercover Cop, ne? Mhm. Ich glaube, das war ein Undercover Cop, der gerade vorbeigefahren ist. Oh, da kommt der Heli. Ich muss den jetzt hier unten einparken, theoretisch. Alter, Jungs, Mädels. Bist du deppert. Das war jetzt ganz schön on top, ne? Was wir jetzt gerade gemacht haben. Das war, also, das war ein Getaway des Jahrhunderts. Obwohl ich so oft wo reingedrosselt bin mit der DS, also, das Ding ist halt echt OP. Ich merke, wenn ich damit fahre, Bruder, das ist halt wirklich einfach damit zu empfehlen. Ich verstehe, wie jeder diesen Wagen fährt. Also, wirklich, jeder Depp kann ja mitfahren. Das ist ja was. Wir parken den Wagen jetzt hier oben hin. Das wird dir niemals jemand finden, den Wagen. Kannst du einen zweiten Teil von die Rente, was, die Rente kommt, machen? Du meinst, der Rentner-Stream, den wir mal gemacht haben. Oh, vielleicht, ja. Ein Rentner-Stream wäre schön gelustig. Aber ich habe halt keinen Rentner-Charakter. Außer auf, äh, hier auf, äh, Grand-RP habe ich einen Rentner-Charakter. Also, hier kann mich eigentlich keiner finden. Ich packe mich echt nur noch hier so ein. Ja, wobei, hier. Wieso sollte mich keiner sehen können? So. Leute. Ich würde sagen, wenn wir schon so krass bei der Sache sind wie jetzt gerade, ist es umso besser, wenn wir Andel zur Ente machen. Alter Schwede, war das gerade ein Get-Away, Leute. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt, sowas. Er kriegt sein Auto nie mehr wiederkriegen. Das glaubt ihr, Leute. Er kriegt sein Auto nie wieder. Den werden wir hier jetzt stehen lassen. Ich bin damit auch nie gefahren, ne? Aber wisst ihr, was wir jetzt so machen? Ich habe ein Fallschirm dabei. Also, ich hoffe, der funktioniert. Äh, warte, habe ich den überhaupt dabei? Doch, den habe ich dabei. Falsch, ja, doch, den habe ich dabei. Wir machen jetzt zum grünen Abschluss hier. Pass mal auf. Ich glaube, das funktioniert überhaupt, oder ist das zu niedrig? So, ey, Leute, ich habe irgendwas das Gefühl, das funktioniert. Egal, komm, scheiß drauf, wir machen einfach. Hui. Um das ganze Get-Away-Dings hier ein bisschen zu verbessern. Einfach nur geil, Alter. Das war ja... Jetzt weg, da. Ich bin damit nie gefahren. Ich bin damit nie gefahren, Leute. Nie. Nur nie. Ich weiß nicht, weil... Mich... 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 Sion, hä? Von was redet denn ihr? Ich bin kein Sion gefahren. Hm. Einfach der Profi, wie spricht er jetzt? Fahre ich runter? Das war auch wieder 2000 Dollar aus dem Nichts, ne? Die sind jetzt wieder weg. Die 2000 Dollar kriege ich nicht mehr wieder. Das ist... Das bleibt für mal jetzt weg, das Ding. Naja, geil. Es hat sich... Es hat sich gelohnt. Für den guten Abschluss. So. Wovon wir denn jetzt hin? Ah, hier geht. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall kostenlosen Like. Da würde mich sehr freuen. Lasst doch kostenlosen Abo da. Mit einem Abo könnt ihr mich kostenlos supporten. Und sagt euren Leuten Bescheid. Soll mal hier vorbeibuppeln. Das ja bald mal hier die 1.000.000 Abos knackeln. Das würde mich sehr heftig freuen. Und... Aber hier kommt man halt eh runter, ne? Komm ich auch runter? Will ich mich in die Baustelle setzen? Ah! Egal, ich sitze mich da einfach nicht rein. Die Baustelle wird schon passen. Auf jeden Fall heute wieder sehr viel Action. Mit Karl-Heinz ist immer Action-Swetschen angesagt. Vor allem jetzt die Verfolgungsjagden. Ich meine, die haben mich nicht bekommen. Die haben es nicht geschafft. Die haben es einmal nicht hinbekommen. Verstehe ich nicht. Weil so gut bin ich jetzt... Gut, ich bin schon mal besser gefahren. So gut war ich jetzt auch nicht. Aber das Ding ist halt wirklich brachial schnell, ne? Und vor allem in der Stadt. Wenn du da ein bisschen, äh... So was zusammenfährst, wie ich gerade. Dann tut es dir eh ganz schön schwer, aber es... Ach, warte mal. Weil hier könnte man... Wartet mal. Kann man hier mit dem Ding rauffahren, theoretisch? Wenn du hier mit dem Kocher hochfahren kannst, das wäre heftig lustig, hier zu kochen hier oben. Das würde keiner checken. Ah, cool ist es hier. Erfällt mir. Da setze ich mich hier irgendwo hin. Die Baustelle hier wird sowieso... Ach, hier kann man rüber. Baustelle wird sowieso nicht fertig hier. Das könnt ihr mir glauben. Das ist eine Baustelle, die bleibt immer hier. Der ist ja cool hier drin. Guck dir das. Also wenn du hier mit dem Auto reinkommst... Ach so, ich selber dachte, ich kann es nicht kochen. Wüsste ich, was es gewesen ist, wenn es geht. Ah, hier ist eine super Aussicht. Genau hier machen wir Ende. Ich glaube, der wird jetzt ein ganzes Leben lang... ...wird der Typ sein Auto suchen. Glaubt mir das. Der wird er nie finden. Werde er nie finden. Ich war mit Rumpel auf dem Wagen. Nee, also ich fühle den Wagen nicht so krass. Also das ist schon lustig zum Fahren und so, aber ich fühle ihn halt jetzt nicht so. Ganz klar. Aber ja. Also, ähm... Da würde ich mal sagen, ich gehe mal schauen, ob Andel da ist. Casino. Casino machen wir nächstes Mal. Ich schaue, ob Andel da ist. Ich will mal gucken, ob Andel wieder zur Ente wird. Ich glaube, Andel ist nicht da. Kann das sein? Er ist 100 Pro in seiner Disco unten drin. Er hat 100 Pro hier. Ah, jetzt muss das aber hier. Warte mal. Oh, ist das schön. Oh, der hat's Tablet gesehen. Der sieht das Tablet. Ich Idiot. Ich will nur gucken, welche ID er hat. Äh, bauen die hier an. Die bauen hier an. Ich will nur spielen da. 4-0-3. Was ist das mit deiner Spinner? Ich hab 4-0-3. Das ist schon mal wieder, wie das Ding nochmal heißt. Wer ist denn das Teil, Römer? Wer ist denn das Ding? Weißt du das, Römer? Ich weiß es nämlich wieder nicht auswendig, Leute. Ich weiß es nicht auswendig. So, ähm. Schauen wir mal. Blunderstück? Nee, ich find's gerade nicht. Scheiße. Nee, Alter, ich find's nicht. Sie haben das rausgenommen. Hier müsste es sein. Und da unter Config. Blunderstück, so da ist er, Camorant. Ich kann das nicht... Welcher, die hat jetzt Andel? 403. Ich hab nur drauf gewartet. Awww. Er hat nur drauf gewartet. Ich hab nur drauf gewartet. Die sind da los. Ich hab nur drauf gewartet, Alter, ohne Wies. Du hast dir aber auch noch gesagt, no? Ah, ist das schön. Aber die bauen hier an. Wem gehört denn das Scheißhaus hier? Das gehört doch jemanden, oder? Wie der da kuschelt, Alter. Wie der da kuschelt. Ich muss schon hart cringen an dieser Stelle. Ich muss wirklich da ein bisschen... Also Andel, weiß ich schon. Also das ist wieder ein sehr hart cringe an dieser Stelle. Kuss geht raus an Andel. Andel, das Entchen. Oh, schau. Andel hat Babys bekommen. Guck. Das Ding kann nicht fliegen, weil es eine Ente ist. Guck. Das ist Andel, sein Baby hier unten. Alter, Steven. Wundervollen guten Morgen. Bist der beste 1 zu 7 Herzen. Alter, Kuss geht raus. Das hat sich aber gerade echt gelohnt mit Andel, die Ente. Das hat sich gerade sowas von gelohnt, Alter. Ey, wir sind kurz vor den 10.000 Likes. Also wir hauen nochmal am Ende ein Like-Hype raus, Vetsch. Also wenn wir das jetzt auch knacken am Ende. Oh, das knackt wieder. Das wird auch geknackt hier. Die 10.000, die wollte ich noch geknackt haben, ja. Es fehlen 600 Likes jetzt am Ende des Streams. Das schaffen wir, Leute. Das pack mal. So, wisst ihr, das machen wir schon mal hin, ob der das Auto wieder findet oder ob er wegbleibt. Ich glaube, der findet sein Auto nie mehr wieder. Machen wir mal Names an. Aber ich... Das Auto... Weißt du, diese ganze Riesenverfolgungsjagre am Ende dieser Kacke, wo der jetzt hier oben sitzt. Wo ist er denn? Ah, da oben ist er. Der respawned habe ich ihn gerade. Ich bin gerade respawned. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Alter, arme Junge. Ich dachte, vielleicht finden die den irgendwie, wenn da so ein Helikopter vorbeijauzt, ne? Ah, da oben... Ich habe hier Auto gerade gesehen. Wobei, man sieht das hier halt wirklich nicht. Guck. Also, ich hätte niemals sehen von hier. Guck dir das an. Der kann das Traurige ist. Schau mal, die fallen sich die Häuser ab. Nein. Die fallen sich jetzt auf die Dings ab, hier. Tja. Die suchen jetzt ernsthaft die paar... Ja gut, dann haben sie aber gleich hier das Ding gefunden, ne? Außer der ist blind und sieht den Wagen nicht, weil... Aber das gucke ich mir noch an. Ey Leute, ich gebe einen aus, wenn die den Wagen finden. Dann gebe ich andere ein paar Flirt-Tipps. Und die den Wagen... Schau mal, wie du... Ach, halt, irgendwann noch. Guck dir das an. Ah, ist das süß. Ah, ne, jetzt fahren die dort lang. Aha, was... Sie sind doch so... Sie sind ja so knapp dabei, den zu finden, Alter. Aber ey, woher wollen die wissen, dass ich damit ins Parkhaus fahre? Wo besuchen... Die sind gar immer so dumm, ne? Wenn sie Parkhaus absuchen. Jetzt fahren sie ins Parkhaus. Jetzt finden sie den Wagen. Die fahren nur so hoch, ne? Die gucken hier ja gar nicht. Die fallen ja nur hoch. Jetzt guckt er. Er fährt aber auch überall rein, ne? Jetzt wieder fündig. Pass auf. Doch, ne, doch nicht. Never mind. Er fährt genau den Stock nicht ab, wo sein Auto... Wenn der jetzt nochmal runterfährt, ich würde so lachen. Bitte. Bitte fahr nochmal runter und find ihn nicht. Bitte. Es wäre so schön. Es wäre so lustig. Ja. Ja, er fährt genau den nicht ab, wo sein Auto steht. Guck. Da steht sein Wagen. Er fährt den ab und findet ihn nicht. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich kann nicht mehr. Vor allem, wie er da den dritten Stock abgecheckt hat. Aber der ist ja oben. Und der fährt den nicht lang. Ich kann nicht mehr. Guck. Ist das der Hammer, Leute? Das ist ja wirklich der Hammer. Ey, warum fährt der jetzt nochmal zurück rein? Was fährt der da rüber? Okay, ich dachte schon... Ah, ist das der Hammer. Das ist der absolute Hammer, ist das. Im dritten Stock, weißt du, erstmal kontrollieren. Ist hier irgendwo was? Dann fährt ich hier weiter. Weißt du, fährt hier den vierten Stock hoch. Denkt sie so, ach nee, da gucke ich nicht. Ich fahr mal ganz da oben. Fährt zurück. Alles nochmal runter. Ist das der Hammer. Und da unten steht er, weißt du. Aber genau sowas würde... Genau das würde mir auch passieren. Weißt du, ich habe die Möglichkeit zwischen zwei Sachen. Eins ist richtig, das andere ist falsch. Ich nehme direkt die falsche Sache. Hast du so zwei Knöpfe vor mir? Ich drücke immer auf den falschen. Bei einer 50-50 Chance immer den falschen Knopf. Oder, Bruder, gib mir... Gib mir so fünf Knöpfe. Wenn ich auf den einen Knopf drauf drücke, passiert nichts. Auf den anderen bekomme ich Millionen von Euros. So, ich drücke genau auf den Knopf, wo nichts ist. Es ist so. Ich fühle genau gleich wie in diesem Moment gerade. Das ist ganz das gleiche Feeling, Alter. Da weiß es halt. Guck dir das an. Die tut mir leid. Ja gut, aber wir sind... Ey, kurz vor den 10.000 Likes. Jetzt müssen wir einfach hier angasen. Es fehlen noch... Es fehlen hier noch nicht mal 100 Likes, dass wir das hier haben. Also, jetzt haben wir hier... Komm, einer geht noch. Einer geht das noch rein. Also für die Aktion, dass wir da jetzt noch mitgeguckt haben, da hauen wir jetzt nochmal einen Like raus. Auf die 10.000. Ah, ist das schön. Also, dass ich das noch miterleben durfte, mit euch zusammen. Auf die Suche nach dem Auto. Weißt du, wie er genau den Platz auslässt. Es ist halt wirklich lustig gewesen gerade. Und die Suche... Ich sag doch, das Lustige ist, der kann ihn jetzt nicht mal abholen. Also, lustig ist es halt... Es ist halt traurig. Er kann ihn nicht mal abholen bei der Versicherung. Die suchen weiter. Ne, das ist nicht er. Suchen die jetzt alle nach dem Auto. Ich weiß es nicht. Ah, zu schön. Ah, Freddy ist auch da. Hallo, Freddy. Gehen wir erstmal Bus bauen. Aber hey, GG. Wir haben heute gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Gute Arbeit geleistet. Also, Leute. Bus, Bahn, Spotter, Mönchengladbach nochmal. Handelt die Ende nach 5 Euro Hündchen. Und der Steven, Alter, mit 50 Euro, mit vollem, wundervollen guten Morgen. Bist der Beste, Alter. Kuss geht raus. Einfach, weil 0 Uhr ist. Der Steven wirklich kuss, kuss, kuss geht raus an dich. Dick ist das, ah, Bussi, Bussi. Von deiner Oma. So. Ja, genau. Das ist, also, cringy, da geht es nicht mehr von mir. Hybrid, danke fürs Wipfwerden. Und Blackdoor, kannst du ein, also, das habe ich ja vorgelesen. Von den Rentner, ne? So, ich vorgelesen. Schau, wie weit das hier geht. Gehen wir nochmal hier hin. Also, ich glaube, die, so die noch immer. Ne, ich dachte gerade, die suchen da gerade noch immer. Also, die kommen dann nicht mehr rauf, ne? Das ist halt, ja, Wagen. Der steht morgen noch da. Hoppala. Habe ich da reingeflohen. Der sollte jetzt respawnen. Ja, tut auch. Echt. Beste, die spawns gut, die du bist. Also, Leute. Äh, warte. Suchen die weiter da unten. Guck. Die Armen. Guck, wie sie da stehen. Oh, nee. Schau. Hier ist es mir so leid. Wenn du denkst, die stehen ein paar Meter von dem Auto entfernt. Ein paar Meter. Aber die haben kein Kennzeichen dran. Seht ihr das? Kennzeichen ist weg. Also, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen oder so. Und ich würde sagen, weil wir so lange keine Durchgriffsrunde mehr hatten. Ich grüße heute mal durch. Weil, äh, irgendwie legt mir das schon ab. Und ich weiß jetzt weiter. Also, wir machen eine kleine Durchgriffsrunde. Also, wer noch aktiv dabei ist, wer gegrüßt werden möchte. Grüße mal mal durch. Ich grüße auch mal die ganzen Wips durch. Das machen wir auf jeden Fall. Wips, äh, sowieso. Die können auch mal gegrüßt. Schau mal, ich finde das echt schade, dass die einblenden nicht geht. Ich gehe mal in den Overlays. Wartet mal. Vielleicht geht's jetzt. Ich mache mal hier, äh, Relaunch von der Donation. Jetzt geht's, siehst du? Komisch. Verstehe ich nicht. Ähm, ja, bei 10.000, äh, 10.000 likes muss man schon mal Danke sagen. Also, ich grüße jetzt ein bisschen durch, äh. Und, wen grüßen wir denn alles? Hei, 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 hei. ProGamer grüßt mal dann. Alter, ich habe schon so lange nicht mehr durchgegrüßt, Bruder. Der Chat ist full. Äh, Matthias, Daxe grüßt mal. Dann haben wir noch, äh, Dittobor grüßt mal. Jawohl. Äh, den Hassan grüße ich. Dann grüße ich Rumbakur grüßt mal. Äh, ich mache ein bisschen Bucke dazu ankommen. Weil ich schon so lange nicht mehr durchgegrüßt habe dieses Jahr. Wie lange ist denn das her? Letztes Mal durchgrüßen. So lange, ja, Bruder. Äh, ProGamer grüße ich. Giftiges Feuer wird gegrüßt. Dann grüße ich Janine. Dann den Till grüßt mal. Die Grenin grüße ich. Dann haben wir hier noch, äh, Sabi lieb grüße ich. Dann Xions. Linker Zahn auch schon VIP Gold. Kuske draus. Hatte schon Goldstatus hier. Zocker TV grüßt mal noch auch in Goldstatus schon gegönnt. Drei ho ho ho. By the way, wer es nicht weiß, äh, oh. Was war jetzt los? Ich habe mir gerade die Leitung geschmissen. Ich hoffe nicht, Bruder. Ich hoffe nicht. Äh, Kuske draus. Ja, Kuske draus. Ähm. Ja, Goldstatus ist auf jeden Fall, wenn man schon seit einem Jahr mit dabei ist. Zocker TV ebenfalls schon ein, äh, ein Jahr mit dabei. Oh, da werden wieder Sachen, äh, ausgeblendet. Das ist nicht gut. Von wem wir das ausgeben, die Nachricht, also zur Überprüfung, äh, zurückgehalten hat. Äh, ja. Wer schreibt, kannst du mich grüßen? Das wird anscheinend zurückgehalten vom System. Keine Ahnung warum. Äh, drei ho ho ho. Wie gesagt, Kuske draus. Dann haben wir hier noch Twist Fox als VIP. Freddy natürlich auch als VIP. Kuske draus. An dich Freddy. Äh, dann haben wir noch Rumpo als VIP. Sandy YouTube als VIP. Mobile Gamer als VIP. Toxic NW386 als VIP. Und die Freundin Lisa soll mal dazu auch noch grüßen. Jawohl. Wattwolf als VIP. Grüß mal. Den Andy Prüfer grüßen wir als VIP. Dann haben wir hier noch, äh, neues Mitglied. Pocket 45 ist gerade Mitglied geworden. Dankeschön. Und, äh, Davids Frost hat sich 10 Monate gegönnt. Wird auch gegrüßt. Auch immer aktiv dabei. Dann grüße ich noch, ähm, Mobile Gamer nochmal. Wobei, Mobile Gamer hab ich doch schon gegrüßt. Aber nochmal Gruß geht raus. It's David Gaming als VIP. Rubix als VIP. GTA fixiert also sieben Alter schon mit dem, äh, drei Jahren Abzeichen. Das ist halt echt, boah. Eh, zwei Jahre Abzeichen, aber schon seit drei Jahren dabei. Da geht wirklich ein großes Küsschen raus. Ähm, Marc, äh, Berlin Gaming YouTube nochmal. Äh, Berlin Gaming. Berlin, genau. Berlin Gaming YouTube. Gruß geht auch raus an dich. Hast du mal die Doni vergessen? Hab ich wirklich? Lass uns mal gucken. Das Olli TV hab ich vorgelesen. Andy hab ich vorgelesen. Ja, eigentlich hab ich heute alles. Doch, dich hab ich heute vorgelesen. Aber ich bin mir sehr sicher. Da bin ich mir 100% sicher, dass ich dich heute schon gesehen hab. Im, im, in der Doni drin. Da bin ich mir 100% sicher, dass ich das heute vorgelesen hab. Können wir mal schauen hier. Aber ich bin mir sicher. Bin. Das jetzt hier zu finden. Ah, hier. Kannst du mal so machen, als ob du eine Panikattacke hast. Wäre nice für dich in general. Hab ich tatsächlich gesehen vorhin. Achso, was doppelt war. Das hat euch das übersprungen. Äh, du hast zweimal Donate und dann hab ich gedacht, ich hab's schon gelesen. Ja, so schnell kannst du gehen, wenn so eine Doppel-Doni reinkommt. Jetzt hab ich's auch vorgelesen. Sonic, gibt's den Jungs noch einen Tipp? Warum? Ich kann ihnen ja keinen Tipp geben. Äh, ich bin ja auch auf HP schon. Vielleicht, äh, stelle ich ihn später, vielleicht stelle ich ihn später auf dem Hauptplatz nochmal hin. Aber ich find das grad so lustig, dass der da drin steht. Ja, egal. Ja, der wird hier für immer, warte, der bleibt hier für immer verewigt. Dieser Stellplatz hier bleibt für immer für den Lambo. Das müssen wir verstehen auch, ne? So, jetzt aber hier nochmal einen schönen Überblick, dass ich weiter durchgrüßeln kann, genau. Also, wie lange ist denn das her, dass wir durchgegrüßt haben? Das ist ja wirklich lang her. Äh, da grüß ich, äh, Blau grüß mal. Fabi, 1,27, HD grüß ich. Steve grüß ich. Justin grüß ich. Ströbi als VIP. Der Ehre VIP als Unterstützer, ja. Der, ey, Kurs geht raus, Ströbi. Dann, ähm, Mepis Baumeister grüß mal. Cien Aro, 1,27 grüß ich. Pascali grüß ich. Twist Fox als VIP grüß ich. Sarina Arnold auch als VIP. Ist ja auch immer am Start. Äh, auch schon ein Jahr dabei. Huiuiui, also über ein Jahr. Lukas grüß mal. Dann Tyler grüß ich. Oskar grüß ich. Annemarie grüß mal. Marcel 74 grüß mal. Austria LP wird grüßt. Franz de Barton grüß mal. Ronny Pogrant grüß mal. Manu Hockey, 21, wird gegrüßt. Xyuno Nasam, 27, sowieso. Top-Donator immer dabei, Bruder. Und auch schon seit über zwei Jahren, äh, sich das, äh, VIP-Abzeichner gegönnt. Das, äh, mit Diamant drauf, genau. Jutta Langes auch VIP wird gegrüßt, natürlich. Äh, Doby ist grad VIP geworden. Danke dafür. Und, äh, Upgrade auf VIP-Nummer durchgeführt. Geht ja, Fiktion 1 zu 7. Kuss geht raus. Äh, J4C oder J4C soll das heißen. Dann auch fürs VIP werden. Jetzt ist W fürs Upgrade. Hat er sich grad gegönnt? Ja, es können sich grad alle irgendwie Upgrades, ja. Krass. Ähm, der Frage hat sich auch grad nochmal gegönnt. Der Multinator ebenfalls. Der Drogateein fühlt sich ebenfalls. So, Lana grüßt mal auch als VIP. Dann Jutta Langes als VIP wird auch gegrüßt, jawohl. Äh, Akramsochi grüßt mal. Hundebannexium wird gegrüßt. Laurin, ja, grüß mal Laurin, jawohl. Armin, auch schon, äh, auch immer dabei. Kuss geht raus, auch VIP. Mikos grüßt mal. Fluffy Fluff grüßt ich. Dann Andi Grüfer grüßt mal als VIP. Hier hätte man die D4 1 zu 7 eine Art Turgateein zu veranstalten im Parkhaus. Das ist ja schon geil, ne? Ich hab auch schon mal überlegt, so. Wir hatten ja einmal so ein, ähm, JDM-Treff, ne? Hatten wir auch mal. Sollten wir mal wieder machen. Florian Fries und Armin grüßt mal bei so mal. Aber bei Armin will ich schon grüßt, aber Florian Fries grüßt mal dann noch als VIP, genau. Juli N 1 zu 7 aus VIP grüßt sich. Mikael 1 zu 7 wird gegrüßt als VIP auch schon seit einem Jahr dabei. Und Mario R ebenfalls wird gegrüßt. Das ist immer lustig, wenn du eine Handel zur Ente machst, ja. Muss auch. Handel muss einfach eine Ente sein. Mikael Gaming danke auch für VIP sein seit, das ist, glaube ich, wenn du über ein halbes Jahr dabei bist, ja. Der silberne Button. So, dann grüßen wir noch 1 zu 7. Hundl, Tiger Shark, 2711. Chiara wird gegrüßt. Amma, Kerr grüß ich. Dann haben wir hier noch den GBS Max. Johnny wird auch gegrüßt. Kleiner Donner wird nur gegrüßt. Tom grüßt sich. PM grüßt mal. Moin, heißt einfach nur Moin, wird auch gegrüßt als VIP. So, dann haben wir noch Mannel Becker. Grüß mich und mach mal Andlan Hihoch. Aus Andel soll ich mal Hihoch machen. Das passt nicht zu Andel. Auch Mitglied seit 11 Monaten. Jawohl. Jordynator 5000. Kuss geht raus. Karo Arts 18 hat heute Geburtstag. Alles Gute. Und wird auch gegrüßt. Nico HD grüßt mal. Victor BMW grüß ich. Jonas grüß ich. DW 7, 1, 2, 7 wird gegrüßt. Nikos grüßt mal nochmal. Arjan grüßt ich. David de Kerko wird gegrüßt. Lukas wird gegrüßt. Nochmal, also so viel in Lukas hier. Zwei Lukas werden gegrüßt. René grüßt sich. Florian grüßt sich. Bundeswehr GSG 9 wird gegrüßt. Rafi wird gegrüßt. Ach, wenn ich schon Bundeswehr lese. Ich muss nochmal den Panzer zusammenbauen da. Von Kobi. Nullnmal nicht zusammengebaut. Das Ufer habe ich zusammengebaut, aber das noch nicht. Sternenhimmel wird gegrüßt. Danke für einen Euro. Oh, Sternenhimmel wird. Leo Walter grüßt sich. Patte 19 grüßt sich. Mi 0106. Game wird gegrüßt. Könnte auch 1, 2, 7 rein. Fruchtzwerge grüßt mal auch. Und dann haben wir hier noch Rex Cedric 11 auch als VIP. Schon seit 6 Monaten hat er sich gegünnt. Nina Arnold nochmal. Gruß geht raus. Ich kann mich schon heute vorlesen, aber nochmal. Wobei, habe ich schon. Ach, keine Ahnung, bin schon so verwirrt. Der Tryhard Cannabis ist gegrüßt. Nils W grüßt sich. Florian grüßt sich. Philipp grüßt sich. Bio 92 grüßt sich. Pizza Packer Tobi wird auch wieder gegrüßt. Der wohl auch VIP. MAP ist Baumeister. Das Problem ist, dass wenn du das zu mir reinschreibst, dass das so wie Metagaming ist. Das darf die Information vielleicht nicht nutzen. Wenn Freddy da was MRP hat. Also ich kann die da nicht nutzen, MRP. Also bringt es mir auch nichts. Aber danke. Philipp, okay, kannst du mich grüßen? Gucke dich schon seit dem Setter Tuning. War dort noch nie angemeldet. Okay. Philipp, okay, Gruß geht raus. Ricardo Malz und hat sich gerade VIP raus. Ja, Moin, Gruß geht raus. Dann der Triad Kanal. Senf Mann wird auch gegrüßt. Das ist ein geiler Name. Jefferson Smoke grüßt mal auch als VIP. Dann Jutta Langes wird auch noch gegrüßt. Auch als VIP. By the way, ich nenne auch Mitglieder VIPs. Also alle, die diese Icons drin haben, sind bei mir VIP. Ich weiß, VIP ist erst dieses zweite Package. Da ab 499 und dann gibt es das 199, das ist ja Mitglied. Aber ich sage immer VIP dazu, weil es früher immer so war. Da gab es ja nur das eine für 499 damals. Und ich sage immer noch VIP. Also alle, die. Also egal, welchen Rangmann hat. Das ist VIP halt. Der Rick, YouTube grüßt mal auch. Tamara Portman. Also die gönnen sich gerade alle VIP hier. Dankeschön, Tamara. Dann haben wir hier noch der Herr. Ich kenne sie ja voll irgendwoher. Ja, ich brauche echt mal so ein Shirt da mit Aufdruck. Äh, PriceyEye. Danke für 1990. Super Chat. Schreibt nichts dazu. Kuss geht raus. Das liebe ich, wenn Leute nichts dazu schreiben. Da musst du dich alles vorlesen. Das ist einfach. Aber Kuss, danke schön für deinen Support. Dann haben wir noch. Sissy123RO als VIP wird gegrüßt. Grut grüßt mal. Simon grüßt. Ich Kiara habe schon gegrüßt. Weiß nicht warum. Kiara zweimal reinschreibt. Bitte grüßt mich, wenn ich schon gegrüßt habe. Aber ja, man kennt es. Tino geht da fünf grüßt mal. Kann Dennis grüßt mal natürlich auch. Ist ja auch mit dabei als Moderator. Aber ich wollte dich letztens mal fragen. Hast du dieses Bild wirklich gekauft? Dieses NFT, was du da benutzt? Oder ich hoffe nämlich nicht, dass du das gekauft hast. NFT ist ganz schlimm. Palindrom290 wird auch begrüßt. Als VIP, jawohl. Lord A auch als VIP. Kirtle auch als VIP natürlich. Auf erstmal eine Runde Gas Station Simulator. Ist aber echt lustig, ne? Also ich habe da echt meinen Fun dabei. Sternenhimmel. Final Streams. Dankeschön. Auch schon seit 13 Minuten Mitglied steht hier. Wow. Lachili auch nach. Grüße gehen raus. Zenita grüßt ich. Kingstar grüßt mal. Dann Sabrina mitgegrüßt. Johann grüßt mal. Vertix grüßt ich. Dann Malos grüßt ich. Leon grüßt ich. Lucifer grüßt mal. Internet-Kurt grüßt ich. Dom Stone grüßt mal. Florian also 7 grüßt ich. Dann haben wir auch den Ricardo Malzson als VIP. Jawohl. Wobei den habe ich auch schon vorgegesehen. Komplett lost wieder. Nein nur von Google. Ja dann ist gut. Dann hast du es richtig gemacht. Ich habe schon letztes Mal gefragt. Hat er jetzt wirklich Geld dafür ausgegeben. Dass er da sein Bild drin hat. Line the Big Mac auch nochmal gegrüßt. Mobbing. Ja ne. Weißt du was das Problem ist mittlerweile? Bei YouTube ganz schlimm. Man sieht die Moderatoren nicht mehr. Du hast jetzt ja hinten diesen Kringel. Diesen. Wie sagt man da? Irgendwie diesen Kringel. Wie heißt dieses Werkzeug nochmal? Schraubenschlüssel hast du ja hinten dran. Als Moderator. Und das Problem ist irgendwie. Du wirst nicht mehr so blau unterlegt wie früher. Und das ist. Das triggert mich übelst. Dass man das nicht mehr sieht auf auf Ding. Weil wenn jetzt irgendwer so ein Icon reinballert. Bei sich. Was so ähnlich blau ist. Dann ja. Es geht halt komplett unter. Zum Beispiel so ein blaues Herz. Das geht halt komplett unter. Wenn du jetzt Moderator bist. Man merkt es halt nicht mehr. Also früher war das 10.000. Also ich weiß nicht wie es bei euch ist. Aber auf dem PC ist es jedenfalls so. In meiner Preview. Macht mich schon etwas mit. Ja aus der WP grüßen mal. Aimo grüße ich. Ronny Friedrich haut sich gerade. Nummer 1 zu 7 raus. Wandelbecker ebenfalls mit 2 Euro. Wann kommt man wieder Battle Royale? Ich kann es dir leider noch nicht sagen Mann. Wenn wir mal Bock drauf haben. Eine Runde. Dann machen wir es. Es ist immer spontan bei uns. Ich mag Bäumann zu 7 mitgegrüßt. Jerome wird gegrüßt. Dann David Ballstars. Grüß mal. Der Gaming Zombie. Grüß mal. Zockermaschine. Grüß ich. Kennst du mich noch von Twistfox? Ja vom letzten Mal. Jetzt habe ich mal den Namen gemerkt. Ich glaube du hast mir einmal gefragt. Und dann habe ich gesagt. Ja weiß ich noch. Aber Twistfox sagt mir jetzt. Erstmal wieder was. Ja. Aber diese Frage mit Kennst du mich noch. Das sollte ich echt mal. Auch wieder auf dem T-Shirt drucken lassen. Illuminatenkönig. Danke auch fürs dabei sein heute. Ist auch VIP. Und Enterprise Day. Auch VIP wird auch gegrüßt. Wie lange ich heute schon wieder durchgrüße. Also es ist so lange nicht mal durchgegrüßt. Ist einfach schön wieder mal zu machen. Lucien grüß mal. Rafi grüß ich. Lele let's play. Meister Medium grüß mal noch. Kiran grüß mal. Dann noch Adriano. Game XT1337. Jakob. Kannst du mal ein Senf in der Rennung reinpacken. Ja. Wir haben ja auf dem Hotdog Senf drauf. Das sollte doch ausreichen. So. Jetzt will ich doch sagen. Julia Fische soll ich noch grüßen. Ja. Aber grüß mal die noch. Da grüß mal die noch. Panin drum zahlen. Wobei habe ich auch schon gegrüßt. Du verwirrst deine Mitgliederprops dafür. Ach nee. So krass verwirrst du jetzt auch nicht. Ach so. Also ich. Ja. Doch. Na halt vorlesen. Das Problem ist halt. Ich habe es so lange nicht mehr vorgelesen. Weil sonst immer die Streams. Es geht heute auch schon wieder für eine Stunde. Aber heute habe ich mir gedacht. Komm. Ich lese mal wieder was vor. Weil ich habe das schon so eigentlich mal gemacht. Weil ich immer so lang gestreamt habe. Dann immer so müde war. Oder irgendwas am Server machen musste. Deshalb habe ich mir gedacht. Komm ich setze mich mal hin. Und grüß mal alle wieder durch. Und VIPs nehme ich da halt immer vor. Natürlich. Weil die Supporten ja auch kommen. Da kann man auch mal die Grüße an die VIPs so rausschallern. Ob du das jetzt alles verwöhnen siehst oder nicht. Also früher habe ich öfters Durchbrüßrunden gemacht. Sollte man wieder vielleicht mal öfters machen. Finde ich auch nicht schlecht. Mario R. Danke fürs Upgrade VIPs hier war. Ist halt immer sehr langwierig bis ich hier fertig bin. Aber mein Gott. Macht man auch mal. Bjeron von Guten grüßen wir noch. AT-Zero grüßen wir auch noch. Nee EZ107 grüßen wir als VIP. Und Erdbeerenbelone grüßen wir noch. Jetzt aber glaube ich sind wir gleich mal durch. Hoffe ich mal. Ja. Ich glaube jetzt haben wir es da mal. Also alle kann ich sowieso nicht vorlesen. Sind noch über 3000 Leute im Chat. Also 3000. Stell dir mal vor du schüttelst 3000 Leute die Hände in einer Reihe aufgestellt. Äh 3800. Entschuldigung fast 4000 Leute. Stell dir das immer mal vor so in einer Reihe. Weil es ist immer so viel ja dann aufregend. Ich habe dich nicht gerüßt oder so. Und stell dir das mal vor. 4000 Leute in einer Reihe. Und du schüttelst jedem die Hand und grüßt ihn. Das geht halt nicht. Aber ja. Ich probiere mal mein Bestes. So. Also eben auch meinen Hund im Müll verlor. Alter das war so schlimm. Das war so schlimm. Obwohl ich den verloren habe. In den Müll einmal geschmissen habe. Saftiges Bienchen grüßt mal noch. Ein paar grüße ich noch. Felix Aufmann grüße mal noch. Rafi Kowski grüßt mal noch. Lenny Hilbert grüße ich. Mike grüße ich. Rufni grüßt mal. Schlein Elftiv grüße ich. Ja. Nee. Jack Bob 07 grüße ich. Julian grüße ich. Daubini grüße ich noch. It's. Kabi. 898 grüße ich. Xionfans 2008 grüße ich. Levy TV grüße ich. Are you lost grüße ich. Noel grüße ich. Muhammed grüße ich. Rufni grüße ich. Boykiller grüße ich. So. Lol. Leon grüße ich. Lernox grüße ich mal. Palindrum 290. Nein. Absoluter Respekt von mir. Sehr nice. Danke für zwei Schweizer Franken. Finde ich leider sehr schade. Schweizer Franken. Wir haben noch nicht eingeblendet. Ich habe den TV Stream schon glaube ich 15 mal geschrieben. Das funktioniert nicht. Und die machen irgendwie nichts. Das ist ganz, ganz blöd. Sorry an die ganzen Schweizer Kollegen. Die hier im Superchat donaten. Deshalb empfehle ich immer den Schweizer. Wenn ihr wollt, dass eure Donation eingeblendet wird. Am besten über TV Stream donaten. Nicht über YouTube. Weil über TV Stream wird es angezeigt. Wenn man direkt über die Seite macht. Im Superchat leider nicht. Aber deshalb bei Schweizer geht es sehr oft die Doni leider unter. Das tut mir immer sehr leid für die Schweizer. Weil die wird bei mir nicht gelockt leider. Also ich kriege die gar nicht rein. Also ich kriege die schon die zwei Schweizer Franken. Aber ich kriege die nicht angezeigt bei mir rechts in meinem Programm von Tippi. Und deshalb werden sie auch nicht eingeblendet. Ganz schlimm. Kuss geht raus. So jetzt aber wirklich Leute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen oder so. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Vielen Dank fürs dabei sein heute. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht. Like da lassen. Und vor allem. Sagt euren Leuten Bescheid. Seht ihr euch mal abonnieren. Kostenlos. Eine Glocke aktivieren. Würde mich freuen. Und. Dann war es das für heute. Jawohl. Haut rein. Tschüssi Kowski. Bis dann. Ciao. Schlittschuh laufen. Zu Hause. Ja. Ist das toll. Das ist keine Hunde. Wenn man Schlittschuhe anhat und eisig ist. Oh ja. Oh ja.